Herzlich willkommen, moin moin! Schön, dass ihr da seid! So früh am Morgen, was hier, 11.30 Uhr, zack, 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 eine Runde Dark Souls Remastered mit Willbald. Was will er denn bald? Mein erster Impuls war zu sagen, zum Ende kommen, aber es stimmt ja gar nicht, weil wir haben gerade erst angefangen und er hat noch so viel vor sich. Er will überhaupt erst mal leben, er will die Werte haben, er will reisen, er will diskutieren mit anderen und sie dann umbringen. Ja, das will er. Er wird das auch bekommen, ihr werdet es heute erfahren. Wir haben uns einfach mal spontan entschlossen, ey komm, es ist irgendwie 31 Grad draußen, wir sind Kellerasseln, was sollen wir da? Lass uns doch hier in dieses dunkle Studio ohne jedes Sonnenlicht gehen und einfach mal hier sechs Stunden Dark Souls mit euch zusammen spielen. Ich hoffe, ihr seid mit uns. Ich fände es ehrlich gesagt relativ lame, wenn ihr nicht mit uns seid. Eine Frage, apropos mit uns. Können denn jetzt Leute in unser Spiel invaden oder müssen die dazu eingeladen sein? Inwiefern müssen die... Ich glaube, man muss nicht dafür eingeladen, dass es... Ich glaube, wenn Leute... Muss das Freunde von mir sein? Einfach egal wer. Ich glaube, ich befürchte, dass es egal ist, ehrlich gesagt. Okay. Ich glaube, man kann irgendwie so ein Zeichen legen, dass man Bock hat auf invaded werden. Warum sollte man das machen? Aber man kann wahrscheinlich auch random einfach von... Ich weiß nicht, wie das zugeordnet wird, aber ich glaube, wir sind anfällig jetzt, jetzt wo wir live sind und online sind. Das aber nur für euch. Aber ihr müsst das ja nicht machen. Nö, aber der eine oder andere will es vielleicht machen. Insofern erwarte ich, das will bald invaded werden. Dann macht das doch einfach, wenn ihr wollt. Ansonsten spielen wir hier jetzt aber richtig lange. Wie weit kommen wir in sechs Stunden? Das ist schwer. Da haben wir auch schon... Ach, da seid ihr ja. Danke, Raphael. Da ist der Chat. Ah, danke. Spoilt uns nix bitte im Chat. Lasst uns gemeinsam hier ein bisschen zocken. Aber ihr wisst ja, falls ihr zum ersten Mal dabei seid jetzt, weil es live ist, wir spielen blind. Also wir sind Noobs. Wir spielen blind. Wir gucken in keinem Wikipedia. Wir lesen zwar die YouTube-Comments, aber auch nur da, wo wir hoffentlich nicht gespoilt werden. Nur die mit Smileys und Moshikans. Wir können nämlich nicht lesen. Genau. Und ihr könnt die Sachen ja auch selber ab- und downvoten. Da sieht man ja direkt, ey, wenn wir irgendwie gespoilt werden, dann könnt ihr das ja auch downvoten. Ähm, aber genau, in die Comments wollen wir schon auch noch gucken, um zumindest ein bisschen Rückkanal mit euch zu haben. Ja. Apropos Rückkanal. Der Rückkanal sagt gerade, dass man menschlich sein muss, um invaded werden zu können. Achso. Äh, jetzt ist der Rechner ausgegangen. Das ist interessant. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was passieren sollte, wenn man den Stecker reinsteckt. Ja. Sollte nicht dabei ausgehen. Wir hatten noch nie Probleme mit diesem Rechner. Das kann ich mir ehrlich gesagt sagen. Er ist einfach rausgegangen. Er ist einfach rausgegangen. Du steckst ein Kabel rein und der geht aus. Das ist ein Auto, was explodiert, wenn du es auftankst. Das sollte so nicht sein. Guck mal hier, ähm, ich hau jetzt den meinen. Was ich übrigens gerade gemacht habe, ist, äh, jetzt, als ich gewartet habe, dass das Spiel losgeht. Ich hab schon mal ein bisschen, ah, geiler Typ. Ich hab uns ein Level, ähm, gefarmt, weil ich hatte Bock auf das Schwert hier. Auf das Langschwert. Wir. Wir hatten Bock auf das Langschwert. Und da brauchten wir einen Beweglichkeitspunkt. Und... Den hast du dir offensichtlich geholt. Dann hab ich hier einfach mal diese Creeps hier weggefarmt. Wie man im E-Sports-Jong sagt. Und dann haben wir das gemacht. Ähm... Na ganz kurz, ich hab eine wichtige Frage. Und zwar, haben sie den Taurus-Dämon schon gelegt? Lol. Lol. Hoppel. Natürlich. Stich. Das sonst wären wir ja, na gut, sonst wären wir trotzdem auch hier. Aber wir haben schon längst den Dämon gelegt. Ich war's. Simon war's. Aber Nils war auch sehr gut. Nils hat gut geholfen. Wir haben es beide zusammen gemacht. Und dann kam die große Treppe. Die große Leiter kam runter. Und dann sind wir wieder hier rausgekommen. Ja. Was wieder ein Zeichen des wunderschönen Level-Konstruktes in Demon's Souls und Dark Souls. Hahahaha, hast du das gesehen? Ich kann's ja nicht... Ah! Nicht sehen. Ah, das hast du aber schön gemacht, wie du daneben gestochen hast. Ich kann mich erinnern, in meinem Run, als ich... Also weiter als bisher hab ich privat nicht gespielt, weil ich das auch, wie gesagt, nur ausprobiert hab. Und mit dem hatte ich so echt meinen Spaß. Den... Ja, aber ich hab hier sehr viel gefarmt und bin immer wieder auch zu denen, weil die mit dem Stab so leicht auszumanövrieren sind. Ja. Aber wenn sie dann treffen, sind sie Bastarde. Oh, da... Nein! Geht's ja noch runter? Ist das neu oder alt? Kamen wir da nicht her? Das frage ich gerade. Ist die Leiter neu oder alt? Sind wir nicht aus dem Haus gekommen und nicht von der Leiter? Also das ist so lange her, dass ich das nicht mehr weiß, aber... Na guck, guck, na na na, ich glaube doch. Irgendwas ist mit der Leiter. Wie kommt man vom Haus aufs Dach? Also vielleicht kommt man ja auch irgendwann hier unten lang und kommt von der Seite dann wieder hoch, da runter. Ah ja, stimmt, das wahrscheinliche. Und dann da wieder hoch, das kann natürlich sein... Geh mal kurz vor, ich will noch mal wissen, ob wir da vielleicht was übersehen haben. Ich hab das noch echt vergessen. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Nee, gibt's nix. Hier vielleicht? Oh, hier fällt man runter. Okay, nee, das ist auf jeden Fall nicht... Unten ist nicht oben. Ja, also... Ich glaub, wir sind da hergekommen. Ich weiß es aber nicht mehr. Ja, also hier waren wir. Ja, dann... Aber das ist nicht das, was wir gerade gesehen haben, aber es ist ja auch nicht schlimm. Wir müssen ja nicht alles wissen. Da war hier echt gar so. Ah? So, ich find das Schwert macht mehr Spaß als die Axt. Ich eher das Schwert. Bin dabei. Und irgendwo hab ich auch gelesen übrigens, dass man doch diese Sachen hier kaputt rollen soll. Weil, ähm... Da wohl doch manchmal Items drin sind. Weißt du noch, wir hatten ja gesagt, wir machen das nicht, weil... Weil in Demon's Souls war da nie irgendwas. Auch hier war bisher nicht ein Item. Ja. Und dann... Und dann hab ich irgendwo gelesen, man soll das machen. Ja, genau. Also da vielleicht kommen wir da... Da war ein Eingang hier runter, da... Aushöhlung umkehren. Die Option, die wir am Feuer hatten. Das bedeutet menschlich werden. Natürlich. Wer sein Innerstes nach außen kehrt, der weiß, was es heißt, ein Mensch zu sein. Du bist ein großer Philosoph. Will bald philosophieren. Guck mal hier. Ungefähr 17. Jahrhundert. Wen hält er sich denn eigentlich? Ohhhh. Mit diesem schönen nach vorne Stecher. Das... Das macht mir Spaß. Irgendwie... Irgendwie mag ich das nicht, dass du die Sachen alle kaputt machst. Ja, aber die Leute haben ja gesagt... Das gehört in ein Museum, Nils. Das Holzmuseum. Hier, genau. Der Typ. Da können wir nämlich diesen Schlüssel kaufen. Wollen wir mal gucken, was der kostet. Langschwert ist für das stärkere Bild eher nicht geeignet. Ich weiß nicht, ob wir ein stärkeres Bild haben. Wir haben ein stärkeres Bild. Bei dem waren wir schon mal. Ja, aber der hatte so einen Schlüssel. Ähm. Den ich mir mal angucken wollte. Okay. Der ein oder andere freut sich über unser Langschwert. Das kostet... Was? 1000 Mark? Das kostet 1000 Mark. Das finde ich echt ganz schön dreist. Achja, das wurde uns auch schon mehrfach gesagt, dass wir das Leuchtfeuer verstärken sollen, damit wir mehr Estos-Flakons... Das habe ich auch gelesen, aber die Frage ist, man kann ja wahrscheinlich nicht alle verstärken. Man braucht doch diese Menschengestalt dafür oder sowas, ne? Ja, also du musst hier umkehren und dann stärken. Und dann würde ich sagen, also meine Meinung ist, lass uns warten, bis wir an einem Feuer sind, wo wir auch Schwierigkeiten haben, wo wir auch oft zurückkehren und merken, okay, da ist irgendeine Stelle, wo wir Schwierigkeiten haben und dann verstärken wir das. Weil solange wir mit fünf auskommen, ist das ja nur Verschwende. Man kann wahrscheinlich nicht alle verstärken. Okay, ähm... Der lachende Händler verkauft einen Generalschlüssel. Ja, der war mir grad, der war offensichtlich nicht so... Guck mal, hier geht's runter. Da ist dann die Leiter, guck. Na gut, okay. Aber sind wir da auch hoch, genau? Ich glaub, wir sind wenn da nicht hoch. Der ist schneller als ich. Guck mal, wie verrückt der ist, ey! Ähm, lieber Chat, ja, ja, ihr seht das richtig. Wir gehen grad zurück, aber weil wir gerne sehen wollen würden, was da oben auf dem Dach ist. Ich glaub, wir waren hier noch nicht. Ich glaub, wir waren hier noch nicht. Ich glaube auch, wir waren hier noch nicht. Das hätten wir ja auch direkt von hier zum Händler gehen können und so. Was steht denn hier? Hier ist eine Meldung. Versuch's mit springen. Oh Gott, darüber? Ich vertraue ja auch diesen Meldungen immer nicht, ne? Also das sind ja auch oft... Du vertraust ja auch niemandem. Ja, aber das ist auch eine gelernte Eigenschaft. Scheiße, wie springt man denn nochmal? Ähm... Oh ja. Meinen die damit rollen? Kann man springen? Ja, man muss ja eigentlich... Aber wie springst du mal mit Dreieck? Wenn du... Dreieck? Ne, okay. Dreieck ist beidhändig. Ja, weiß nicht, so viel gibt's ja nicht. Es gibt ja nur X. Frag mal den Chat, wie man springt. Ja, so schnell geht das nicht. Also ich kann den Chat auch selber fragen. Wenn du dir zu fein dafür musst. Ich hab ihn gerade gefragt. Laufen plus Laufbutton. Rennen und reindrücken. Rennen und reindrücken. Laufen, Sprinten mit, ne? Nullzippen springen, okay. Nullzippen springen, scheiße. Ja, aber die sagen, wir waren da schon. Naja, weiß... Gehen wir da nicht mehr hin? Ist das das Areal, wo wir eben unten rausgekommen sind? Weil ja, dann waren wir da schon. Aber da auf dem Ding. Also wir sind noch nie von diesem Dach gesprungen. Das kann ich mit Gewissheit sagen. Das heißt, wir sind noch nie da gelandet. Das heißt, dahinter waren wir noch nicht. Aber... Würd's probieren? Ich würd's probieren. Ich würd gar nicht lang... Kennst du nicht, ne? Ich denk da nicht lang drüber nach. Das wird ausprobiert. Okay. Ähm, und wenn wir da sterben, dann wachen wir 5 Meter weiter wieder auf. Geiler Jeepingswurmhof! Okay, gut, gut. So, jetzt die Frage, waren wir schon ordentlich? Ja, weiß ich nicht. Ich roll mal hier über die Fässer erstmal alles geguckt. Es gibt doch Rückenschaden. Das ist... Das kannst du einmal machen. Aber nach tausendmal... Tausendmal... Mal gerollt. Tausendmal hab ich's nicht gewollt. Aha! Oh, was ist denn das? Guck mal! Die leichte Armbrust, meine Herren! Und die Standardbolzen. Und die Standardbolzen. Kauft euch auf jeden Fall die Reparatur und die bodenlose Kiste. Das erinnert mich jetzt an Terry Pratchett. Äh... Da geht's auch runter. Gameplay-Mechaniken sind hier gerne an Items verteilt. So, guck mal. Hier geht's wieder da, ähm... Runter. Runter, wo wir... an müssen. Da ist, da ist die... Nämlich diese lange... Wir kommen aber auch nicht weiter jetzt, oder? Wir müssen hier runter. Ich glaub auch, ja. Auf Seiten. Hier ist nur irgendwas. Nö. Wir haben ein Item bekommen. Immerhin. Oh, das wird ein bisschen wehtun wahrscheinlich. Meinst du die auch? Egal. Geronimo! Stirb. Schuft. Okay, geil. Wir haben ein Item bekommen. Und das ist nice. Da geht's runter jetzt. Nee, das ist falsch. Hier geht's runter. Zurück zum Bonfire. Wir brauchen... Was war das? 1000 Mark? Für den Schlüssel? Seh ich das? Habe ich das richtig in Erinnerung? Du hast 1000 erwähnt vorhin. Ich hab mich ja aufgepasst, aber 1000... Die Zahl... Go! Er holt 2000. Guck mal, da laufen schon immer so Geister... Geistergestalten an. Siehst du das? Hier, der mit der Angst da und so. Was sind das für Typen? Ja, das sind glaub ich... Weil wir jetzt online spielen. Das sind andere... Akteure. Kommen die nicht? Normalerweise auch, wenn du die Blutflecken oder was auch immer berührst. Das kennen wir doch noch von Demon's Souls. Oh oh! Da bin ich letztes Mal auch gestorben. Genau bei der Kombo. Die ist fies. Noch einmal Energie vielleicht. Weil du Zeit hast. Geister sind Echos von anderen Spielern. Ja. Gehen sie mir aus dem Weg. So. 1000 haben wir jetzt. Sollen wir mal gucken direkt? Soll ich jetzt ja noch weiter rum turnen? Vielleicht kriegen wir ja schon den Schlüssel für 1000. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob der 1000 oder 3000 ist. Was ist das? Du 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 du. So. Komm mal her. Hier schon wieder hier. Mhm. Ah ja. Guck mal. Guck mal. Öffnet Anwesen in der Stadt der Untoten. Bodenlose. Das ist die Bodenlose. Leuchtfeuer. Ja. Ach das ist auch geil. Was kostet die? Äh. 1000. Auch 1000. Ja. Nehmen wir erstmal den oder? Erstmal den Schlüssel. Und das als nächstes. Reparatur. Ach du Scheiße. Muss man hier Waffen reparieren auch? Ok. Das brauchen wir alles. Wir brauchen alles glaube ich. Alles was da steht. Früher oder später. Na gut. Erstmal diesen Schlüssel hier. Juhu. Simon. Wir haben einen Schlüssel. Besten Dank. Bitteschön. Ja. Wir hatten doch auch schon diverse Türen. Wir können jetzt übrigens. Ja. Wir haben auch immer noch den fetten Ritter. Oh ja. Mit dem. Von dem ich mehrfach geflüchtet bin. Wie ich finde. Zurecht. Ich finde wir müssten herausfinden. Langsam. Ob. Ob wir da ne Chance haben. Ich habe jetzt drei Flakons. Ja. Warum nicht? Ich habe zwei schon verbraucht. Ich könnte jetzt hier nochmal aufräumen. Und dann dahin. Aber ist egal. Jetzt komme ich. Was ist jetzt? Der ist ja quasi hier ne. Ich meine. Ich könnte jetzt weiter gehen. Oder wir machen den Ritter. Och. Wie auch immer. Entschalte ich wegen denen schnell. Ja ey. Mir ist beides recht. Ich habe auch nichts dagegen. Den Ritter. Vielleicht hat er ein gutes Schwert. So. Versuch dich einfach mal. Ich meine. Aus Spaß kann man es ja mal machen. Ich meine es hat diese Schurken hier erstmal weg. Ach komm. Ach was. Okay. Das war ne dumme Idee. Aber wir halten mittlerweile recht viel aus habe ich das Gefühl. Oder die sind einfach schwächer geworden oder ihre Bomben haben an Power verloren. Shit. Alles möglich. Wo kommt der noch her? Kann ja auch gut sein, dass wir mit dem Schwert und dem Ritter jetzt viel besser klarkommen. Was hast du hier drauf gekommen? Weil wir da vielleicht den richtigen. Das richtige Moveset dafür haben. Muss sein ja. Okay. Ähm. Ach ich Idiot hab wieder jetzt. Na egal. Ich gehe den regulären Weg. Hier. Woa den habe ich auch vergessen den Typ. Nerv. Den habe ich auch vergessen. Tschüss. Was? Damit Na das was gehört. In sein Gesicht. Bummst. Ihii. Guck mal das war so ein- yes! Das war so ein Sprung hier. Sprungattacke. Okay. Okay, dann können wir jetzt hier runter gehen. Ist hier noch einer? Ne, da oben ist noch einer. Okay, ich hab jetzt nur ein, zwei Flakons, egal. Ich versuch's jetzt. Wir sind ja hier nicht irgendwie zum Spaßmachen. Check nochmal den Tipp durch, ob da irgendwas steht. Ich glaub, wenn ich den lese, dann... Oh! Alter, der hat sich von denen angeschleicht. Geschleicht. Das ist ein Opfer. Okay, ganz vorsichtig. Ich glaub, dass der mich fertig macht. Okay, ist mir egal. Wo ist meine Hand? Oh, der bringt hier richtig was. Mann! Mehr Feuer! Das Feuer hat richtig was gebracht. Da war er viel zu kopien. Nein! Das ist gleich ein Fehler gemacht! Wollte er unbedingt posen! Ich wollte einen so einen geilen Sprung da reinmachen. Hätte man auch anders haben können. Ist doch egal. Jetzt bist du ja mal dran. Ich hab jetzt auch gespielt 5 Minuten. Jetzt bist du ja mal wieder dran. Aber der Feuerballer hat richtig was gebracht. Also der war jetzt... Das heißt, fünf Feuerbälle und dann bist du da durch. Ey, weißt du was? Weißt du, was ich hätte machen müssen? Vielleicht hätte ich da die kleine Leiter aufklettern müssen. Und dann wär ich von oben auf ihn rauf gesprungen. Weißt du? Ähm... Da wo's auf dieses Dach geht, wo du das eine mal so komisch gestorben bist. Das ist so eine kleine Leiter. Ja. Erinnerst du dich? Kann ich da auf ihn drauf springen? Ja, wenn man ihn zurück holt, der läuft einem ja hinterher. Dann kommt vielleicht die Leiter hoch und dann... Da kommt er bestimmt nicht hoch, weil er so dick ist. Und dann kann man von oben auf ihn runter springen. Muss man grade ein bisschen üben, dass ich mal so in die Moves reinkomme, bevor wir... Ja, das ist immer, wenn man so eine lange Pause hat... Das ist halt auch immer so, wenn man zu Hause spielt und so viel spielt am Stück, wie man mag, und dann spielt man das in zwei Wochen durch. Das ist halt auch was anderes, als wenn man irgendwie immer eine Woche Pause hat. Allein von der Orientierung her, man vergisst ja immer die ganzen Wege und so. Deswegen haben wir auch Bock gehabt, das mehr am Stück zu spielen einfach, weil... Ja, da haben wir schon gebettelt. Ja, weil das ist halt echt, dann zeichnest du so eineinhalb Stunden auf und in der Zeit spielst du ja maximal noch die Hälfte. Und das ist dann immer echt nicht so gut. Äh, äh! Ich will in deinen Rücken! Äh, du kannst ihn treten, probier das mal. Ja, das hab ich bei dir gesehen, das wollte ich auch... Die war das oben und... Also in die Richtung und... R1 nach oben und aber... Aber in der Reihenfolge, ja. Gleichzeitig einmal drücken, ne gleichzeitig. Okay, aber jetzt... Ja, und jetzt mit R2 einmal ihn stechen, genau. Sehr gut. Au, steht falsche Richtung und falsches... Okay. Ups, ne, jetzt wollte ich eigentlich treten. Geht ja. Jetzt will ich nur... Ah, jetzt ist keiner mehr übrig. Verdammt, kein Feind mehr übrig. Ich wollte ein bisschen Dings trainieren. Äh, blocken. Perry. Perry. Perry? Katy Perry? Perryen. Perryen. Parierstab. Irgendwo ist da was drin. Da ist irgendwo ein Gag drin. Die ganzen Leute warten nur auf den Punkt, an dem wir verzweifeln und aufgeben. Ja, aber das wird diesmal nicht passieren. Wir haben uns ja nicht verskillt. Diesmal ist ja unmöglich, dass wir so schlecht spielen wie letztes Mal. Das vergessen die Leute. Die denken wirklich, wir hätten das... Also, weißt du, wir würden immer wieder dieselben Fehler in diesem Fall jetzt machen. Die sind ja mega doof, die Leute. Nee, aber... Die wissen ja auch... Wir haben ja quasi ein anderes Modell diesmal gekauft. Das kann ja gar nicht. Wir werden nicht denselben Scheiß nochmal machen. Was wir, ich finde, man muss uns zugute halten, was wir nicht machen wollen, ist... Ähm, jetzt einfach den stärksten Bild mit dem bestmöglichen Charakter wählen und, weißt du, einfach sich da jetzt so durch, äh, mauscheln mit Backseat Gaming noch vom Chat oder so. Das ist das Gegenteil für mich, was wir wollen. Wir wollen schon echte Herausforderungen. Deswegen ist auch... Wir gucken jetzt nicht mehr so viel in Chat, weil da sehr viel gespoilert wird. Ähm, da müsst ihr euch ein bisschen selbst kontrollieren. Wir gucken natürlich ab und zu rein, aber man kann nicht verhindern, dass man da mal was sieht. So, jetzt will ich die oben auch noch killen. Ja, wir lesen den, ähm, wir lesen natürlich den Superchat. Genau. Also, YouTube und Twitch, selbstverständlich. Wir haben hier keine Lieblingskinder. Wir lieben euch alle gleich. Wo ist das? Wir wissen ja nicht, aus wem was wird. Deswegen geben wir euch die volle Unterstützung. Und erst später lassen wir euch dann, nach der Pubertät, lassen wir einen von euch ein bisschen versauern. Und das andere ist dann eben das Golden Child. Oh, Vorsicht! Du gerätst in Gefahr! Ja, das war auch ein guter... Simon in Gefahr. Nein! Oh, du Wahnsinniger! Habt ihr das gesehen? Ich dachte vor allem... Habt ihr das gesehen? Wie er mit einem Fuß an dem Balken nur noch hing. Sein Leben hing nur noch an einem Balken. Ich hätte aber wahrscheinlich da sogar noch ein Stück weiter gehen können. Aber ich dachte, mich trifft die Bombe und schmeißt mich jetzt runter. Das habe ich eigentlich erwartet. Tja, das haben sie, ne? Brandbomben. Ach! Stimmt. Wir haben mir eine Schüssel gekauft. Da war doch diese eine Tür, die zu war. Die da? Oder? War da die das? Mach die mal auf. Das ist ein guter Punkt. Das machen wir. Bevor wir hier weiter rum spielen mit dem Ritter. Ja, den haben wir extra gekauft. Für teures Geld. 1000 Mark. Das ist nicht immer so, wenn du... Wir haben gerade... Die Schwertstärke lässt die Gegner immer am Leben mit einem so einen kleinen Pinöbel. Weißt du? Das könnte auch ein Schlag reichen, aber es ist immer so ein kleiner... Da brauchen wir nur ein oder zwei Levelpunkte mehr und schon hätte man ihn. Okay, jetzt verstehe. Ach, ich weiß was da ist. Die Kiste? Die Kiste, über die wir so oft gesprochen haben. Könnte ich denn nicht von hier jetzt Brandbomben einfach werfen? Ja, wo? Was war... Goldharz? Ich weiß nicht, ob du bis dahin kommst, ehrlich gesagt. Fuck! Also besser... Ne, ich mach lieber den offiziellen Weg. Also das Gold... Goldharz? Ja, brauchen wir wahrscheinlich auch zum Waffenschmieden oder zum Verbessern. Müssen wir vielleicht... Musst du dir mal ein bisschen öfter die Lore auch durchlesen bei den Händlern, Nils. Dann wüsstest du das. Ha, 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 kack. Das ist so einfach für uns. Das ist überhaupt gar keine Schwierigkeit mehr. Wir könnten auch jetzt aufhören und sagen, wir sind zu gut dieses Spiel. Wir sind zu gut. Das Spiel hat sich gerade erledigt. Das brauchen wir nicht mehr. Was wollen wir denn noch beweisen? So, da ist auch noch einer. Das ist so ein temporären Buffen von Waffen. Mensch, ich will mal... Will parieren. Ey! Er schluckt sich erstmal hier einen schönen Schnaps. Da war irgendwas. Was machst du da? Da ist gerade irgendwas. Das sah geil aus. Irgendwas ist hier in der Richtung gerade passiert. Ich dachte, da wäre noch einer. Alter! Ich hab dich doch anvisiert. Du Schwein, du Hund. Hier, hörst du's? Da schießt doch einer. Ach, ist das der hier von da oben, ne? Auch nicht. Das werde ich nie verstehen, wo das jetzt herkommt. 2000. Hier soll ich parieren, wurde mir gesagt. Ey! Oh, jetzt machst du das gleich wie ich. Oh, nice. Ey, wir haben ihn fast zur Hälfte schon. Oh, wie geil. Noch zweimal haben wir ihn. Der wärts ja gar nicht. Ja, weil er... Er denkt, er kommt noch zu uns. Wie geil ist er denn? Er macht überhaupt nix. Guck mal, er macht einfach nix. Der geht er down. Und wir kriegen einen grauen Brocken. Den hab ich mir schon immer gewünscht. Was auch immer ein grauer Brocken ist. Ey, wie lustig war das denn? Der hätte ja nichts gemacht. Ja, er hat das echt irgendwie nicht... Nicht so recht kommen sehen, dass seine Taktik langsam auf... Zu zu laufen nicht aufgeht. Der hat nicht mal sein Schild hochgenommen. Der hat dich einfach nicht für voll genommen, der Typ. Ja. Oder er wollte es. Er hat sich gesagt, ich hab keinen Bock mehr. Ja, es kann sein, dass er... Wenn das deine Patrouille wäre, da unten. Hier ist auch noch was, oder? Ja, hier ist irgendwas wichtiges. Nee. Das mach ich nicht. Guck mal da rüber. Nee, das macht nichts. Das ist ein sehr dummer Versuch, uns in die Scheiße zu reißen. Nee. Glaub ehrlich gesagt nicht, dass das klappt. Jetzt bleibt ja nicht mehr viel übrig. Ich geh nochmal hier zurück wegen dem einen Armbrust- oder Bogenschützen, der mich so irritiert hier. Muss oben sein, oder? Naja. Naja, der ist so... Spätestens beim nächsten Boss wird ein Controller zerstört. Ach. Der ist bisher in der Geschichte von Rocket Beans ein Controller kaputt gegangen. In acht Jahren, elf Jahren Rocket Beans und Game One ist ein Controller kaputt gegangen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit... Also, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ein Controller einfach aus Altersschwäche in der Zeit kaputt geht, als dass ich ihn jetzt hier zerstört hätte. Und die Flasche war erstens kein Controller und zweitens war es ein Fernseher, der dadurch kaputt gegangen ist. Und das war reiner Zufall, wie wir längst... Wir haben es perfekt bewiesen. Wir haben es bewiesen. Du hast bestätigt, dass es so war. Ich habe gesagt, dass es so war. Wenn der Fernseher reden könnte, er hätte euch ein Bild gezeigt, wie es war. War es wie verschlossen. Und ihr müsst aufhören, immer diese negativen Seiten hervorzuholen. Auch Aggression kann Spaß machen. So, ich würde jetzt gerne hoch auf den gelben Wagen. Und da kaufe ich mir dann Tickets. Und dann geht die Party so richtig ab. Ne, ich würde gerne hier auf die Brüstung und da dann weitergehen. Hier hoch geht es nicht. Ne, genau. Da hatten wir auch zuletzt den Johnny da gelegt und jetzt muss es ja auch weitergehen. Irgendwie. Das sind ja auch so, dass waren die Typen, die hinten noch verzweifelt auf dich schießen. Alle Black Knight Waffen sind über Oststark, habe ich gerade gesehen. Ja. Denk dran, dass du die Kisten auch zerrollen kannst. Ey, ja. Ja. Ich glaube, das ist Quatsch. Ja, ich habe es auch. Ja, weil soll ich denn jetzt, nur weil in der hundertsten dann irgendwie eine Nusse ist, soll ich jetzt deswegen alle... Das ist die Frage, ne? Wie viele Leute haben das gesagt? So. Oh, jemand, der modifiziert, der moderiert im Chat, löscht ab jetzt alle Leute, die Spoiler rein posten. Das ist eine gute Idee. Hier waren wir. Jetzt klingelt es von allen Seiten. Hier unten war auch noch der Horst. Ja, da war der Praise the Sun Typ. Ja. Da gehen wir noch kurz hin. Da ist er. Guter Typ. Er guckt sich die Sonne an. Ich mag ihn. Er ist mir echt sympathisch. Na gut. Hallo aus Rumänien. Stefan. Hallo. Hallo nach Rumänien. Da ist jetzt meine Frage, sterbe ich jetzt auch? Ne. Du lebst halt eigentlich. Aber was hätte ich denn machen können? In diesem Fall hätte ich halt vielleicht um die Ecke noch gehen können. Ich hab nicht so aufgepasst. Ehrlich gesagt. Ich hab in einem Moment... Ja, aber ich dachte auch nicht, dass man jetzt so auf die Art verrecken kann. So lange nicht. Ich dachte, wenn, dann ist das nur eine Warnung und nicht direkt Insta-Kill. Okay. Ja, ich hab... Das müssen wir mal gucken. Ja, das ist ein smarter Move, jetzt die andere Richtung zu gehen. Aber wir haben ja eben auch schön Punkte eingesammelt. Hol auf jeden Fall meine Seelen. Das waren jetzt auch schon 2.5 oder so. Echt? 2.500? Mindestens. Ähm... Was wollte ich denn jetzt mal machen? Er spielt schon die ganze Zeit wie einen Lappen und dann wundert er sich. Ich habe doch herausragend gespielt. Ich habe getötet, als wär's mir ins Blut gefahren. Und als wär's das erste Mal. Und ich hätte direkt Blutrausch bekommen. So habe ich getötet. Das ist doch nicht Lappenspielerei. Hier, der Drache, der ist halt einfach stärker. Hat einen Feuerball. Was willst du denn machen? So ein großer Feuerball, Junge. Sind wir hier eigentlich schon lang gelaufen? Ähm... Ne. Ich glaube wirklich nicht. Aber... Eigentlich müssen wir rückwärts eigentlich schon mal gegangen sein. Wir haben die Leiter hier runtergekickt. Ne, wir kommen hier unter dem Drachen durch. Okay, ich versuche mal runter zu treten. Ja... Verdammt, du hast recht, ja. Da könnten wir wahrscheinlich wirklich lang gehen. Wahrscheinlich ist das doch die Aufgabe, ja. Da hinzukommen. Nein! Oh, wie dumm! Ich wollte ihn treten und drück aus so sehen R2 statt R1. Ich wollte ihn da runter treten und trete mich selbst runter. Oh, wie dumm! Ein Fehltrick. Oh, wie dumm! Oh Gott! Nein, du hast meine Seelen nicht geholt! Ach... Scheiß auf deine Seelen, ey. Alter, wie kannst du sowas sagen? Scheiße, wir haben den Ritter getötet! Das waren richtig viele Seelen. Ja, aber... Ja, exakt! Wie haben wir die denn nicht ausgegeben am Leuchtfeuer? Weil ich nicht... Das ist doch die Leiter! Alter... Aber das ist doch die Leiter! Wir hätten doch nur die Leiter runter müssen! Ne, 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 Nils! Oh! Oh! Das hängt schon wieder so frustrierend an! Das war anderthalb Level ab! Na gut! Aber ich bin ja nicht mit Absicht da ran! Ja, ich bin ja auch nicht sauer! Ich freue mich nur, dass der Kelch auch mal an die andere Gruppe verteilt wird! 3600 Seelen! Das waren... Auf jeden Fall mal locker! Zwei Level! Ja, dafür kriege ich ja jetzt deine! Alter, der hält mich auf! Ist das ärgerlich! Alter, wieso sind wir nicht denn... Ach, wir haben den schwarzen Ritter gebumst und dann... Och, ist das ärgerlich! Wolltest du treten? Ich probier's jetzt auch mal! Ist das ärgerlich! Hä? Das wollte ich machen! Tret ihn nochmal! Ist viel lustiger, wenn er runterfällt! Oh, ey! Eine falsche Taste gedrückt! Schwupps! Alles ist hinüber! Oh, eine Ratte! Wieso haben wir denn nicht, ey? Wieso? Oh! Egal! Weitermachen! Mund erputzen! Weitermachen! Ratten töten! Noch ein Ratten-Gesicht! Oh, die sind vergiftet! Was ist das? Sind wir? Ich hab doch noch gar keinen Schlag! Ne, wenn die einen annagen, würden sie mich dann fest... Fistilent! Das können die! Ähm... Wir müssen gleich mal ein bisschen Werbung machen! Genau, sie ist hier jetzt auch hoch! Ja! Müssen wir gleich mal gucken, wo gehen wir jetzt? Bezirk der Untoten! Hinter dir! Jaja, aber wollen wir nicht erst mal rechtslang da hoch? Ja, das entscheiden wir jetzt! Den nehmen wir noch mit! Den Lump! Und dann, ähm... Bleiben wir hier in den Katakomben! Ruhen uns ein bisschen aus! Warte vielleicht kurz! Bevor du... Okay, okay, okay! Da will ich nur ganz kurz gucken, ob wir nicht doch nur auf einem langweiligen Turm landen! Okay, na gut, wir laufen jetzt die Werbung lang! Ah, okay, wir sind auf einem langweiligen Turm! Ah! Okay, da ist ein dicker Gegner! Okay, den werden wir uns gleich stellen! Ja, kommt der dir jetzt hinterher? Ich hoffe nicht! Ja, das müssen wir jetzt erst mal rausfinden! Nicht, dass in der Werbung dann der Typ kommt und uns tötet! Ich warte hier und gucke! Und die ganzen 400 Seelen wechseln! Er kommt offensichtlich nicht! Okay! Alles klar! Wir machen jetzt ein bisschen Werbung! Gleich sind wir zurück! Und dann zerbumsen wir diesen komischen Kerl! Da ist er! Ah! Oh! Oh, Keas! Geh dir in die Werbung! Ich bleib hier hängen! Ich muss mir einen Kaffee holen! Uiuiuiui! Ja, schön, dass ihr wieder da seid! Simon Kretschmer ist verzweifelt! Er ist, ähm, nicht mehr da! Ich weiß nicht, wo er ist! Er ist einfach weggelaufen! Und da ist er! Ich hab schon versucht irgendwie... Ich hätte fast das Tempett gegriffen und gesagt, die Leute und ich spielen jetzt alleine! Aber da bist du ja zum Glück! Denn es gibt einen... Du hättest gerne übernehmen können! Ich hab einen dunklen Ritter zu töten! Okay! Ähm, mal gucken, ob's diesmal genauso, äh, einfach wird wie eben! Der ist ja auf so einer schmalen Treppe! Meinst du, ich soll das den Feuerball wieder benutzen? Der hat ja schon verdammt gut funktioniert! Ja, eigentlich schon! Ich glaub, der kommt mir wieder genauso lahm entgegen, dann wär das ein Vorteil! Ey, das ist... Wenn der genauso dumm ist wie sein Bruder, dann ist die Familie aber echt ein bisschen dumm! Oh ja, das sieht gut aus! Der ist sehr dumm! Auf die Füße, das ist super! Für mir der Volldeppen, ey! Oh nein! Er geht doch hoch! Nicht diese Richtung! Geh hoch und dann kannst du wieder runterfallen! Er kommt von alleine! Geh in den Rücken rein, in den Rücken und dann kannst du wieder die Treppe runtergehen! Genau! Oh, der ist gleich tot! Oh shit! Das ist super, der ist gleich tot! Das Schwert überwiegend Dimensionen! Ja, ich will ja auch die Möglichkeit haben abzuhauen! Wir haben ihn gleich! Oh nein! Oh ja, einmal noch oder zweimal maximal, dann ist er weg! Die machen das schon wieder so geil! Man sieht nichts! Ja, den brauchen wir auch nicht, weil er gleich tot ist! Ja! Gegen dein Wasser! Schmerz ist ab! Tod ist! Was auch immer das ist! Und einen grauen Brocken! Geil! Der Feuerball gefällt mir sehr gut! Guck mal das Schwert an! Guck mal hier, Blufleck! Okay! Wir gucken das Schwert an! Äh! Äh! Vergleichen ist... Kasten? Ne! Wie kann man vergleichen? Hier? Ne! Da! Und... Gehen wir ein nach rechts! Ich suche... Ich suche ein Vergleich Ding! Okay! Da! Und jetzt auf das Schwert mit X! Und jetzt auf das Ding! Ja! Welches war's denn? Schwert des Krachentöters? Quadrat! Ah! Was brauchen wir denn dafür? Oh was! 32 Stärke, 18 Beweglichkeit! Das empfinde ich jetzt aber ehrlich gesagt als ziemlich viel! Ja! Das sollte eh nicht! Das kann man erst für später haben! Och! Aber was heißt denn hier die Minus 177? Was ist das Stoß? Ne! Das ist der Malus! Weil wir die Werte nicht haben! Ach ja! Weil wir die Werte nicht haben, kriegen wir so viel! Kriegen wir jetzt also nur... Äh! Ja! Pan 40! Okay! Das ergibt Sinn! So! Haben wir grad irgendwas gemacht, was irgendwie beeindruckend war? Ich bin mir nicht sicher! Nein! Wir haben einfach gespielt wie immer! Aber vielleicht ist das ja schon... Sind wir ja schon auf hohem Niveau! Wenn Usain Bolt irgendwo zum Bäcker rennt! Ja! Da rasten die Leute auch aus! Weil die denken einen so schnellen Menschen hab ich nie gesehen! Usain Bolt denkt einfach nur, ich muss schnell zum Bäcker! Bevor der zum macht! Boiler schreibt, das Schwert hab ich nie gesehen! Tja! Beka Senpai schreibt, das Schwert ist Hammer! Fieser Fettsack schreibt, beste Waffe! Marco Titus schreibt, das Schwert ist okay! Da haben wir jetzt ne gute Auswahl! Aber keiner schreibt, das Schwert ist scheiße! Okay! Wollen wir sagen, wir skillen ein bisschen in die Richtung, dass wir das nutzen können? Merken wir uns! Ja, Bitch! Willst du es einmal ausrüsten, nur um uns das anzugucken? Ja, ist egal! Wir haben sie ausgerüstet! So, zeig mal wie sie aus... What the fuck! Guck dir das mal an! Das ist... Damit kannst du ja irgendwie ein Rapsfeld ernten kannst du damit! Ah! Ich bin ein bisschen zu schwach! Kann nur einmal pro Woche schlagen! Ah! 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 Aber egal! Wir haben ein super Schwert! Das ist ein bisschen wie Geschlechtsverkehr mit mir! Sobald man in die vierziger kommt... Nächste Woche sehen wir uns wieder! Ah! Das Schwert ist recht selten, sagen die! Ja. Auch da! Die Parallelen hören nicht auf! So! Das nehmen wir jetzt, sobald wir es können! Das ist unser großes Ziel! Ich finde, man braucht auch Ziele im Leben. Wir werden das Schwert des Drachentöters für immer im Inventar vergessen. Bis dahin nehmen wir das Langschwert. Das dauert so, wird so ewig dauern, bis wir es benutzen können. Wir werden es immer wieder vergessen. Der Chat wird uns immer wieder drauf aufmerksam machen. Glaubst du, wir schaffen es heute noch? Nein. So viele Läden. Nie im Leben, Alter. Man könnte natürlich jetzt grinden bis zum Lötwerden. Ja. So, okay. Da ist ein Rattenkönig offensichtlich. Nils, ich spiel schon so lange. Nein, du spielst jetzt, ist doch alles super. Ich bin ja selber schuld, wenn ich den Typ da runter trete und bei runter falle. Und 3000 Seelen verlieren. Danke, dass du mich daran erinnerst. Alter, Ratten-Eberschwein. Was ist das, ein Eber? Nicht gut, rennt der bis unten hin? Da kriegst du ihn doch. Ist doch geil. Ich will ja jetzt auch nicht cheesy sein, aber kann ich jetzt hier nicht einfach doch den Feuerball? Ja, natürlich, das gehört doch zu spielen. Das ist nicht cheesy. Lass dich nicht von Leuten voll labern. Nee, ich meine nur, dass aus einer Sackgasse heraus mit einem Feuerball schießen, ist halt auch einfach jetzt nicht der Megaskill. Ja, aber dafür gibt es ja die Sackgasse. Die Gegner schießen ja auch von irgendwelchen Türmen auf uns. Ja, da hast du natürlich recht, wo du recht hast. Tritt ihn. Ach so, ja. Er hier, ne? Ich könnte also hier rechts die Treppe hoch mich mit ihm, ich glaube, ihn muss ich von oben, oder? Ich glaube, er ist eher so von oben mit dem Schwert dann. Oder ich probiere es ja wirklich mit dem Feuerball. Das ist, glaube ich, nur noch zwei Feuerbälle, aber gib ihm mal. Nein, er war gegen die Wand. Nicht schlecht. Wir haben keine Feuerbälle mehr. Ja, aber, hast du gesehen, wir könnten ihn theoretisch das erste eine geile Rüstung hat, ey. Und direkt zwei Pfeile bekommen. Egal, dieses Eberschwein haben wir auch noch platt. Ey, wir haben gerade, warte mal, was ist passiert? Wir haben gerade 750 Seelen bekommen. Irgendjemand ist gestorben. Irgendwas ist passiert. Das ist Vieh wahrscheinlich gestorben, hier. Aber wie? Ach, sie ist wahrscheinlich ins Feuer reingerannt. Der ist ins Feuer reingerannt, oder was? Ne, der Drache kam, das muss der Drache gewesen sein. Ja, weiß ich nicht. Doch, das muss ja, das brennt ja überall. Oder hat das eben schon gebrannt? Das ist halt, ich hab da jetzt gar nicht drauf gedacht. Alter, der ist da reingerannt, der Eber. Eber ins Feuer, ja. Der hat sich selbst geröstet. Wie geil ist das denn? Naja, wenn ich die Wahl hätte, mich anzutreten oder einfach ins Feuer gehen, ist ja klar. Oh, oh. Hast du eben nicht gesehen, was der Eber gemacht hat? Ja, wie geil. Ey, wir haben 2230, ne? Soll ich, ähm, ja, ich such das nächste Feuer. Ah! Ja, aber wie viel Energie hast du denn? Uuuh. Oh, dein Köder Schädel, den wollten wir immer schon haben. Schädel, ja. Den haben wir uns gewünscht. Tschüss. Das hat er sich anders vorgestellt. Jemand schießt da noch auf dich. Ja. Was ich nicht okay finde. Okay, kurz erstmal umschauen. Soll ich hier echt zerrollen? Ist da eine Leider oder sowas da? Links auf der anderen Seite? Leider nein. Ne, 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 ne. Das ist bei ganzer Maschur. Okay, den würde ich schon gerne runterkicken. Oh, bitte nichts Überhebliches mit 2390 Seelen, macht nicht das gleiche dummes Spiel wie ich. Nee, okay. Ha! Bitte nicht so. Hier. Mit deinem Flakon. Flakon. Guck mal, die schönen Bäume da aber auch. Oh ja, die Bäume sind echt schön. Ja, es steht nicht so schön rum. Tiny little eggs. Wir haben auch den Drachen, ne? Ich habe mich ja irgendwo ein bisschen spoilen lassen in den Comments, dass man den Drachen den Schwanz abschließen kann. Das habe ich generell, dass man allen, habe ich auch gelesen, dass man allen Lebewesen hier den Schwanz haben, dass man den abmachen kann. Was, hierzu? Du hast ja eine Tür. Hinter dem Wagen. Ja, aber okay. Da komme ich ja nicht hin. Okay, ich komme hin, aber ich komme nicht durch. Gut zu wissen, trotzdem. Du, 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 du. Hier geht's runter. Gucken wir gleich ein. Ist hier noch irgendwas? Nee, wir stehen die. Ja, da geht's ja unten weiter. Hinterhalt. Ah, der will, dass man nicht mehr herläuft. Nee, 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 nee. Siehst du, die sind schwarze Spur da auf dem Boden? Da ist tatsächlich was, ja. So eine Tearspur, da ist das, was. Aber wir müssen ja in die Richtung, also was machen wir? Ja, wir gehen ein Schild hoch und, vorsichtig, Schild hoch und der will, dass man einen da reinlockt. Ah, da sind sie. Da sind sie. Da haben die nur drauf gewartet. Wie halten sie es denn? Die Banditen. Oh, ja. So ein Gang, ne, wenn du da mit R2 steppst, glaub ich, ist das besser. Ja, du hast recht. Ich hab den Stepp ganz wieder, äh, den, den hab ich wieder vergessen. Ach, ich hätt gerne mit dir Nioh gespielt, das echt, äh, das hätt dir auch gefallen. Da gab's halt echt, find ich, sehr, sehr viele Waffen, die man wechseln konnte. Das hätt die, der Part hätt die echt so viel. Wir haben noch Bloodborne, wir haben noch, wenn wir hier mit durch sind nächste Woche. Nichts ist wie Nioh. Nichts ist wie Nioh. Ähm, ne, aber ich geb dir mal meine, ach ne, ich hab ne Download-Version, aber ich würd gern mal, ich glaub privat kannst du da echt viel Spaß mit haben, das würde dir auch gefallen. Vor allem perfekt, kurzweilig, für so, für ein Spieler-Abenteuer. Ähm, okay. Da ist auch noch ein Seelchen. Ist das ne Glocke? Ist die hier oder im Spiel? Ein Geheimschlüssel! Das ist im Spiel, der hat ja nicht auch was erzählt von zwei Glocken, die man irgendwie... Ups. War da nicht irgendwas? Zwei Glocken muss man läuten. Ja, es gibt hier so ein Ding, dass ein Tor aufgeht, sobald man die Glocken, aber ich glaub, die muss man manuell selbst läuten. Da sind wieder zwei Schurken. Die haben ja schon fast 3.000 Seelen. Kann ich denn hier überhaupt blocken? Also kann ich sowas? Ja, kann man blocken, ne? Was meinst du? Ne, Moment. Ne, also, äh, parry, ob ich den parryen kann. Ja, kann man, kann ja alles. Ich dachte, weil die kein Schild haben, aber ist ja Quatsch. Ich brauch ja den Schild. Äh, okay, mein Falcon ist bald durch. Da kann man rüberlaufen. Ich brauch mal langsam ein, 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 ein Leuchtfeuer. Ja. Und Level Up. Warte, war da noch jemand? Gerade, ist ja gerade jemand noch gekommen? Kann man noch einen laufen sehen? Eine große Seele. Ist hier noch irgendwas? Geht's hier noch weiter oder müssen wir wieder runter? Ne, da links geht's noch weiter. Wieder da, Vorsicht, da ist der Balken zu Ende. Jetzt müsstest du, ja. Ja. Und dann da hoch die Leiter. Ach, die Leiter. Warte, da ist noch ein Leiter. Schöne vergessen. Ja, irgendwas ist mit den Glocken läuten, meint der Chat. Ja, da war doch so ein Typ, der meinte, es gibt, glaub ich, zwei Glocken. Und die müssen wir beide läuten. So. Das ist wie die Code-Karten in Resident Evil. Zweimal Glocken und dann geht die Tür auf. Nächster, nächstes Areal. Oh, das bedeutet wahrscheinlich wieder gleich... Oh, ist das ein Endboss? Ich will doch eigentlich nur speichern. Oh, 2630 Seelen. Ich kann... Na gut, jetzt kann ich wahrscheinlich nicht mehr zurück. Aber ich, ich... Ne, vielleicht ist ja auch kein Endboss. Da waren wir eben... Jetzt gehen wir nur da oben lang. Boah, nimm mal deine Flakon, bitte. Das ist... Ja. Okay, das nächste Mal, wenn ich keine Energie habe, muss ich abhauen. Oh, der sieht groß aus, aber ist doch egal. Du hast keine mehr. Scheiße. Ne, ne, dann ist der mir zu groß. Ich würde lieber gerne erstmal abspeichern. Immer ernst. Ich bin auch für Pro-Speichern. Der kann es treten. Ich... Ich habe immer das Gefühl, dass nach meinem Angriff jetzt erstmal ein Gegenangriff kommt, aber manchmal kommt der auch nicht. Guck mal, die Kisten sieht aus, als wäre das so eine Spinne aus, oder? Ich würde nicht übel. Diese fetten Spinnen. Oh, ja, 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 ja. Ne Wolfsspinne. Ja, 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 ja. Bäh. Tarantelgelump. Oh nein, da ist er doch jetzt auch wieder. Wer ist da? Er, ja. Ja. Und sogar noch einer. Ne, 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 ne. Wie er sich grad zurückgezogen hat, ey. Was ein widerlicher, hinterhältiger Drecksack, ey. Ja, aber jetzt hat er uns im Visier. Jetzt kommt er. Ne, der wartet bis... Ne, der kommt echt nicht. Die wollen uns in die Zange nehmen hier. So einen Zwei-Fronten-Krieg wollen die mit uns führen. Das ist nicht, Mann. Dö, 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 dö. So ein bisschen, ja, wie beim Theater einer vor dem Vorhang vor uns zurückkommt. Ja, was machen wir nun? Jetzt haben wir also zwei Gegner, die wir nicht besiegen wollen. Soll ich einfach zurücklaufen? Kann ich zurück durch den Gebel? Warte mal. Ne, 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 ne. Ist doch der Typ ist das doch. Ja. Ne, das ist nicht derselbe. Es sind zwei verschiedene. Ja, okay. Aber trotzdem. Dann würde ich aber erst den nehmen. Ich will aber... Oder wir müssen halt zurück. Das ist dann... Zurück zum ersten Lagerfeuer, aber das ist echt... Zu allererst. Naja, das meine ich ja. Das ist halt echt lange hin. Aber was wollen wir machen? Wir müssen ja weiterkommen. Warte, langsam, langsam. Ja, du kannst nicht sagen, jetzt angreifen und dann... Nein, aber du hättest ihn ja backstabben können, wenn er dich nicht gehört hätte. Ich hab's doch versucht. Du bist gelaufen, nicht geschlichen. Egal, du machst das jetzt. Geiler Typ. Guck mal, der ist nicht schwer. Kann nichts. Ist schnell. Sei geduldig. Nichts kann der... Oh, er hat so ein... Er hat so ein Schecht, ne? Ja. Schlechter Typ. Geil, ja, Mann. Ich kann wahrscheinlich nicht schnell parieren. Sei geduldig. Ja, ah, ich hab kein Sch... Ich hatte kein Schild, kein Ausdauer mehr. Sei geduldig, alles gut. Okay. Nice. Den haben wir gleich. Geil, jetzt haben wir ihn. Sehr gut. Was war der Fehler? Guck mal, Typ. Vorsicht nicht, dass da noch irgendwie jemand... Ja, alles gut. Oh Mann, ich wusste, dass hier nix ist. Hm. Kurz mal ausprobieren, oder? Nehmen an, Fat Roll, lastig, aber... Das Ridderschild. 60. Gewicht, oh Mann, ja. 5,5. Kann man gar nicht ausprobieren. Und jetzt, Simon? Ja. Erst trotzdem mal. Deathcounter für den... Ja. Okay, ja. Also wir haben einen Deathcounter von 27. Das ist doch gut. Ja, und wo liegt der Gegner? Wird das auch gezählt? Liegen wir noch in Führung? Oh. Darf ich dem mal einen Tipp geben? Gerne. Rüste mal. Wir haben noch eine Armbrust bekommen. Rüste die mal aus. I see. Ich weiß nicht, ob wir so weit kommen mit der Armbrust. Ja, danke, Paul. Ähm. Danke, Paul. Statt der Hand. Moment. Oder müssen wir da statt der... Ne, da, 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 da. Genau. 16 Schuss und... Aber wo haben wir die... Wo ist die Armbrust? Hier nicht, ne. Die muss bei oben. Hier... Ja, du hast recht. Aber hier war gar nichts. Ach! Oben. Ein nach oben. Hey, ja. Ja, ja. Ja, ja. Du, du, du. Ja, weil das ist jetzt echt gegen zwei so Typen... Na, den einen locke ich hier schon rein. Ja. Erstmal. Aber ich hab einfach keine Energie. Schieß ihn ab. Ja. Vorsicht. Ja. 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 Natürlich, jetzt kommt der durch. Oh, das wird gefährlich jetzt. So genau wie eben. Voll geduldig. Das ist super gemacht eben. Ja, guck mal. Das machst du super. Nice. Kann so ein bisschen mit der Länge vom Schwert arbeiten. Ah, nein. Scheiß. Oh. Ich hab's kommen sehen, ja. Dass das nicht... Dass er jetzt zweimal macht, ne? Nein! Ja. Er hat wieder denselben Zweier-Move und ich bin rein. Ah, Mann ey. Wenn der Flakon-Move, wenn das geklappt hätte in dem Moment noch. Naja. Aber da kommst du hin. Da kommst du hin. Und sammle die Seelen ein. Und versuch. Oh Mann, ey. Wir sind voll weit weg. Ich brauch die Seelen. Na gut. Ist echt ärgerlich, ja. Ja. Hä? Was denn? Ne, ich hab mir gerade verwirrt euch. Ich dachte, da war noch ein Gegner. Der Chat sagt, es gibt drei verschiedene Roll-Varianten. Kann ich jetzt schwer was dazu sagen. Ist gut zu wissen. Aber ich kenn jetzt eigentlich nur eine Rolle. Oh. Oh, schön. Macht mehr den Sprungangriff. Den könnten wir uns auch mal überlegen. Wir sind ja hier mit einer neuen Waffe unterwegs. Da ist auch der Angriff noch für uns komplett neu. Oh, shit. Hallo. 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 Unzufrieden mit der Situation. Dass die Ratten mich gerade genervt haben. Weh an. Ich würd echt vorschlagen, dass das die Priorität darin liegt, jetzt safe zu meinen Seelen zu kommen. Die zu sammeln. Und dann guckst du mal, dass du noch weiter zum Feuer kommst. Weil du schaffst das auch. Und ansonsten holen wir halt wieder die Seelen. Aber wir haben sie zumindest nicht verloren. Das ist echt. Das sind einige Level-Ups. Bis du da bist, hast du ja auch nochmal einen 2000. Sind eigentlich diese schwarzen Riddersleut jetzt noch wieder? Spawn die nochmal? Diese großen Zwischengegner da? Ich denke ja. Ich glaube, dass das eben Standard-Gegner sind. Ja, dann musst du die auch farmen können und so. Mich fragt jetzt mal, ob der Eber jetzt weg ist zum Beispiel. Das würde mich interessieren. Oder ob der da noch rum häuselt. Oh, schöner Sprungangriff. Sehr gut gemacht. Ist das nach vorne drücken und Schlag, oder was war das? L2, oder? L2. Ah, okay. Ja, der Eber ist weg. Oh, oh. Oh, oh. Mhhh. Na? Up. Ich wollte ja den... Up. Ausdauer. Oh, ey Dann haut er erstmal ab Ich muss ein Falköntchen nehmen Ah, hier allgemein gilt, wenn sich sterbende Gegner In weiße Partikel auflösen Sind sie permanent tot Also danke, Bloib, das schließt die Ritter aber mit ein Ja Finde ich fast schade Gerade die Ja, wenn man die farmen will Auf der anderen Seite, wir haben jetzt halt Also wenn die jetzt dieses Schwert droppen Oder so Und man kriegt das nicht beim ersten Mal Man kann die da nicht farmen Soll ich das richtig? Ja, das ist wahr Geben wir erstmal nach oben Theoretisch musst du die ja gar nicht alle bekämpfen Nee Nur der hier Ein Stück weg, dass die Hinter 40 Noch nie vorbeilaufen Meinst du, der ist schnell? Ah, wunderschön Ja, 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 ja Aber ich verliere zu viel Sachen Und der andere nochmal hoch, ja Oh, ich wollte den Sprung ausprobieren Jetzt haben wir Jetzt haben wir es echt schwierig, ne? Ich hab gar keinen Flakon mehr Exakt Oh, ich Zu viel rumgespielt hier Das ist mega dumm Okay, jetzt muss ich echt aufpassen Ja Mega dumm Bringt es ja nochmal weiter Hier Wieder runter, ne? Weiß gar nicht mehr, wo es flank ging Flanking hier Da ging es runter, okay Ah, nicht genau Oh, doppelkürzelt Zapfere Schneider rein Waren da noch mehr? Was, das? Nur die beiden? Eine Seite, ja Aber oben sind zwei. Oh doch, da waren doch zwei. Beide tot, aber alter wie viel Energie du nur noch hast. Ja, versuch wirklich nur noch hinzukommen, Energie zu holen. Danach ist ja erstmal nicht so wichtig. Gleich gehst du dann auch wirklich zurück zum Feuer. Ja, hab ich echt überlegt gerade. Also, ob wir sterben und am Feuer landen oder ob du manuell hergehst. Ja, 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 ja. Doch mal runnen. Weißt du noch, wie viele Gegner noch liegen vor deinem... Schaffen kannst du sie alle, aber ich... Da waren auch etwas größere auch, ne? Da war mindestens einer von denen... Ne, 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 du musst dir in einen Weg nicht gehen. Du kannst... Mach die erstmal. Ich bin ja am Anfang gestorben, das Gang ist, das heißt, da kannst du dir auch die Items holen und die Seelen... Ah, vorsichtig. Jawoll! So, jetzt weiß ich schon mal gar nicht mehr. Da ist doch der eine Typ, ne? Hier rechts ist der Tybi, ne? Rechts ist der Typ, da müssen wir nicht hin. Links ist... Sind die Seher? Ich hab auch... Das war ein falsches Geist, Alter. Meine Güte. Ich hab mich gerade voll geschockt. Hier müssen jetzt die Seelen liegen. Ja. Hol sie. Dann kannst du dich ja mal mit dem Typen versuchen oder zurückgehen. Ja, ey, ganz ehrlich, ich hab ja nichts mehr. Wir haben 4000 Seelen. Wenn ich jetzt zurückgehe, können wir leveln. Dann muss ich halt den Weg nochmal machen. Aber wir müssen ihn so oder so nochmal machen, weil ich hab ja nichts. Und die einzige Hoffnung ist, dass jetzt hier irgendwie ein Bonfire ist. Aber ich hab ja echt nicht mehr viel. Gut, ich hab noch meine Feuerhand, ne? Hm. Ja, vielleicht solltest du die vorher noch machen. Ey, die beiden kannst du theoretisch schon noch killen. Ich mein, klar, du kannst jetzt auch sterben dabei. Das wissen wir beide. Hm. Der Chat sagt zurück und leveln. Ja? Ja. Sagen überraschend viele. Ich mein, nimm die ruhig noch mit. Abhauen kannst du immer noch. Nee, ich... Ja. Scheiße. Also kurz... Wir sind wohl kurz vor dem Bonfire. Ja? Bloß keinen Fehler machen. Feuer war... Nichts mehr riskieren. Und immer zwei Schritte zurück. Jawohl, der ist so gut wie weg! Vorsicht, ich soll jetzt nicht... Keine Panik. Ja! Perfekt, man. Oh. Achtung! Alter, das war nicht in Ordnung. Nein! Oh, war das dumm. Das war echt dumm. Ich dachte, der wäre tot. Fuck. Ich dachte, der wäre tot. Und dann war der gar nicht tot. Der hing noch an so einem Zipfel. Aber du hast die Seelen eingesammelt. Das ist das Wichtigste. Ja, aber ich habe zu viel rumgespielt und zu viel... Dafür falle ich jetzt irgendwie vom Dach und dann ist alles weg. Nee, lass... Ey, bitte. Bitte mach jetzt genau wie eben vorsichtig. Okay. Nicht wieder in diesen Mod kommen. Okay, ich laufe da jetzt schnell hin. Nimm jeden Gegner ernst. So wie eben auch beim ersten Run. Sonst haben wir das gleiche Problem wie bei Demon's Souls, dass wir jetzt... Weißt du, was ich meine? Ja. Okay, ich nehme dich schon direkt ernst. Kommst du runter oder nicht? Wir brauchen halt das Geile ist. Wir haben ja auch... Du hast ja... Deine Feuerhand kannst du ja behalten. Hey, wenn du jetzt diese Seelen holst, ist es mir scheißegal. Dann gehen wir zurück. Bei denen haben wir wirklich 8.000 Seelen. Ja, hast du gesehen? Um die Ecke. Ja. Ich bin ein bisschen nervös. Du schaffst das. Ganz ruhig. Da kommen die Ratten. Sehr gut. Das waren drei. Ja. Oh, das waren drei. Ja, dann bewegen sie immer noch so, als wenn sie noch leben würden. Hier sagt jemand, wir sollen einen Heimkehrerknochen benutzen. Ist auch eine gute Idee. Haben wir den überhaupt... Aber wenn wir so nah dran sind am Bonfire... Na gut, wir gucken erstmal, wie wir gleich... Genau. Erstmal ganz easy jetzt, Step by Step. Keine... Unnötigen Risiken. Oh, er wird Flakon essen. Hier wird nicht Flakon gehen. Du kannst mir jetzt auch schon mal drüber nachdenken, wie dein Flakon zu schmeißen. Weil... Ja. Ist egal. Riskierst doch einfach nicht. Ich würde es jetzt schon essen. Okay, nachdem. Wenn du halt einmal in so eine Kombi kommst oder so, ey. Jetzt kommen ja auch noch die Pfeile. Ja, hast du recht. Oh, da ist noch einer. Ja. Alter. Bitte. Ich will mal einmal kurz Ausdauer sammeln. Ja, auch. Ey, jetzt seid so Bastarde. Hier bleib ich jetzt. Gut, gut. Jetzt mach schon. Mach schon. Okay, das war dumm. Ja, ich wollte irgendwie cool sein. Ist dein Flakon. Bitte. Trink dein Flakon. Ne, der ist dickflüssig. Das zählt auch als Essen. Tritt ihn. Jetzt mal ein Angriff. Ja, aber siehste. Tritt ihn. Dann mach ich den Move. Was passiert? Ich krieg was. Ich sag einfach nichts. Du machst das super. Du brauchst mich gar nicht. Tritt den Flakon. Tritt den Flakon. Hör bitte auf, Nils. Bitte. Unschätze. Du musst aufhören mit diesem Backseat Gaming gerade. Hör einfach damit auf. Ja, okay, okay. Okay. Geh da jetzt hin. Und dann hole ich die scheiße. Das muss ja klappen. Das wäre sonst mega unangenehm, wenn es nicht klappt. Hätten wir alles umsonst gemacht. Mann, das ist so nervig. Jetzt komm, mach mal. Komm, komm runter. Ich will halt, du weißt mal, ich will nicht hoch, weil die schießen. Ey, was ist mir da ein Feld? Wir müssen da ganz lang. Ja, stimmt. Lass uns das doch sparen. Das ist absolut recht. Ich hab auch gar nicht überlegt, warum gehen wir hier überhaupt weiter. Wir müssen jetzt aufpassen, dass ich nicht kaputt schießen. Das ist alles. Dass der Typ uns nicht hinterherläuft, da müssen wir aufpassen. Ich glaub, ich komm hinterher, glaub ich, wir schnell sind. Hinter dir was auch. Ich weiß. Da ist er, ja. Ich kann kaum was sehen. Das ist ein bisschen... Jetzt ist wirklich gerade ein Thriller-Ride. Oben sind drei. Unten waren zwei, oben sind drei. Immer noch nix. Da hat er durch meinen Schlag, mit dem ich den ersten getroffen hab, quasi durchgehauen. Plakon. Danke. Oh. Der da hoch, nett, ne? Sehr gut. Okay. Weißt du noch, Ader? Okay, und jetzt links. Oh, ich muss gegen den Typen kämpfen, ja. Ja, wir brauchen jetzt, wir haben jetzt unsere Feuerhand. Hier ist noch einer. Ja. Ich mag diesen Tritt auch sehr, aber wenn wir den verkackt, hat man eigentlich immer, kriegt man immer einen auf die Fresse. Ja, wenn er halt in dem Moment zusticht, befordert, klar. Ich mein, die warten natürlich drauf, ja. Ich hab schon... Ganz kurz, jetzt hast du die Feuerhand, wenn du willst, ne? Ja. Wenn du ihn jetzt lockst, und so, ne? Da. Da sind unsere Seelen. Wo sind unsere Seelen? Auf der anderen Seite. Hinter dir. 5.000. Okay, jetzt kann der Chat mal kurz eine Sache sagen. Sollen wir weiterlaufen oder zurück? Weil wir sparen ja schon jetzt... Oh Mann, jetzt auch noch doppelter Weg. Scheiße! Oh, bricht das ein? Bricht das ein? Nein. Hier sind auch schon wieder welche. Das Ding ist... Das wird dir einmal schwieriger. Exakt, also je weiter wir die Seelen tragen, wir müssten dann gleich den... Ich würde jetzt echt... Guck mal, ob wir so ein Homeboard-Bohnen haben. Okay, lass mich nur kurz nochmal, nur hier gucken nochmal. Vorne rechts, sagen die. Weiter vorne rechts. Weiter, just do it. Die drei sind die letzten. Okay, die Leute sagen, das sind die letzten drei. Aber die meinen hier, das meinen sie damit nicht. Ne, da wo du eben warst wahrscheinlich, oder? Lass mich kurz gucken. Ja, geh weg, geh weg! Nicht den Riesen jetzt machen. Das ist ein Riese? Will ich nicht, ich will nur das Item holen. Zwei Riesen, der kommt! Okay. Hau ab! Jaja, ich hau ab. Nicht da! Doch, 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 aber dann eben in die Richtung. Macht das Tor auf, das Tor geht auf, das große Tor geht auf. Oh, 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 oh. Hallo, hallo, hier kommt jeder, der was kann auch dran. Jetzt, ey! Wie lange wird er denn noch herkommen? Ich glaube, wir müssen nur diese Tür da aufmachen. Meine Güte! Da kommt der noch weiter. Ist der denn des Wahnsinns, dieser Typ? Für wen hält er sich denn, ey? Ja, was denn nun? Hau ab! Nein! Was macht er denn? Dieser wahnsinnige Lump. Hast du noch eine Feuerhand? Wir laufen jetzt zurück. Wir haben noch vier Feuerbälle. Du kannst den auch jetzt von hier oben bewerfen. Nein! Scheiße. Ist er noch da? Mir egal! Guck doch mal jetzt! Nein, ich guck nicht mehr! Doch! Stopp! Nein! Er ist weg! Keine Panik! Keine Panik! Pass auf, da ist die Abkürzung. Wir können das Tor... Du wirst beschossen. Wir können doch das Tor da aufmachen! Wir schaffen das jetzt! Das große Tor! Der Chat hat grad gesagt, das große Tor! Das hier, oder? Nee, das große! Ich, ich... Also, muss ich zurück jetzt? Oder welches... Das ist doch kein großes Tor! Das können wir aufmachen! Ich glaub, das hat der Chat grad gesagt, ich bin mir nicht sicher. Aber dann müssen wir ja doch jetzt hier kämpfen! Nee, also... Sonst komm ich doch nicht zum... Aber wir... Ja, wir versuchen's mal! Du kommst jetzt mal runter! Wieso läufst du da lang? Weil du doch gesagt hast, ich soll das große Tor... Nein, aber... Zurück! Dazu muss ich das doch erst mal... Wo du hergekommen bist! Zurück! Jetzt! Das ist jetzt die andere Rätzung! Da unten durch den... Durch die Treppe! Ich glaub doch jetzt nicht... Ja, aber da sind doch oben die beiden Spacken! Ja, aber den kannst du doch vorbeilaufen! Du meinst, ich soll die Treppe runter? Ja! Ich versteh... Wo du weggelaufen bist! Ja, aber da ist doch der Typ von dem, die weggelaufen sind! Ja, aber der ist jetzt hier abgehauen! Der ist nach Hause gegangen! Das sag ich jetzt! Der hat vielleicht ein Ticket gekauft und wartet... Siehst du? Siehst du? Ja, weil... Weil er langsam ist! Alter, Nils, er ist halt doch da! Ja! Das haben wir jetzt etabliert! Der schlendert nach Hause, weil er faul ist! Der schlendert nach Hause, ey! Ich geh jetzt hier zum Feuer! Na gut! Naja... Ich hab jetzt auch keine... Ich weiß ja auch nicht mehr, was ich jetzt... Ich will jetzt ankommen! Ich glaub, die Leute haben ja gesagt, wir haben's... Wir haben's fast geschafft! Wir sind zu weit, Nils! Jetzt ist vorbei! Der Simon wollte unbedingt wissen, was auf diesem einen Gebiet ist! Und da stellen sich raus... Sind diese... Extrem großen Ritter, die einen überall hin verfolgen! Deswegen gehen wir zurück zum Bonfire! Ah! Hier ist der Drache! Ja! Wie komm ich hier? Da? Stopp! Äh, Moment! Ganz ruhig! Da kam ich doch her, ja! Ja! Ja, ja! Und da geht's wahrscheinlich auch irgendwie... Da... Geht's noch irgendwie... Da links... Weiter auch! Und... So! Weiter wär ich jetzt runtergefallen! Wir können mit B die Leiter runterrutschen! Oh! Das ist gut zu wissen! Danke für den Tipp! Ja! Puh! Okay, aufsteigen! So! Ähm... Wir brauchen viel Stärke, ne? Für den... Ja, wir brauchen alles! Aber wir wollen das eine Schwert haben! Das ist 38 Stärke! Ja, das wird eh noch ne Weile dauern! Dafür brauchen wir auch Beweglichkeit! Wie viel haben wir denn noch? Nötige Seelen? Oh, ist das schon viel! Ja, Vitalität, Kondition ist auch immer gut! Also, bist du sicher, wir brauchen Beweglichkeit für das Schwert? Oder was war die zweite Option? Wir hatten irgendwas mit 16! Beweglichkeit auch, ja! Also... Ne, ich mach jetzt mal einen Moment! Ich mach jetzt mal Stärke, weil da weiß ich sicher! Und jetzt, fürs nächste Mal, guck ich mal nach! Nein, ich will's ja nicht nutzen! Dreieck! Äh... Viereck! Äh, doch du hast recht! Beweglichkeit 18! Ja! Sehr, sehr gut! Seidst du? Nein, nein, nein! Du spielst weiter! Das war schon so nervenaufreibend! Aber du kannst doch wieder die Leiter hoch! Du bist grad voll... Ich merk das, du bist grad voll panisch! Du bist noch... Dein anderer Linpegel ist noch so hoch! Das ist grad ein bisschen... Aber das hast du alles super gemacht! Wir haben die Seelen ausgegeben, wie viel haben wir? 803! Willst du noch mal... Ah ne, es sind nicht mehr die Hälfte! Ich überleg... Naja... Werdet menschlich entfachen? Die Leute wollen, dass wir das entfachen! Warum sollen wir das entfachen? Wegen dem Flakons, weil's dann... Mehr gibt! Wieso nicht lieber das andere, das neue dann? Ja, deswegen... Wir hatten... Also ich glaub, was wir nicht wissen ist, ob uns das schadet, wenn wir... Ob es ne... Ein Limit gibt an Feuern, die wir entfachen können! Genau! Zum Beispiel nur 10 und dann ist vorbei! Und sowas möchten wir nicht nochmal machen, so ein Fehler! Ja, genau! Also wir wollen jetzt nicht... Und das erste Bonfire direkt entfachen! Und dann haben wir keine Ressourcen, um das nächste zu entfachen! Weil wir haben uns gedacht, ey, das... Wo wir am häufigsten sind, oder beziehungsweise wo irgendein Gegner ist... Ähm... Wo wir... Wo wir viele Versuche brauchen werden oder so, dass wir lieber dann das nehmen! Weil bislang... Kommen wir ja einigermaßen durch! Ja, find ich auch! Und wenn wir dann später zu diesem nicht mehr so oft zurückkommen, dann ist das verschwendet! So ist unser Gedanke! Aber wie... Das können wir halt gar nicht einschätzen! Alter! Das hat mich jetzt gerade geärgert, dass die mich... Gebissen! Alles entfachen, alles abrennen! Gibt kein Limit, das ist gut! Aber warum hat man die da nicht von vornherein? Das ist Menschlichkeit! Ja, okay, aber wie viel... Also ist Menschlichkeit denn limitiert? Also muss man das irgendwo kaufen? Oder... Wie kriegt man die an... Wie kommt man da ran? Äh... Naja... Eieieiei... Mann! Falkon! Alle trinken ein Falkon! Wir haben übrigens auch so einen Speer eingesammelt! Ja, mir gefällt das Schwert aber irgendwie gut! Ich mag das Schwert auch! Ey, ich hab doch während du beschlagen hast, hab ich auch geschlagen! Das ist für mich eigentlich... Zumindest nicht mehr punktgleich kommen! Die Ratte hat gerade Menschlichkeit gedroppt! Soweit ist es schon, dass die Ratte mehr Menschlichkeit hat als wir! Ja! Na egal! Bump! Bump! Ich will an ihm vorbei! Hey! Endlich! ist ja eine scheiße gerade wir kommen nicht wirklich voran weil wir an diesen an dieser einen stelle immer abhängen ja wir hätten jetzt gerade wahrscheinlich ein bisschen wenn wir rechts lang gegangen wären da war noch die drei gegner danach werden feuer gekommen aber ist doch egal manche dinge muss man im leben häufiger machen so wie zum beispiel werbung und wir laufen währenddessen weiter oder da passiert nicht viel nee wir laufen weiter an die stelle wo wir eben waren also da da warten wir dann auf euch und lauft nicht weg ne also ihr seid mit uns ja hier ja euch ist hier nix so also bis gleich schon wilhelm der eroberer sagte die besten kollegen sind die im in heißen tagen ja ein eis vorbeibringen heiß und eis teilen sich nicht ohne grund ein wort ich habe gerade meine menschlichkeit zurückerlangt na ich habe gerade 500 kilokalorien zurückerlangt ganz ruhig wir haben es geschafft wir sind vorgelaufen ihr seht guck mal hier wir sind jetzt an der stelle und die hat ja gesagt entschuldigung jetzt ein bisschen fürs geschmatz aber schnell vorbei wir haben fünf stunden schicht heute wir werden nachher auch was essen müssen ich habe eine butterbrezel dabei na verdammt ich wollte beim bäcker und habe überlegt dir eine mitzubringen wollte dann aber nicht so viel geld für dich ausgeben okay er wollte nur wissen ob ich blüte ja was würdest du sagen dass ich das sehr lieb finde eine gedanke ist ja schon was werden ja das geläute ist übrigens von anderen spielern die quasi parallel zu uns spielen ich kann nicht essen und spielen gleichzeitig muss kurz noch warten wir brauchen echt mal eine schöne rüstung das ist doch guck dir jetzt doch mal den lappen an irgendwie mit seinen alten backsteinen backsteinen seines vaters um den hals das ist es hat kein style ist einfach kein style und wirklich sein da ist irgendwas mit seinem gesicht ist nicht in ordnung guck doch mal der sah doch nicht so aus als wir den ausgewählt haben da hatte der ein fröhliches gewinnendes lachen weißt du was ich glaube der ist nicht in seiner menschlichkeit deswegen sieht er so aus wie so eine mumie aus ich glaube wenn wir die menschen machen freut er sich wieder aber das ist auch nur spekulation man ist ja hässlich die nase auch was sind denn das für komische nasenrückenfalten ja das einfach ein vertrockneter alter leichnam so jetzt machst du dir auch noch weg hier junge mit neuer energie geiler typ mir macht das spaß noch ich hab das ich finde das war eine super idee das heute live zu machen auch wenn wir bei 31 grad wie die kellerasseln hier rum hocken der chat ist dabei ja da machen wir sind da mehr spaß und das ist mal wieder ach das ist schön einfach mal wieder ein bisschen so ein bisschen rumspielen ich finde das gut ja du ich auch morgen geht übrigens weiter mit detroit das spiel mit detroit durch denke wir sind auch fast am ende das noch als kleine nebeninfo das ist mir eben auch passiert man denkt er ist tot aber dann auf einmal ich bin doch nicht tot habe ich mir anders überlegt also wenn die leute ist also hier runter oder da rein okay erstmal rein ist das das gebäude wo eben auch die zwei krassen ritter waren aber wenn wären die links ne das recht aber was wir wollen ist da stehen sie was wir wollen ist und ist ihr habt gesagt nach den dreien ist schluss wir wollen die nicht sehen erst runter was wie war es da gibt es ein leuchter wo runter da rechts runter oder was oh mein gott da rechts hier darunter da vielleicht dahinten ich weiß es nicht ja ich denke das meinen sie deswegen bin ich da ebenso um die ecke geflüchtet ja hier sind wir richtig alle was war das eigentlich für ein koloss aus dem nichts mit seiner riesen morgenlatte ja ich dachte da geht es doch runter da ja ich habe den eingang gesucht bin völlig verloren alles verschwimmt das adrenalin verzerrt ist von meinen augen wow feier was ist das wer ist das der ist wunderschön da los leucht feuer du mal weiter hast du keine lust mehr ich will mal ein porschen machen warum ich muss auch mal ja aber es war doch ein wunderbarer das ist ja gegen die drei homies kämpfen das ist aber kein problem für mich haben wir denn aber wir haben wir nicht so warte mal also entfachen oder was soll ich das also muss ich jetzt entfachen würde ich das machen mach's mal wir sind auf jeden fall jetzt bei dem keinen entfachen also jetzt okay jetzt muss ich mensch werden erst ja erst das ausfüllung umkehren und dann ja mach das mal und dann entfachen ja auch die ausfüllung umkehren ja ein mensch das ist der will bei den ich kennen seinem schmunzeln jetzt entfachen mir das ist ich für kackeier wie jetzt ach so jetzt habe ich keine menschlichkeit oder was ist kein jetzt entfachen immer keine menschlichkeit aber du hast doch muss man in der menschlichen form menschlichkeit holen und dann entfachen dann eine humanity nehmen und dann entfachen wenn wir sein humanity item nehmen wir müssen wir brauchen menschlichkeit und jetzt können wir in welten werden wir hätten das und da menschlichkeit halte ein menschlichkeitspunkte okay da muss ich jetzt wohl benutzen und dann machen wir jetzt folgendes nehmen wir noch mal eine seele wir kriegen denn mit dem verlorener und toter hier ist jetzt ok aufsteigen ok dann können wir noch mal jetzt was ich kondition oder vitalität ja gut wir brauchen stärke und beweglichkeit das ist ja das allerwichtigste ja und wir brauchen kondition machen wir auch aber egal komm machen wir noch mal eine auf stärke sehr geil und dann können wir jetzt entfachen oder ich verstanden je höher die menschlichkeit ist desto höher ist wohl auch die wahrscheinlichkeit dass gute items gedroppt werden beweglichkeit ok so das war jetzt ok entfacht hast du ja aber auch doppelt wir haben zehn jahre das ist ja ok und jetzt hier kann man nicht her das ist ein riesen tor sowas haben nur endgegner ne ich glaube du kannst da hin ich glaube ich kann mich so vage erinnern da ist dann nur ein typ der da rum sitzt da ist kein jetzt noch keine gefahr da kommt man später vielleicht noch mal hin sobald dass man vielleicht die glocken geläutet hat oder so ich glaube da sitzt nur ein spacko links und viel mehr ist da nicht wie weit hast du das denn gespielt ne ich hab das offensichtlich doch ich merke gerade bis hierhin habe ich es wohl auch gespielt aber das ist so lange her und ich ich weiß dass ich an irgendeinem endgegner verzweifelt bin der zwiebelritter ja ich finde ihn sehr sympathisch ja aber der macht glaube ich nix der sagt nicht richtig sir onion siegmeyer das ist ein geiler name dann müssen wir das wohl für ihn aufmachen aber wie könntest du es jetzt aufmachen irgendwas vielleicht mit dem man die glocken läutet oder so ich dachte ich dachte du könntest es jetzt schon aufmachen oder so aber nee wir werden das schon irgendwie hinkriegen aber ich nehme mal an dass das leuchten der glocke uns auch ein hinweis sein sollte dass wir da versuchen hinzukommen glocken sind immer oben hier geht's nach oben so auch einmal nach unten ja lass von unten nach oben ein schmied ein schmied der ist wesentlich stärker als der alte kiste was soll das ich will mit ihm reden guck mal ja ok alles klar was kann man denn damit machen waffe verstärken ok wir können einfach mal nichts verstärken weil wir natürlich keine seelen haben aber theoretisch ist das langschwert warte mal das ist das was wir benutzen muss man anklicken ja ich weiß ok ausrüstung operieren wir haben ja das geil ist ja wir haben ja zwei langschwerter wenn das eine ein bisschen operiert werden muss dann können wir es auch ein bisschen nehmen ach das ist ja lustig im chat im englischen heißt es amazing chest der tipp vor dem amazing chest die brust nicht kiste deswegen die seltsame übersetzung der zu verkaufen kann man es alles nicht leisten kein geld Pfeile, Bolzen können wir uns kaufen ja aber das ist gut zu wissen weil wir müssen ja unsere ausrüstung hier so auf aufwerten das machen wir mal ein bisschen was genau bist du ok was ist das für ein Vieh abgefahren ein Doppelskorpion Blitzwesen äh pfff Frage wäre natürlich könnte man da vielleicht mit dem Feuerball ein bisschen Action machen oh ich meine jetzt habe ich egal ich meine ich könnte jetzt den angreifen oder die Typen da oben versuchen platz zu machen ich weiß nicht aber vielleicht wahrscheinlich ich meine ich habe jetzt nichts gemacht jetzt werde ich wahrscheinlich bei dem direkt verrecken also ich wette du kannst ihn nach ein paar mal angucken und tanzen mit ihm kannst du schon ach komm mal weißt du was wir haben hier keine Seelen mehr wir haben gerade das Leuchtfeuer da oben entfacht mach doch ich guck ihn mir jetzt einmal an ist mir jetzt scheißegal lass ihn nur nicht treffen und tänzel um ihn rum und dann guck mal was besonderes ich nicht kann aha kein kopf aber dafür riesengeweih auch ihm kannst wahrscheinlich den Schwanz jetzt abschlagen der sieht jetzt gar nicht so bedrohlich aus der kommt ja gar nicht dazu zu glitzen weg Achtung ich erwarte die ganze Zeit so einen Schwanz Schwinger mhm der Chat ist skeptisch ob wir das schaffen könnten alter 26 jetzt bin ich auch skeptisch oh sehr schön 102 ey das war sogar ein erkennbarer Klecks den du ihm abgezogen hast wir werden es mit den Feuerbällen alleine nicht schaffen aber guck mal du machst ganz schönen Schaden naja du also du wirst die nicht schaffen aber wir werden früher oder später kommen wir da ran wenn wir nur eine fettere Waffe hätten irgendwie okay Flas- äh hier Flakon oh oh Energie weg weg oh ja das ist echt okay das Vieh ist wohl eine Ausnahme der Schwanzregel laut Chat also nicht dass wir es versuchen würden aber wir könnten den Schwanz nicht abschlagen fast keine Energie mehr unbedingt nachladen ja Nils du hast ihn eigentlich man warum haben wir nur nicht genug von den Feuerbällen können wir die nicht irgendwie aufladen ne ja geil hat ja auch wirklich nur noch ein Bein und krebs da rum hat kein Kopf vielleicht hilft vielleicht hilft leise laufen und er sieht einen nicht oder so ah Ah, scheiße. Ich bin einen ganz kleinen Tick zu früh gerollt. Ja gut, mit ihm würde ich mich jetzt auch nicht nochmal anlegen. Also hier stehen jetzt, ihr sagt, wir sollen Brandbomben benutzen. Das könnte man natürlich auch überlegen nochmal. Ja, wir haben auch noch ein paar Brandbomben. Zusammen mit dem Feuer bellen? Also ich glaube, dass der schaffbar ist, wenn man dem die Feuer bellen, die Attacken von dem... Wollen wir es probieren nochmal? Ich würde es probieren, ja. Also was hat man ihn zur Hälfte anmähen oder was? Ja, da hat es ihn locker die Hälfte anmähen, aber die Feuer bellen haben auch sehr viel abgezogen in Relation aber zu den anderen Dingen. Die haben leider echt wenig gebracht. Oh komm, ernsthaft? Ich bin immer zu kurz. Nein, doch. Nein, ich wollte doch nur... Puh, hast du das Schild hochgerissen? Ja, am Ende noch. Das hat dich gerettet. Ja, ganz knapp. Ich habe das Gefühl, der sieht mich nicht. Also auch. Er schlägt manchmal wirklich komplett in die falsche Richtung. Keine Höhne, die ist mehr. Ah, okay, ja. Okay, wie kann ich jetzt kurz nochmal gucken? Gehe mal runter. Wie kann ich hier jetzt meine... Müsste sie ausrüsten, die Brandbomben. Ups, Moment. Ah, aber hier bin ich geschützt ein bisschen durch die... Ich trau mich nicht. Ja, jetzt hat es mich wieder geschützt. Ja. Soll ich hier bleiben mal? Ja. Okay. Wenn, wenn dann jetzt... Das sehe ich nur über den Boss. Äh, weiß ich nicht, statt der... Irgendwo... Nee, nicht da. Weiß ich, musst du die vielleicht... Da. Brandbombe. Ja. Und dann musst du nach unten im Digi-Kreuz. Das ist, glaube ich, ist gut. Aber hat die nicht noch eine hier. Die haben schwarze Feuerbombe. Ja, unten im Digi-Kreuz, genau. Ja. Ist gut. Und... Wie kann ich die werfen? Ja, mit dem Viereck dann. Ah, komm, ernsthaft? Ausrüsten und dann Viereck. Du musst auch noch mehr ran, sonst... Kacke! Sieht gut aus. Sieht gut aus. Okay, das sieht gut aus. Wahrscheinlich kommt gar nicht... Ich kann nicht ran suchen da, wenn du unter ihm stehst. Brauchst du immer unter durch. Sieht sehr gut aus. Ah! Ah, war zu gierig. Ich habe ja meine krassen Kämpfe in Nioh, habe ich mit dem Stein beendet. Weiß ich gleich. Jetzt nicht, irgendwie nicht gierig werden, bitte. Ja. Du musst ihn noch ein- oder zweimal treffen. Mann, es ist wirklich nicht einfach, an ihn ranzukommen, ne? Ja, ist gut, ist so gut, ist so gut. Oh, oh, hier ist die Säule. Ja, jetzt, da hast du ihn gleich. Ja. Einmal noch. Oh, shit. Muss das denn jetzt so kompliziert sein beim letzten Mal? Doch noch einmal. Den letzten Brandbomben. Dämonen-Titanit. Geil. Können wir jetzt leveln schon? Bevor du... Soll ich zurück? Entweder... Ja, oder zum Schmied mal gucken. Vielleicht können wir die Waffe aufleveln und so. 89 Mark zurückbekommen. Jetzt würdest du ihn gerne verstärken. Unser Langschwert, meinst du? Ne, das. Ja? Ja? Das ist einfach nur 200 Mark, ne, unmittelklappende Scherbe. Ja, wieso nicht? Und wir werden es noch eine Weile haben. Machen wir auch noch. So, jetzt könnten wir noch einmal, könnten wir noch. Ja, mach du. Geil! Oh, ich mag das, Sachen zu verstärken. Ne, sag! Ja, nice. Ja. Brauche ich noch abspeichern? Nein, brauche ich nicht, ne? Aber... Gibt es eine Seele noch? Nein. Ne, was war denn auf der anderen Seite da? Ähm. Ja, unten meinst du. Ja, also du könntest theoretisch nochmal ans Feuer gehen, dann kriegst du die fünf Flasks zurück, weil da ist ja kein Gegner in der Zwischenzeit. Ja, aber da lande ich eh wieder. Was war das denn da geiles? Geh gleich noch hin, ne? Na, hier durch? Ne. Nur gucken, nicht grapschen. Schade. Die leuchten jetzt den Weg. Das ist denn ein Baum. Baumwesen. Hack, hack. Macheten-Style, ey. Boah, 1.500 hat nachzusehen. Die hätten... Was ist denn? Die hätten jetzt genug für ein... Nein, nicht ganz, glaube ich. Äh, ich gehe gerne nachher bei der nächsten Gelegenheit wieder zurück. Okay, jetzt bin ich hier falsch gegangen, aber es gibt ja auch kein richtig und falsch. Tack, hack. Geh der jetzt mal lang. Das sieht schon ganz geil aus. Was gab's denn die mit dem Zoo jetzt nicht? Ja, was schönes. Äh, pflanziges. Das ist so ein Dödel, Mann. Hol ihn dir. Schnell. Schnell. Ja, wir waren... Genau die Sekunde, die wir gebraucht haben, um es zu raffen. Aber wir kommen da nochmal hin. Das kannst du dir schon mal merken. Jetzt haben wir bei Demon's Souls tausendmal gesagt, wir müssen das hingemacht. Aber wir haben auch eine gewischt. Ja. Warte, ist da noch einer? Nee, du kannst hier rechts auch nochmal runter. Hier. Geh erst mal da unten. Da läuft. Nee, ist eine Seele, glaube ich. Aber ich renne mal hin. Nee, ist eine Seele. Oh. Die würde ich mir mal angucken. Alter. Und einen Langbogen haben wir. Geil. Langbogen, nice. Müssen wir den nicht kaufen. Okay. Das war schon richtig. Da, Langbogen. Ah. Was fehlt uns denn für den? Ah, 14 Beweglichkeiten. Na gut, da kommen wir noch hin. Nee. Langschwert. Okay. Wollen wir nicht mal ein anderes Schild probieren langsam? Ja, die lag ja im Gewicht, wenn wir das so tragen können. Ähm, ich würde aber gern nochmal... Keine Fat Roll, das ist eine Normal Roll. Also es gibt wohl, was wir haben, Normal und Fat Roll. Ja? Du wolltest... Äh, achso, die Klamotten würde ich mir gerne mal angucken. Also die Lederrüstung. Ach stimmt, das war eine... Da. 4,7. Du machst das so schnell, ey. Ich will gerade mal ausprobieren, wie das gleich... Achtung, Rolle. Moment. Sicheren Platz finden. Rolle. Das ist ein bisschen langsamer, oder? Ja, also ich würde das nicht so spielen. Hast du denn jetzt irgendwas anderes noch ausgerüstet? Nee, ne? Nur die Lederrüstung, oder? Ja, nur die Lederrüstung, ja. Steht hier unser Gewicht irgendwo... Belastung. Also über 50% kriegst du die Fat Roll. Also bei 25, 27,5. Wir haben aber nur 8,5. Ist doch eigentlich ganz gut. Hm. Wenn ich das jetzt alles wieder wegnehme. Umso mehr merke ich. Oh Gott, wie wir aussehen. Das gefällt mir aber. Wir sind wunderschön. Na, die Rolle ist schon deutlich besser. Ich bin überfragt, weil ich nicht weiß, reichte mal für diese Lederrüstung. Ist die schon zu... Oh, nee, die geht. Ja, sieht doch gut aus. Okay. Die könnte man schon mal behalten. Wollen wir dann vielleicht noch einen Helm mal ausprobieren, oder? Nee. 2,8 oder... 2,8. Können aber auch hier welche nehmen. Schwere Stiefel mal ausprobieren, oder... Siehst du? Das sieht ganz gut aus, ja. Jetzt eine Sache noch ausprobieren. Und zwar könnte ich nicht jetzt auch das... Aber das hatte ich ja schon gerade. Das ist genau das, was dann zu viel ist. Ja. Krass. Darin liegt es am Ende. Ja, aber immerhin. Immerhin. Äh, apropos. Wie komme ich denn hier jetzt wieder raus? Wir sind gefangen. Ja, irgendwo kommen wir sicherlich immer runterrollen. Kommen wir hier runter? Das ist so... Ich sehe hier nur so latent grauen, grünen Matsch. Ja. Ja. Das ist die Antwort. Aber Energie verloren. Gar nicht geil. Dort in der Ferne leuchtet was. Das ist eine Falle. Oh, ich glaube, ich weiß, hier bin ich immer verreckt. Ja, hier bin ich verreckt. Genau, die Eistypen. Das ist die Stelle, wo ich aufgehört habe. Echt? Hier warst du schon? Bei denen ich weiterkam und hier hoch. Wenn du jetzt hier rechts hochläufst, ist dann auch noch so ein krasser Ritter in einem Turm, der mich wahnsinnig macht. Exakt, ja. So ist es. Ah. Geh weg. Verdammt, da ist. Wer? Ich weiß natürlich nicht, wie stark ich jetzt bin. Vielleicht ist das hier perfekt, hier mit dem Feuerball. Nee, wir haben ja keine mehr. Kein Feuerball mehr. Der kommt hier doch gar nicht rein. Da sind wir voll sicher. Oh, er rammt. Wir sind einfach tot. Kein Problem. Ja, aber du hast gesehen, wie viele von denen rumstehen. Ja, aber du bist mega stark. Ja, wenn das wirklich Eis ist und nicht Kristall, dann wäre natürlich Feuer auch schon richtig gut. Aber es sieht eher aus wie so ein Kristall, ne? Ich weiß nicht, was da hier Resistenzen hat. Aber ich könnte einfach hier warten, bis er mal vorgesprungen kommt und so. Ja, mit ein bisschen Geduld kriege ich ihn. Er hat auch leider keine Hände, ey. Der kann nicht mal vernünftig sich den Popo abwischen. Ich kann einfach zustoppen. Den Stumpen rein. Das ist alles, was er kann. Das ist alles, was er ... Das ist alles, was er öffnet. Das ist alles, was er braucht. Was war das? Ein plumper, dummer Move von uns. Aber irgendwie auch geil. Ist doch halt so. Und da hinten ist noch ein Drache. Genau, das ist noch der Killer. Hier ist der Ritter, auch wenn wir jetzt nicht wissen, wie wir da reinkommen. Hier sind diese Eisspaggos. Und dahinter ist noch so ein riesen Feuerball-speiendes Irgendwas-Wesen, was uns sofort tötet, sobald wir in die Richtung gehen. Da, siehst du? Oh ja. Ach, das ist so eine Hydra. Medusa, Hydra, ja, ja. Und gleich mehrere Eisbälle, nicht Feuerbälle. Na gut. What? So. Und was mache ich denn jetzt? Kleiner Tor. Geht's hier links lang? Nee, auch nicht. Nee, ich kann nur... Ich kann jetzt die beiden wieder zum Tor locken und sie da erledigen. Das kann ich vielleicht anbieten. Das würde ich auch mal ausprobieren. Warum nicht? Oder? Alter, hast du es gesehen? Der hat den auch getroffen. Der hat den auch getroffen. Echt? Ja. Hat der... Der hat 200 ihm abgezogen. 200 Socken. Kannst ja immer nur durchsprinten. Dann macht die das für uns. Na gut, das war natürlich jetzt extremes Glück, auch gerade, dass sie getroffen hat. Aber ich denke, dass das so gedacht hat. Das kann man schon, wenn du die Schusslinie und da so langläufst und dann... Ich finde sie auch unnötig aggressiv. Schieß! Jetzt will sie nicht spucken. Ich finde sie auch unnötig aggressiv. Und? Ja, erwischt. Geil. Das ist wirklich der Tanz auf dem Vulkan hier. Ach, da habe ich doch schon was spritzen sehen. Ja, sehr geil. Geil. Die sind gleich down. Das ist ja super gut. Der erste ist down. Oh, da weiß ich gar nicht, wie geschieht. Da kommt noch einer. Dann brauchst du den mal einmal hauen jetzt. Okay, nice ey. Glaubst du, die bleiben weg? Ja. Ja, die haben ja so einen weißen Stampf gehabt jetzt. Und die bleiben weg. Den machen wir noch. Und unser Preis wird ein bisschen Werbung sein. Oh, hast du das gesehen? Das war ja voll unmöglich, so was. Der lässt sich da einfach mal so ein Tannenbaum am Arm wachsen. Das ist eher für ein Ultra. Der kann Sachen, die die anderen nicht... Wo ist der Wassermann? Wasserballkopf. Hydra. Helfen Sie. Hilfe. Ja, jetzt nicht. Ich würde gerade dringend... Die Hydratillerie. Hydrant. Oh, oh, jetzt muss ich weg. Jetzt muss ich weg. Jetzt muss ich weg. Jetzt muss ich krass weg. Erstes Flask. Erstes Flask. Rettet ihr den Arsch. Immer wieder. Kommt er mit? Sicherheit. Jawohl, da kommt er in die Falle. Ist er da? Ist er da? Wenn man mal will, dass sie hinterher kommen. Komm, los! Die haben alle keine Resistenz gegen Käse. Da hat er einen Move gemacht. Da hat er gedacht, das bringt jetzt was. Tut es nicht. Klug. Und. Hoffentlich kommt er mit seinem Kristallschwert nicht hier in die... Eigentlich wäre es perfekt, ne? Damit könnte er so schön da so rumstochern. Die sind ja eigentlich ganz süß, ne? Die Dinger. Das könnte auch so eine He-Man-Figur sein. Tschüss. Ah, wir sollten Spieltester für From Software sein. Wir finden jede Lücke. Kein Schieß wird zurückgelassen. Ah, super. Aber erstaunlich wenig Seelen dafür, dass das so riesige Klotze sind. Ja. Aber da hinten liegt was Geiles. Oh Mann, aber direkt am Wasser, Vieh. Wir machen kurz Werbung, ja. Ich bleibe hier, oder ich geh zurück. Feuerball, Wasserball. Ich springe. Weg. Okay, ich lauf zurück und wir leveln ab, oder? Oder was hast du für... Ja, können wir machen. Oben geht's ja auch noch. Da ist eine Seele da hinten. Die willst du unbedingt haben, aber da kommen wir nicht hin. Nee, ja, ja, dann riskieren wir das nicht, okay. Ja, dann lauf du zurück ans Feuer. Das kennt ihr ja, da verpasst ihr ja nichts. Wir sehen uns gleich nach der Wehung wieder. Wir werden ein Level abmachen. Nice. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freu mich sehr. Simon ist grad noch irgendeinen Kaffee holen oder so. Schau mal hier. Was wir hier entdeckt haben. Wir sind hier so rumgewieselt und haben hier ein Leuchtfeuer entdeckt. Ist das nicht geil? Guck mal hier. Das ist ein Leuchtfeuerchen und wir haben das auch schon aufgewertet und sind jetzt hier quasi schon bei zehn, also haben das hier schon auf zehn Plakons gemacht, das Ding. Oder sind wir einfach hier? Ah, haben wir alles richtig gemacht schon, ne? Haben das gefunden. Und vielleicht können wir jetzt auch... Oh, uns fehlen 400. Oh, nee. Da draußen ist ein Feind, aber der gibt hier wahrscheinlich nicht so viel. Haben wir noch einen Scheck? Ich glaub nicht, wir haben so einen kleinen. Das sollte man aber echt noch machen jetzt. Nee, große Seele. Oh, wenn die 400 bringt, reicht das. Schau mal, könnte reichen, ja. Oh! Ah, nice. Fast zu viel. Aufsteigen. Okay. Ja, wir müssen dann ja irgendwie auf Sicht beides, ne? Sicht ist richtig? Beweglichkeit und Stärke. Und Beweglichkeit verringert, glaub ich, auch die Casting-Dauer unseres Feuerbaus. Okay. Was halt auch so unwichtig ist. Let's go with it. Wie viel brauchen wir? 600 haben wir? Brauchen... Oh, Mann. Wird echt... Wird schon schwierig. Beides ist natürlich, ne? Beides zu leveln, Stärke und Beweglichkeit, sagt man ja mal als doof, ne? Man soll sich auf eins konzentrieren. Ja gut, aber wir brauchen ja so oder so. Wir haben ein Mindestmaß an Leveln, die wir brauchen. Und die kriegen wir uns auch. Die holen wir uns. Was meinen die eigentlich? Hier sagt jemand, Konditionen so schnell wie möglich auf 40 bringen. Ja, okay. Ach, schwierig. Ja, irgendwie alles, ne? Irgendwie soll man alles immer auf 40 oder auf 1000 bringen. Ja. Bist du sicher, dass du nicht nochmal spielen willst jetzt? Ja, natürlich will ich spielen, aber ich will regulär spielen und nicht, ähm... Ja, ist doch egal. Also, spielt mal ruhig. Wichtig ist das Spiel und dass es gespielt wird. Okay, nur so für uns zur Rekapitulation. Draußen ist noch ein Feind, dem sind wir entkommen. Oben ist immer noch die Wasserhydra und jetzt sind wir hier aber irgendwo ganz an. Ah, was ist denn das für ein... Anheber? Nein, der ist sicherlich unwichtig. Ja. Weißt du noch, früher, als der Chat immer Hebel, Hebel, Hebel geschrieben hat? Ja, da hat der Chat noch aktiv mitgemacht. Weißt du noch, das war noch Zeit. Da war der noch, der macht noch Freunde. Wer von euch war eigentlich da in der Hebelzeit dabei, als der Chat immer Hebel... Wer hat das denn geschrieben? Erinnert ihr euch noch? Ein bisschen noch. Da kommen sie, die Hebler. Es gibt ja sogar ein Hebel-Emoji-Kind, das wusste ich gar nicht. Leute, wir lesen den Super-Chat. Wir lesen sowohl Twitch als auch YouTube. Keine Sorge, wir kriegen all euren wichtigen Sermon mit. Ah, damit geht's dann wieder. Moment, aber wenn ich jetzt hier... Dann haut er doch ab. Ja, aber ich wollte wissen, ob unter dem Aufzug noch was ist. Achso, das ist natürlich klug. Wir haben nie rausgefunden, ob bei Demon's Souls unter dem Auszug am Ende irgendwas ist. Oh, was ist denn das für ein Lump? Ja, komm, Drachen. Was? Wieso? Drachen. Wir haben doch gerade ein Dings bekommen, ein Bonfire. Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich mich direkt jetzt mit 1, 2, 3, 4, 5 Drachen anlegen muss. Wie 5 Drachen? Warte mal, da ist einer. Mensch, bin Nummer 4. Und nochmal. Okay, aber was sind denn das für komische Typen, ey? Die gehen so auf zwei Beinen, das sind so Menschendrachen, Wehrwolfen. Das sind keine richtigen Drachen. Wehrdrachen. Ja, okay. Ach, guck mal hier, die können ja gar nichts. Da hätten sie nur noch 5. Hast du gerade gesehen, wie wenig ich ihm abgezogen habe? Und dann sagst du, die können gar nichts. Ja, es war... Zumindest viel aushalten können. Ironie ist dir ein Begriff? Glaubst du, der ist jetzt abgestürzt und gestorben? Ja? Du Lappen, ey, das ist ja nicht zu glauben. Weil wir die Besten sind. Wie geil, er hat Flügel, Alter. Er hat original Flügel. Äh, ich will nicht mehr. Ich kann fliegen. Geil. Ist das geil. Wir haben es halt einfach drauf. Den trete ich jetzt hier einfach runter. Tret ihn bitte. Ich hab getreten, ich hab getreten. Er hat leider nichts gemacht. Aber ich hab getreten. Betreten ist treten. Oh oh. Oh oh. Na gut, wir haben ja einen Bonfire. Ich wollte da nicht vorbei, aber seine Hitbox ist zu dick. Du kommst da nicht dran vorbei. Oh, da stampft er wieder weg. Ja, okay, aber das war sehr lustig. Das war echt lustig. Ach, so ein Feier, ne? Plötzlich macht das Spiel direkt wieder Spaß, weil man weiß, man muss nicht von vorne anfangen. Ja, das stimmt. Aber, okay, also, da sind jetzt diese... Lachendrachen sind das, ey. Lachendrachen. Die kann ich natürlich jetzt auch nicht einfach so platt machen. Was gab's denn noch in der anderen Richtung? Ja, oben ist diese grüne, grünen... Also, ganz oben war noch ein grüner Weg, den wir nicht gegangen sind. Und dann gibt's oben ja auch noch immer die Möglichkeit. Wir wollten ja eigentlich... Du erinnerst dich, wir sind ja runtergegangen. Wir wollten eigentlich hoch zur Glocke. Wobei, ja, das ist aber auch... Ich glaube, es ist egal, wo man hier lang geht. Wie viele Seelen hatten wir? Hatten wir schon über 1600 Seelen wieder? Kann das sein? Ne, ich hab ja... Ich hab 1000 bekommen, 1100 hatten wir, also. Ja, hol sie ruhig. Du kannst den einen Drachen ja mal versuchen... Ich kann's ja mal probieren, aber das ist... Ich kann's ja mal probieren. Ich hab nur keinen Bock, eine Stunde zu gucken, jetzt einfach so ein Drachen zu machen und dann bin ich wieder klug wieder zu. Achso, du meinst jetzt... Ne, du kannst auch gerne... Ne, du kriegst von mir einen to go, so. Kannst du, wenn du jetzt beim Drachen stirbst, kannst du gerne nochmal machen. Das ist nicht... Aber die Seelen wären schon wichtig. Wir haben einen Aufzug. Wir haben einen Aufzug. Ich möchte gerne einmal hinunter. Dann bist du wieder tot. Immer ist das so. Ich hab gerade die Menschlichkeit wiedergeholt. Bringt nichts. Man ist sofort tot. Ja. Ich hab auch nicht viel mehr Schaden oder so gemacht. Es hat keine großen, gefühlten Auswirkungen gehabt. Das würde mich natürlich interessieren, ob man den Drachen mit Feuer erledigen kann. Oder ob das eher der Klassiker ist, dass das... Ach, wie, ist der wieder da? Hatte der nicht auch einen weißen? Nö, wir haben ihn ja nicht gesehen, wie er gestorben ist. Den ersten... Komm, den kannst du aber... Da kannst du auch dran vorbeirennen, zumindest. Jetzt bin ich gespannt. Oh, oh. Feuer gegen Blitz. Ja. 71. Das bringt gar nichts. Doch, doch, doch. Aber in dem Moment gerade hast du ihm viel was abgezogen. Ich glaube, es liegt daran, weil er gerade selbst gespritzt hat oder so. Ja, siehst du? Bringt aber auch nur 71. Ja, also... Also, ist egal. Echt gesagt. Also, ich meine, ich hab natürlich hier eine gute Position gesagt. Ah, shit. Ah, shit. Ah, idiot. Alter, zieht er dir aber die Hälfte der Energie ab. Aus seiner Perspektive bist du so ein lächerlicher Gegner. Meiner Perspektive ist er auch ein lächerlicher Gegner. Jawohl. Jawohl. Message ist stecherei, ey. Stech. Feige Sau. Komm her. Ui, 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 ui. Willst du die Seelen vielleicht holen und abhauen? Oh, den Flakon brauchst du auch noch. Flakon... Oh. Nein! Oh, ich spring... Hast du gesehen? Oh nein, nein. Ich krieg ihn doch. Ich will ihn doch kriegen. Oh. In den Tod hinein. Ja, mach nochmal, komm. Aber dann geh jetzt woanders lang. Ich glaube nämlich, dass wir hier noch nicht hin sollen. Aber der, ja, aber der kann ja nichts. Ich bin ja nur... Oh Mann, ey. Ich hätte ihn gekriegt. Shit. Die vier da hinten kriegt man natürlich nicht. Ach, shit. Ich wollte schnell nach oben in den Gang rein und mich einmal heilen. Und dann springt er da in dieses... Du hast jetzt nichts falsch gemacht. Das ist halt auch ein Gegner, der zu stark ist. Oh, genau, da ist der andere. Was war jetzt das denn nochmal? Das ist der, der mir hinterhergerannt ist. Der mich zum Bonfire... Das hab ich gar nicht mitbekommen. ...gelockt hat. Ja, ich weiß. Das hab ich gemerkt. Du warst nämlich überhaupt nicht beeindruckt, dass ich dem entkommen bin. Nein. Ich war da ein Bonfire und so. Das hat mich alles nicht interessiert. Nein, weil ich dachte, das... Das war Werbepause. Ich dachte, du läufst nur zu... Oh, Nils, was hat dir denn die Wand getan, ne? Da kam's nicht mal zum Casten, ey. Und? Oh, oh. Bleib hier, bleib hier. Na, das dauert zu lange. Nein, ey, macht doch das Gleiche. Ja, ich dachte, ich kann ihn mal überlisten. Und jetzt. Mal wischen. Nein. Aber es ist okay, er ist ja noch zwei. Ich hab doch das Bonfire direkt da. Ja, aber dann kriegt er doch auch wieder volle Energie. Mach er jedes Mal das Gleiche. Das Timing ist sehr schlecht jetzt. Das töd ich dich so. Ist mir egal. Komm, komm mal her, hier. Komm, komm. 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 Wir gucken uns gleich mal eins der Schilder an. Wir haben nämlich vorhin da unten ein Grasscrest-Shield eingesammelt. Das hast du, glaube ich, gar nicht mitgekriegt. Und das scheint gut zu sein. Da müssen wir gleich mal reingucken. Oder vielleicht dauert es auch noch ein bisschen länger. Ja. Warum? Was soll ich denn sonst an deiner Meinung nach machen? Du bist vor dem Weg. Ich will nur, wie die Bahnansage, die ich schon sehen kann. Du setzt mich voll unter Druck, ey. Ich hab gleich, was hab ich denn gemacht? Du bist schon wieder mit deinem passiv-aggressiven ... Oh, mal gucken, wie lange das noch dauert. Nee. Ich will nur, wie die Bahnansage, wann die Bahn eingefährt. Wenn ich sehe, die Bahn hat gerade einen Triebwerkschaden und da sind Personen auf dem Gleis, dann kündige ich schon mal an, dass es sich vermutlich verspäten wird. Du darfst noch mal. Mach ihn alle jetzt. Mach ihn, Junge. Guck dir aber wirklich vorhin den Schild kurz einmal an. Nur damit die Leute aufhören, das zu posten. Scheinbar ist der mega gut. Und diese kacken ... Da, Graswappenstil. Vielleicht können wir das ja benutzen. Ja. 95% physisch. Bisschen schwerer, aber geht. Könnte gehen. Aber das andere hat 100% physisch. Ja. Nur der Drache und Co. machen natürlich mittlerweile auch Magie. Aber ja, du hast recht. Ja, du hast natürlich recht, ja. Ja, aber physisch ist auch schon wichtig. 70 Feuer ist natürlich ganz geil. Das muss ich tatsächlich zugeben. Ähm. Was haben wir denn noch? Oh, das Schild regeneriert Stamina. Wir sollen es das mal durchlesen. Nils, immer musst du die Lore wegdrücken. Da. Da. Aha. Wenn du die Ausdauer erinnern hast, ist das nicht ganz geil. Was ... Drei Stärke, wir könnten natürlich ... Das hab ich gern. Ich hatte jetzt Fat Roll, ne? Dann mach mal die Kapuze runter. Kann man auch ohne Kapuze? Nee, geht nicht, ja? Musst du irgendwas tragen? Nö, abmachen. Gewicht 1,1. Vielleicht ist die genau das, was man ... Nee, kann man schon mal nicht mehr abwählen. Ähm. Ja, da musst du irgendwas anderes halt. Vielleicht die Stülpen oder die Schuhe oder ... Ähm. Das ist ärgerlich. Kann man nicht Status umschalten. Gegenstand ablegen. So. Dann haben wir nur noch unseren schönen Kopf. Das ist aber so ein Mid-Roll, ne? Das Interessante ist, dass jetzt kein ... Das ist ein Mid-Roll? Das ist doch superschnell. Das ist die ... Quick-Roll. Ähm, laut Chat. Das ist das jetzt ... Das ist eigentlich kein Spoilern, find ich nicht. Aber ihr sagt uns, und ich hab's jetzt mehrfach gelesen, dass das Schild wohl mit das beste Schild ist, was man haben kann. Okay. Oder das ist, was man auch bis zum Ende benutzen sollte. Was ich sehr interessant finde. Komm. Äh. Oh. Ja, das ist ... Ich bin ja auch an ihm vorbeigelaufen. Der ist natürlich schon ein bisschen heftig. Du könntest versuchen, ihn runterzukicken. Das ist ein bisschen schwer. Warte mal, ich muss jetzt mal so ... Du kannst auch viel machen, indem du ... Nee, das wird nicht ... Ich hab ihn erwischt. Ich glaub, es ... Nee. Draußen sind ja diese engen Pfade. Da kannst du ihn, glaub ich, ein bisschen besser ... ... in die Enge locken. Oh. Jetzt hat er einmal kommt da hier an. So. Wenn er sich vorwärts bewegt ... Boah, jetzt macht er das doch immer ganz schnell. Jetzt haut er wieder ab. Das Timing ist ... Mann, Simon. Nein. Ich versuch, er bewegt sich vorwärts. Guck mal, eben ist er gelaufen. Ja, aber wie oft willst du das noch machen? Mann, ich will das Timing richtig hinkriegen. Verstehst du das denn nicht? Mann, ich ... Du musst mich wahnsinnig. Du hast mich in die Situation gemacht, dass der da steht. Was soll ich denn machen? Darf ich also nix mehr sagen? Gut. Doch. Aber ... Okay, du hast ihn einmal getroffen, Nils. Simon. Entschuldigung. So. Ich geh weg. Simon. Das macht mich völlig ... Ich versuche, gar nix mehr zu machen. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt nicht spiele. Oh Mann, das ist aber ein ... Wacko. Der steht jetzt hier einfach am Eingang und lungert. Da muss er dann plattnach. Ich meine, da geht's auch unten. Ich kann auch weglaufen vor dem. Ich weiß aber nicht, wo es da unten hingeht. Das ist eine Sackgasse, glaube ich sogar. Ich glaube, das ist keine gute ... Sache. Ich glaube, da lag das Wappen. Ja, das Schild. Ah. Komm doch! Komm! Oh ja. Und jetzt nochmal. Das ist gut. Shit. Komm. Schön. Jetzt nicht ungeduldig werden. Du hast ihn ja fast. Das sind starker Gegner. Da war extra eine Textwarnung davor. Da stand, Achtung, starker Gegner. Flakon. Oh, Flakon. Gut. Das kann er nachher auch ans Bonfire. Der ist dann ja weg. Dann bin ich ja so ein bisschen großzügig gerade. Oh, toll. Blauer Brot. Das war ein Kampf. Jetzt geh ich dir zurück. Du, 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 du. Das war doch nicht 1.830 für den Level Up. Wollen wir eventuell hier wieder raus? Weil ich habe das Gefühl, alle Gegner hier sind zu stark. Ja, deswegen haben wir ja den Typ hier platt gemacht, damit wir hier irgendwo ... Ach, man sieht hier so schlecht. Nee, wirklich, da ist nichts. Da war ich ja eben. Genau, also oben lang, ja. Eine Leiche, du musst oben lang und dann weiter hoch und dann jetzt links irgendwann in die Wand wieder rein. Ist ein bisschen schwieriger. Vielleicht kommen wir auch nicht heim, weil ich ja hier runtergeplumpst bin. Vielleicht gibt es den Rückweg so gar nicht mehr. Das fände ich aber ehrlich gesagt. Aber noch sieht es gut aus. In Ordnung. So. So, da sind wir noch hergekommen, oder? Ja? Mach! Nochmal, kurz, kurze Schläge. Jawoll! Funke, Titanic. Geil! Und ein Raum. Oh, ich habe ihn in der Hand! Ich habe ihn in der Hand! Bleib an meiner Hand, bitte für immer! Die Sicht ist nicht so gut. Das ist uns egal. Ich sehe nicht so viel. Wir haben ja auch komplett in der Oberwelt sozusagen die Kathedrale und alles noch gar nicht erforscht. Da, wo der Morgensternritter war. Ja, eben. Die größeren Ritter. Da müssen wir auf jeden Fall jetzt mal hin. Die Glocke ist es. Ja, das war wahrscheinlich hier schon ein Abstecher in einem Gebiet, welches noch nicht für uns vorgesehen war. War hier nicht irgendwann mal so ein Baum gelöst? Jetzt kommen die Bäume. Ja, da sind sie genau. Aber das heißt ja immerhin, wir sind auf dem richtigen Weg. Weißt du was? Ich habe keinen Bock, mich mit dir zu schreiten. Die können ja zum Glück, die wehren sich nicht so richtig. Da ist ja noch einer! Wie die echten Bäume. Da ist ja noch einer! Den habe ich gar nicht gesehen! Der lutscht ihn gerade an! Ja, ich komme nicht gesehen! Der saugt dir das ganze Knochen auf Hül raus! Ich habe den nicht gesehen! Ich auch nicht! Das ist ein Baum! Ich dachte, das ist nur einer! Der versteckt sich da und macht einen auf Baum und auf einmal frisst er mich auf! Ach, ich habe den nicht gesehen! Das ist echt ärgerlich gerade! Ich muss tatsächlich sagen, dass wir hier gerade nicht so viel erkennen. Aber das war dumm! Vampirbäume, was es nicht alles gibt! Damit kannst du ja nicht rechnen! Dafür nehme ich einen Schluck Wasser! Naja! Schön die Seelen nicht vergessen! Wir haben da... Stimmt! Du hast ja auch den Riddersmann gelegt! Die will ich schon mitnehmen! Das ist ganz schön weit oben! It's a long way! Ich weiß gar nicht... Macht das Spiel das... Setzt einen wahrscheinlich dann wirklich immer an das Feuer, was man zuletzt entfacht hat! Also wo man zuletzt gesessen hat! Auch der Heimkehrerknochen und so könnten wir jetzt nicht... Wo ist der Moment? Der Baum kam der dann von der Ecke hier oder wo war der zweite? Der Stand da hat sich getarnt! Ja, ja, nur jetzt ist er nicht da! Ja, weiß ich nicht! Ich höre nicht, dass der mich genauso... Ist er da nicht oder tarnt er sich wieder nur? Da ist er doch wieder! Ist er das nicht? Nee! Bei dir gibt es nur einen! Das gibt es doch gar nicht! Deswegen! Wer ist irgendwie... Hä? Was ist da los in diesem... Was ist denn los? Warum hat er volle Energie? Ich habe doch gerade auf den draufgehauen! Ist es der zweite? Sein Ultrabaum! Guck mal! Zack! 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 Ja, okay! Sie sehen, wo holt man ihn? Da! Ah, da ist er! Ach nee, die standen tatsächlich zu zweit irgendwo auf einer Ecke! Komisch! Pass auf, mein Schatz! Ja, hier kann man ja her! Ja, egal! Soll ich hier links geht es weiter? Soll ich erst nochmal hier rechts gucken? Oder ist es ja so weit im Grünen? Überall, wo wir noch nicht waren, gucken wir erst so gut! Ja, nur eigentlich wollen wir ja wieder zurück! Ich will jetzt gar nicht weiter das Risiko eingehen, hier wieder auf einen fetten Gegner zu treffen! Da, na gut, die Bäume! Da sind hier so ein Bäume! Zwei Bäume, jetzt nicht in den Zangenbaum! Das Tannen giert mich nicht! Hahaha! Wegen Tannen, ne? Wegen Tannen, ne? Ja, ey, naja, naja! Gefällt mir sehr gut! Der Gag, der mit der Tanne, den fand ganz toll die Anne, die unter dem Rest... In der Badewanne! In der Badewanne! Da saß sie, in der Badewanne! Okay, und da rief sie ihren Manne und sagte, man, die sind aber lustig, die von Badewanne! Mit der Bratpfanne! Okay, hier ist irgendwie, ich bin völlig falsch! Geil! Ich bin komplett... Voll geil, das ist ein Tor! Falsch! Guck dir das doch mal an! Dresche! Ja, wir sind die Dresche! Ey, wir gehen da jetzt rein und sterben, ich will keine Dresche kriegen! Ja, wir können ja sonst wieder rausgehen vielleicht, ich weiß nicht, oder ist es schon Ja, du weißt doch, wie es ist, hier ist direkt entgegen der Dresche schon wieder! Aber es... Ach gut, ich freu mich! Durchvorriegung verschlossen! Nein, hier ist ein Nebengang! Oh, was ist das für ein Wesen, das da vorsteht? Pass auf, Hinterhalt! Wie ist denn der Hinterhalt? Vorsicht, Hinterhalt, Simon! Ja, okay, aber... Ein Hinterhalt, depressieren! Ein Hinterhalt im Wald... Da ist doch, das seh ich doch! Da liegt er doch! Vor dir! Das da! Das ist doch ein Baum! Das ist doch der Kopf von einem Baum! Kannst du den hauen? Der kommt doch aus der Erde gewienert gleich! Ja, wusste ich doch! Hab ich dich! Hat er sich da versteckt, ey! Das war nicht schlecht von dir! Und hier ist auch noch einer! Guck dir das an, ey! Für wen halten die sich? Tschüss! Oh! Was ist denn noch einer? Ah! Oh! Die sind wieder so gegen Gift. Sag mal, ist hier wirklich noch? Das ist ja unfassbar, wie viele hier sind. Nee, die sind schon tot. Ich weiß nicht so recht, was ich jetzt machen soll. Das war ein Nebeltor. Ja, aber da steht doch eine Frau davor. Nee, das war ein Geist. Oh, da liegt was. Oh, hier war ich auch schon mal. Hier sind so krasse... Ja, die sind krass, die Ritter. Steht der wieder auf? Nee, die sind mega krass. Die stehen auf und verfolgen mich. Irgendwas klingelt hier. Da will ich nicht hin. Ähm. Kann ich hier nicht einfach um die rum? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier nicht schlagen kann. Aber ist das nicht das gleiche Modell wie der andere Typ von eben? Ich weiß es wirklich nicht. Oh, nee, okay, das ist ein anderes Modell. Der sieht schon größer aus, ne? Aber jetzt wächst du ja alle auf einmal auf. Ich wusste doch nicht, dass hier so viele sind. War ja nicht mein Plan, über die drüber zu rennen. Ja, shit. Jetzt hab ich die Bäume und die Ritter und alles. Alles. Ey. Dass du auch in den... Dass du den Gang noch gefunden hast. Respekt. Ah, nee, das ist ein falscher Gang. Ja, was? Auch noch was. Die Partisane haben wir aber. Okay. Das ist ja jetzt aber gar nicht schlecht, weil jetzt sind die alle... Ich wollte gerade sagen, jetzt sind die alle in dem... Guck dir das mal an! ... in dem engen Gang. Aber eine tolle Rüstung. Zehn Feuerbälle reingeschmissen. Ah, die Feuerbälle, die wären echt gut gewesen jetzt für die Bäume. Scheiße. Ja, jetzt... Also jetzt wissen wir, dass dieser Weg... Ich würde ihn mir an deiner Stelle sparen. Es sei denn, du willst unbedingt die Seelen holen. Ähm, dass dieser Weg der falsche ist, weil einfach die stärksten Gegner in der Richtung warten. Das bringt nichts. Was ist das denn? Speer? Wir hatten... Hier, das, was kann das? Kann man auch noch nicht tragen. Zwölf. Die Sahne. Ja, naja. Wollen wir den jetzt eigentlich nehmen? Nein, 14. Ja. Ey. Nein. Ich wollte mir das durchlesen. Geht das nicht? Geht das nur hier? Die Leute sagen, wir sollen gerne die Rüstung benutzen, die wir gerade eingesammelt haben. Aber wir haben natürlich da sehr... Pfff, sind dann sehr dick damit. 11,7? Ja. Ja, ja, wir stolpern damit dann wirklich nur rum, ne? Das ist jetzt schon geil. Aber das ist schon echt... Uah, ne. Da hab ich keinen Bock drauf, so zu spielen. Aber das ist schade, ne? Wie, warte mal, wo sich... Vielleicht kannst du noch andere Sachen dafür abzulegen. 20,9. Was meintest du, was ist die Grenze? Ne, ab 50% hast du die Fat Roll. Irgendwo darunter hast du nur die normale Roll, die du jetzt gerade auch hast. Und ab 25% oder so? Ich würde sagen, ab so einem Bereich, ja. Fängt die Easy Roll an, die Quick Roll. Also was, 12,5 oder sowas, ne? In der Art. 1,6. 1,6. Ne, das kann man sich... Das Ding ist halt schwer, aber lieber das Schild behalten und dann die Rüstung. Können wir es ja für später mal merken. Wenn ich mal meinen. 13,9. Das ist die Rüstung von dem NPC ganz am Anfang, die ihr unbedingt gewolltet. Ach, echt lustig, den du getötet hast. Ich hätte fast wir gesagt. Äh, okay. Ich hab, weil ich seine Rüstung wollte. Ähm. Dann gehen wir mal wieder hier einfach weiter. Ach, das gleiche Spielchen nochmal. Sind wir den ganzen Weg... Ne, du bist ja falsch abgebogen gerade. Wo sind wir denn eigentlich lang gelaufen, ey? Wir wollen jetzt zurück zu diesem anderen Bonfire, sehe ich richtig, ne? Also viele sagen, dass wir die normale Rolle einfach beibehalten sollen und die gar nicht... Es ist gar nicht so wichtig, dass wir die Quick Roll benutzen. Äh, das sind jetzt alles kein Backseat-Game, sondern wir diskutieren mehr oder weniger jetzt, ob wir das so machen oder nicht. Spiel doch ruhig mal so, wie du dich wohlfühlst. Ich würde dann mal die Rüstung ausprobieren. Ist das denn der richtige Weg eigentlich? Ich meine, du da, wo du gerade warst, da kamen wir ja definitiv nicht her. Nein. Die Kreuzung, an der ich rechts gegangen bin, um weiterzugucken, da müsstest du links gehen gleich. Da, wo der Überraschungsbaum immer kommt. Und dann bist du schon fast da, wo wir angefangen haben. Und dann zum Schmied, dann eins hoch und dann sind wir wieder da. So, hier geht's rein und hier sind wieder die Drecksbäume. Das ist so schwer zu erkennen. Du bist jetzt im falschen Weg. Nein, ich wollte erst mal hier... Ich sag's nur. Du kannst doch die Seelen holen, das ist ja nicht weit weg. Du müsstest halt nur reinrennen und schnell wieder rausrennen. Und dann, ich meine, das wäre gar nicht scheiße eigentlich, um ehrlich zu sein. Das ist ja wirklich in die Ecke nur. Du weißt, dass die in der Sackgasse waren auch, ne? Ach, das ist echt... Also, ich weiß nicht, wo ich da hinkomme. Aber kannst du nicht in die Sackgasse laufen, ohne die zu triggern? Ja, gut, ich werde jetzt nicht... Ich werde jetzt nicht ins Verderben quatschen, aber... Ich werde jetzt probieren, aber... Oh, man sieht nix! Hier kommen auch noch mal welche, ja? Hier kommen noch zwei Bäume. Und dann, weißt du, wo die Sackgasse war? Zwei Bäume, dann ging es rechts an der Tür entlang, ja. Hier? Nein, nein. Hier zwei Bäume, dann geradeaus, vor der Tür dann rechts. Ich mag die. Gegen die kämpfe ich sehr gerne, irgendwie. Da kann man einfach so draufholzen und die haben keine richtige Verteidigung dagegen. Die können nur... Ja, also die Masse ist dann natürlich nervig, ne? Ja, zwei davon sind schon gleich anstrengender. Okay, also navigier mich jetzt. Ich probier es. Ja, ja, geradeaus, 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 geradeaus. Und dann, äh, die nächste rechts. Nächste rechts. Ich glaube, ich bin hier gerade, so ein bisschen in Orientierungsschwähigkeiten bei denen. Ja, hier genau, drauf losholzen. So sieht's aus bei den Bäumen. Äh, jetzt hier rechts. Ups. Wir haben auch irgendeinen Schlüssel aufgesammelt vorhin. Ja, aber... Weiß auch nicht mehr, wofür der war. Ah, Moment! Jetzt, genau, jetzt mach keinen. Du musst da ja eigentlich nicht rein, aber die musst du jetzt erledigen. Oh, komm mal. Ich, zwei, drei? Lass dich nicht verarschen. Es, es, los. Ich seh halt nichts. Oh! Jetzt, drei Leute auf die... Jetzt zurück! 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 Ich bin in die falsche Richtung. Oh Gott! Ich bin in die falsche... Ich wollte nach hinten rollen. Ach, kacke. Ich wollte nach hinten rollen. Und bin nach vorne gerollt. Und dann wollte ich panisch nach hinten rollen. Und bin zur Seite gerollt. Oh! Hä? Interessanter... Punkt. Kannst du mal durchlesen, gerade. Ach so, wenn die auf Stärke levelt haben, bekam ich die Chance, die Schnellrolle zu behalten. Ist das so? Na, schade. Weil eigentlich Stärke sollte sich ja jetzt nicht... Ich finde, nicht unbedingt auswirken auf die Rolle. Du bist halt ein starker, schneller Roller. Dafür sind doch Level-Ups. Ja, diese Attribute sind doch alle so ein bisschen... Man darf die halt nicht wörtlich nehmen, die Attribute. Ja. Sonst würde man halt... Ich bin stark, ich kann viel tragen oder whatever. Aber so ist das halt nicht. Geht irgendwie halt nur bei Stärke auf und sich halt echt nur darum, dass man die Voraussetzungen für die Waffen irgendwie und die Skalierung hat. Aber für den... Es hat mich halt auch gewundert, weil der Typ hat ja eigentlich... Ich glaube, der hatte 14 Stärke und 9 Geschicklichkeit, der Pyraman zu Beginn. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, dass für den Beweglichkeit eigentlich fast besser ist. Wenn das tatsächlich die Geschwindigkeit, mit der man den Feuerball castet, beeinflusst... Weißt du, dann ist ja eigentlich für den Pyraman fast... der bessere Skill irgendwie. Also wir haben auf jeden Fall einige Sachen, wo wir wissen, die müssen wir noch upgraden. Also Stärke für Wirklichkeit ist gesetzt, Ausdauer und Vitalität. Das sind auf jeden Fall Muss-Faktoren. Sobald wir die voll haben, kann man immer noch drüber reden. Ach ja. So. Ah ja, jetzt hast du es ja geschafft. Jetzt können wir hier nochmal ans Bonfire, dann machen wir ein bisschen Werbung in Sicherheit. Das finde ich einen ganz guten Deal. Und nach der Werbung werden wir was Tolles tun. Wir werden die oben die Tempelritter der Part machen. Okay. Ne? Das wird passieren gleich. Ich warte darauf. Bis gleich. Und wiederholt es. Knallert durchgenommen mit Dark Souls-Folge. Lasst mich nicht lügen. Wir müssen jetzt bei... Ja, eigentlich Folge 3, aber wir haben mal... Ist jetzt eine Folge oder was? Wir packen hier fünf Stunden in eine Folge. Ja, loben. Wir sind so crazy von Rocket Boys. Ja, wir scheißen Content raus wie Gold. Warte mal. Ne, wir scheißen einfach Content raus. Wenn ihr das für Gold haltet, ist es halt... Finden wir es okay. Verkaufen wir es euch auch zu Goldpreisen. Hier, was anderes. Die Konkurrenz hat sich gemeldet. Was? Die befreundete Konkurrenz hat sich gemeldet. Das finde ich sehr schön an dieser Stelle. O7? Nein. Die Konkurrenz auf unserem Niveau. O7? O7 hat sich gemeldet. Von diesem Bonjar, von dem alle so viel reden. Schau gerade euer KHD, das ist cool abgekürzt für knallhart durchgenommen, mit Dark Souls. Das ist das Spiel, was wir gerade spielen. Ja. Es ist so geil, wie ihr einfach die ersten beiden Black Knights im ersten Versuch wegballert. Ich wusste nicht mal, dass die krass... Also, keine Ahnung, wann die... Welche waren das? Welche von dem Fall Obst? Ich weiß es gerade wirklich nicht. So geil, ich feuer euch so, wie euch auch. Weiter so. Bestes Format. Vielen Dank, Matteo. Und der Chat sagt, du sollst pennen gehen. Was? Wieso? Weil der wahrscheinlich nie schläft, weil ihn der Niklas... Der Mann ist jung, der braucht nicht schlafen. Als junger habe ich auch nicht gepennt. Stimmt. Also, ja. Rocket Beans hat sich auch nicht von alleine aufgebaut. Das haben wir ganz alleine. Ohne Schlaf. Ohne Schlaf. Okay, wir sind da. Ja, ähm... Schönen Gruß, lieben Gruß an Matteo. Wer rostet, der rastet. Ich gehe hier kurz hin. Ähm... So, und jetzt machen wir da oben die Pimmelmänner weg. So. Doch, der Mäntel ist ein Bruder im Geister, ey. Weil der macht auch immer diese langen Sessions. Ähm... Und hat... Hat der auch Bock drauf. Also, wir haben gerade eben drüber geredet, dass es schon auch was anderes ist, wenn man so fünf Stunden am Stück hat oder auch mindestens drei, sage ich mal. Man kommt so schön rein. Man ist dann irgendwie auch in diesem Flow. Es float dann eben auch einfacher. Ach, die Lappen hier. Die können ja wirklich nix. Komm, schieß. Zack, zack, zack. Nächster. Du. Stich. Nicht getroffen. Zack, zack, zack. Ey, wir sind jetzt wesentlich stärker. Auch. In so einem geilen Schiff. Rolli. Oh, shit. Ja, gut. Aber ich... War er etwas hochnäsig. Das war wirklich zu hochnäsig. Habe ich verdient gehabt. Tritt hin. Oh, jetzt saufen sie zusammen erst mal ein. Das hat ihm aber echt eher geschadet als genutzt. So, hier drin war der mit dem Morgenstern. Den holte ich mir jetzt auch. Ja, hol dir mal den Platz. Der kann auch gar nichts. Der kriegt die Flamme des Todes. Oh, das war auf jeden Fall der Dampfhammer des Vernichtens. Nicht das Gefühl, dass der irgendwas gegen uns tun kann. Guck mal, jetzt save the action. Unsere Flamme ist zu krass. Hier kommt die Flamme. Die Flamme wird dir leuchten auf dem Weg in dein Verderben. Ich könnte ganz gut so eine Metal-Band, glaube ich, könnte ich machen. Da müsste ich halt nur irgendwas können. Singen, spielen oder komponieren. Oh, nicht. Nein! Hast du das gesehen? Ja, wir waren zu nah an den anderen dran. Da! Und den anderen auch noch. Der sitzt Hack! Der war richtig geil. Und jetzt ist es rot jetzt. Ah, nein! Jetzt. Das war knapp. Da will ich nicht lügen, das war knapp. Ja, aber es war sehr gutes Timing auch. Jetzt haben wir natürlich nur eine kleine Scherbe. Das war ein bisschen enttäuschend. Ja. Und was ist das? Feuerhütersäle. Ist das was prima? Ist das was Feines? Das finde ich zum einen spannend, zum anderen auch schlimm an der ganzen Souls spielen. Dass man so viele Items kriegt, die alle auch so mystisch klingen. Und man kann halt einfach nicht sagen, was davon, sag ich mal, relevant ist. Was es im größeren Kontext noch bringt. Was ist das denn eigentlich? Von wo kommt denn das? Das muss von oben kommen, ja. Da sitzt ein Zauber-Schwein. Kann doch keiner wissen. Da rechnet doch keiner mit. Wie dumm er ist. Gib ihm. Das nutze ich jetzt. So dumm ist, man muss dafür bezahlen. Oh, der hat leider... Der wird nicht klüger. Er ist der Dimmere von den beiden, definitiv. Ha ha. Alter, ein Schlag. Ein Schlag. Ein Schlag. Da läutet die Glocke. Aber wir wissen jetzt ungefähr, was hier so ist. Wir haben auch den Morgensternler erledigt. Vielleicht mal die Beschreibung lesen. Welche Beschreibung, meint ihr? Zu den Items? Funden haben wahrscheinlich. Ach so, das Item. Ja, stimmt. Wir sollen... Ihr habt ja recht. Ihr sagt das auch immer. Es ist aber auch nicht so, als ob wir das vergessen oder es uns die Lore egal ist. Es ist nur einfach, man sammelt, man spielt, man vergisst irgendwann die Sachen, sich anzugucken. Moment. Wir werden endlich Menschen, die sich in ihrer Seele zählt, wenn sie sie macht, da ist das Flakonsteigern und Versteck. Das ist Flakon von Dicht und Christus. Okay, also wir können den Flakon steigern. Wie? Kannst du nochmal zurück? Wie machen wir das? Ja, vielleicht am Feuer hier? Ich weiß nicht. Ich muss mal aus. Na gut. Vielleicht mit der Zauberei einstimmen. Keine Ahnung. Äh. Aha. Aufladung 8. Das haben wir keine Ahnung. Zellball Slots View. Achso, da kann man einfach nur einen anderen ausrüsten oder was. Weiß ich nicht. Ähm. Nicht benutzen, sagt jemand. Was? Nicht benutzen? Bei einer Feuerhüterin. Das finden die nie. Na, sagt ihr jetzt. Na gut. Also wir sollen sie nicht benutzen, wir sollen sie uns aufheben. Okay. Aber falsch awake. Das ist der Zwiebelritter. Also, geh doch mal hoch. Und da löst du es jetzt. Du musst hier nochmal eine Seelen mit. Seelen. 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 So. So fühlt sich das also an, wenn man so selten dran ist. Wo war das für dich jetzt? Die Minstens. Ja. Wo war das? Aber die können ja nichts. Und das ist gleichzeitig. Wobei Rocky, ey. Man sieht das schon immer. Der soll mal aufhören, auf mich zu schießen, hier. Das war schön. Schön und galant. Oh, der ist ja nochmal ausgewichen, hier, ey. Oh, lolo. Da. Da haben wir getanzt. So, also, der dickmopsige Dickmops ist ja weg. Dann haben wir da oben noch den Zauberermann. Wie komme ich denn da die Treppe eigentlich hoch? Ich würde ja ganz gerne zuerst den platt machen. Gib ich denn die Treppe da hoch? Oh, komplett neuer. Das ist ein Aufzug. Komplett neuer Shit. Hier ist auch ne Treppe. Äh. Okay. Warte mal, das hab ich jetzt gar nicht gecheckt. Okay. Äh. Ich weiß nicht, ob ich das wollte. Aber okay. Dann bin ich jetzt wieder hier unten. Boah. Das ist ein ziemlich... Oh. Da hätt ich wahrscheinlich mich rausrollen können, oder? Ja, hättest du. Das wär eigentlich geil, wenn unten jetzt einfach in so ne Lava-Grube, so dass du diesen Aufzug beim ersten Mal benutzen immer falsch benutzt. Boah. Und in die Lava-Grube fällst. Du denkst aber Shit-Share. Ja, so würd ich, so wär mein Spiel. Feuerbahn. Ey, Feuerbahn-Share. Bitchslap. The Game. Ich guck erst mal nach unten. Ah. Den kenn ich doch. Der sieht nett aus. Den, der haben wir letztes Mal schon kennengelernt. Äh, Dickbauch. Warte mal. Söldner. Jetzt sind wir wieder hier am Anfang. Wir sind ganz am Anfang. Hast recht. Wir sind fucking nochmal am Anfang. Was haben wir denn, haben wir irgendeine Tür aufgemacht, die uns jetzt da hingebracht hat? Das war der Fahrstuhl. Ach der, aber kann man den von der Seite nicht benutzen? Das ist ja lustig. Jetzt sind wir wieder hier am Anfang. Okay. Ja gut. Interessant. Also, das ist okay. Und du kannst in der Mitte nochmal aussteigen. Das können wir uns auch merken. Jetzt könnten wir wahrscheinlich auch auf den Friedhof und die Skelette. Ja, das habe ich auch gerade überlegt. Das war nämlich auch mein Gedanke. Payback time, Knochenbitches. Wir sind wieder da. We got a bone to pick with you guys. Was ist das? Das ist ein... Was bist du denn nochmal? Ist das ein Kumpel? Warte mal. War das ein Kumpel? Nee. Weg ist er. Okay, wo ging es denn nochmal zu den Skeletten? Kann man mit denen nochmal reden? Bewegt ihr nie, eure Waffe zu schmieden? Haben wir das schon gemacht? Schmiedekiste. Achso, das ist... Die Schmiedekiste gab es bei dem Händler. Ja, also, wo ging es hier nochmal zum Friedhof? Irgendwo runter, ne? Da oben nicht lang, ne? Da oben ging es nicht zum... Nee, da standen auch ein paar rum. Da sind wir auch schon mal lang gegangen. Aber das ist nicht der Friedhof. Nö, hier. Ich glaube hier irgendwie. Genau. Über diese... Durch diese... Da kommen näher... Ich glaube rechts... Der rechten Weg. Nicht den jetzt hier. Da hoch. Raus und links. Und genau. Und hier der... Einer von den beiden ist es. Kann das sein? Ja, das ist ja wieder der Dude. Hä? Okay, schon... Dann ist es die ganz rechts. Um ihn hier? Doch, da doch. Links und runter. Und runter. Ja, ey. Ich habe ja alles vergessen. Keine Orientierung. Ne, Mann. Bäh? Okay, dann durch die... Hier rechts durch. Geh... Okay, tut mir leid, ich höre auf zu sagen. Ich war mir so sicher. Aber der... Der muss doch da sein. Okay, dann versuch mal auf der linken Seite entlang zu gehen. Irgendwie. Hier ist das Brauenfeier. Und dann... Hier runter irgendwie vielleicht. Ah, hier ist das eine Treppe dann auf der rechten Seite? Da, genau. Da, genau. Hinter dem Baum. Da. Du hörst doch schon ernsthaft irgendwelche Viecher hier rumrollen. Hörst du das auch? Pfff... Oder will ich dir eigentlich das von dem... Oh, da rechts ist die Treppe. Ne, ich weiß grad gar nichts. Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt zum... Ich auch nicht. Ich auch. Aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Weg. Ja. Lass uns hier mal weiterführen, weiterlaufen. Das ist irgendwie was Entgegnerartiges, weil es... Oh, 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 das sieht auf jeden Fall spannend aus. Das fällt jetzt einmal ein Kampfhund. Aha. Okay, waren wir hier schon? Der Hebel! Betätige er den Hebel! Naja, aber dann fährt der ja weg, der... Ja, der ist kein Fahrstuhl. Doch, das ist... Nach unten vielleicht. Ja, aber dann... Mach das doch. Wenn ich rauf, gefährt der ja. Wenn ich den Hebel betätige, hau der ja ab. Na gut. Da war ich hebelsüchtig. Der Hebler hat wieder zugeschlagen. Singen mit Carmen Hebel. Die Leute sind unzufrieden mit dem, was wir hier machen. Ja, wieso? Wir sind einfach den Weg gegangen. Guck immer nur mit einem Auge auf die... Wir gehen tiefer, tiefer. Scheiß auf den Chat! Da seh ich immer nur die ganze Zeit Facepalms. Und dann guck ich schnell wieder weg. Das sind ja Facepalms. Ich seh hier Kappa-Symbole, ich seh Hebelsymbole, ich seh irgendwas mit ner Gitarre. Hier gibt's wohl Spoiler und andere versuchen, die wegzuspammen. Das ist, glaub ich, der Gedanke dahinter. Ruinen von Neu-London. Neu-London. Ja, war früher London. Bis sie das mit dem Brexit wirklich durchgezogen hat. Dann ging die Wirtschaft weg. Und danach fielen die Gemäuer zusammen. Bauarbeiter gingen nicht mehr zur Arbeit. Und standen in halbnackten Lumpen an den Mauern. Und klagten ihr Leid. Okay. Was soll ich berühren? Keine Sau weiß das. Mann, da ist Wasser unten. Du kommst an die Küste ran. Was? Reden? Reden? Ah! Was bist du denn für einer? Ah, ganz schön. Was bist du denn? Wer ist das denn? Du kannst beichten. Du kannst dich nicht mehr. Wie auf der Erde? Na, ich muss nicht mehr schreien. Ich bin Riki von der Verzemberg. 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 Ich habe die Schmerzen. Schau' mich jetzt. Kannst du das glauben? Was ist das? Haben Sie... Oh nein. Geh' dich, ich habe keine Intention von Geflüchten. Es ist sicher hier. Ich kann nicht behaupten, dass ich mich nicht so gut aus dem Weg. Und uns offenschmieden. Ach was. Ähm, okay. Guck mal, aber wir haben natürlich nicht viel... Nee, das geht nicht mehr. Was fehlt uns denn eigentlich dafür? Für ein weiterer Level-Up? Ah, wir brauchen eine weitere kleine Scherbe. Ja gut, merken wir uns. Funkeltitanit brauchen wir für das. Wo ist das? Ja, den Bogen könnt ihr mir, aber da sparen wir uns die Scherbe lieber für das Schwert. Ja, wir benutzen den Bogen noch gar nicht. Können wir unser Schild verbessern? Na egal. Äh, was ist eigentlich aus, was so umwandeln ist? Ach so, okay. Ah, guck mal, der Herr Zauber. Beschleuniger des Zauberers. Wir sind ja kein Zauberer. Das ist ein schöner Seelenpfeil. Guck mal. Zaubererbeschleuniger, das ist der Zauberer der Drachtspieler von Windheim. Zum Zaubern Beschleuniger ausrüsten. Zauber mit Hilfe von Schrift träumen. Das ist für uns wahrscheinlich eher uninteressant, oder? Weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ist es, sind wir Zauberer? Ne, wir sind kein Zauberer. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir jetzt mit dem nicht so viel machen können. Oder habe ich irgendwas übersehen? Beschleuniger? Ich weiß es nicht, was meinst du? Ich glaube, der Charakter ist sehr wichtig, mit dem wir da reden. Aber wir haben jetzt irgendwie vielleicht noch nicht die nötigen Items, sodass er uns wirklich helfen kann. Hm. Naja, also ich habe jetzt, wir können ja diesen Zauberstabdach kaufen. Na gucken, was Mäntel schreibt. Aber wir sind ja kein Magier, also wir sind ja Pyromante, wir haben diese Hand. Wir müssen die Hand aufwerten, oder was? Was sind wir mit dir los, um auf die rumzuhalten? Was ist denn hier so wehleidig in der Ecke stehen? Die wehklagen hier noch alle nur. Was ist denn da nirgends los? Dass die hier so wehleidig in der Ecke stehen. Leichte Beute. Ja. Guck mal, der ist richtig verzweifelt, ey. Panzer breche. Muss ich die Sachen ja eigentlich auch mal angucken, die man da einsammelt, ne? Durchlesen. Dieses Größte der Stoßschwingen ist zudem scharf und für Schnittangriff, okay? Okay. Gut zu wissen, dass man gegen Ritter was hat, nur wir sind eh zu schwach noch. Alter, hier geht es echt noch weit runter, Mann. Okay. Ja, das ist da hier. Okay. Keine Ahnung, wo wir hinkommen. Ja, das sieht schon alles nach Boss-Area aus. Wir sind irgendwie, wir laufen immer so von einer Area in der nächsten, aber laufen immer wieder raus. Aber ich glaube, dass wir hier, also das waren ja jetzt keine harten Gegner. Mal gucken, wie wir hier ankommen. Was bist du denn? Ich hau einfach mal auf dich drauf. Oh oh, nicht, funktioniert nicht. Aber sie ziehen dir was ab. Ähm, Feuerball, genau, probier nochmal. Shit, okay, bringt gar nichts, gar nichts. Das ist irgendein Zauber. An denen dran vorbeirennen? Ja. Oder eine Waffe nehmen, die funktioniert bei ihnen? Okay, ich mach auch keinen Schaden, das ist irgendein Zauber ist das, ey. Hast du, wie viel hast du? 1700. Ja, lauf mal durch, aber ich würde dich durchrennen. Gar nicht auf Kämpfen, die leihen lassen. Kann man die platt machen? Die sind lahm, das ist doch schon mal gut. Was waren das für Leute? Schau, oben nochmal runter, ob wir irgendwas übersehen haben vielleicht. Schau nochmal kurz rechts. Und da, ob da noch irgendwas liegt oder so. Und hinterher? Ja. Okay, ja, dann lieber weg, lieber weg. Ich weiß, was das für Viecher waren. Oh, noch eins. Die sehen halt aus wie die, ähm, anderen Geister, ne? Ja. Hinterhalt, oh man, wir haben doch überall schon null Hinterhalte gerade. Alter, okay. Das ist eine einzige Hinterhaltigkeit. Oh, gehau ab! Dadurch, das, genau, genau. Und jetzt weg. Alter. Immer ein Flakon, ja, perfekt. Wenn das nicht so, äh, da links. Ja. Uh, an der Stelle auch noch. Ja, die sind, ähm, das sind unangenehm. An denen kann man echt noch, weil, meinst du, vielleicht gibt's da ja auch so eine Art Zauberer, den man, also wie einen Demon's Souls, der die irgendwie... Es gibt, ja, wir brauchen definitiv eine andere Waffe, ja. Aber haben wir eine, die wir nehmen könnten? Mir fällt keine ein, die wir jetzt haben, die sowas bewirken würde. Guckt ihr mal unsere Waffe an, die wir gefunden haben, den Parierdolch. Was der kann. Kann er was? Ja, wir können ja kurz einmal durchgucken. Alles. Hm. Okay, na gut. Kann ich jetzt mal lesen, was da stand, über den Parierdolch? Ja, klar, Moment, äh. Ich muss sagen, ob es sich in der linken Hand ausgerüstet. Ah, okay. Nach, also du machst eine Abwehr und dann stichst du schnell durch. Hm. Oh, interessant. Ich würd gern was ändern, aber du kannst es hier wieder zurück ändern später. Die sind in der vollen Ausrüstung. Ich will die volle Ausrüstung haben, ja. Lieber nehme ich gar kein Schild. Dann kannst du ja auch den Dolch nehmen. Oder zweihändig spielen. Kannst du auch. Ja, deswegen, ich würd lieber zweihändig spielen mal. Okay. Sieht natürlich beeindruckend. Sieht cool aus. Okay, ich guck mal grad die Moves an. Oh, das ist aber doch, das ist schon ne Fat Roll. Das ist keine Normale. Ja, okay. Na gut, ich probier's mal. Da hoch. Soll ich denn jetzt überhaupt da lang, wo du jetzt hin bist, oder soll ich denn den anderen Weg suchen? Also, wir wollten ja, also, die sind ja durch diesen, zum, ich wollte ja eigentlich oben diese Tempelritterplatte noch mit dem Zauber machen. Ah, ja, da. Und dann sind wir da über diesen Fahrstuhl einfach nach unten gekommen und wussten gar nicht so recht, wie uns geschieht. Okay, dann scheiß wir auf den Fahrstuhl erstmal. Damit würd ich natürlich auch auf deine Seelen, aber es ist so. Ist natürlich jetzt ganz anders. Ich hatte jetzt ein bisschen... Willst du mal das Schild aus dem Komplett rausnehmen? Hilft das? Ja, das ist ja noch equipt, ja. Also, du hast das ja noch drin. Ups. Was ist der lahmarschig? Wie nehm ich das raus? Ähm. Ähm, ja. Wieder zwei Hände. Das tut ihm richtig weh, ne? Ja, man sieht es. Aber dafür haut so'n Schlag aber auch rein. Wie so'n Glikpanzer. Völlig unbeweglich. Aber dafür... Ja. Wie können wir den... Feuerball, ne? Können wir den erledigen. Das wird nicht klappen. Nee. Aber kann ich so schlafen. Alter, ist der lahm. Das tut richtig weh, mit dem wegzurennen. Ja. Wie träge er sich bewegt. Er ist schon mega stark. Zwei Hände. Zwei Hände. Das war dein Fehler. Der dritte Move war dein Fehler, mein Freund. Oh, du Lump. Okay. Lockierst du eigentlich mit L2, bloxst du, ne? Es gibt nen Schwertblock, ja. Da. Also, die haben ja schon echt ganz schön Wumms. Den mach' ich jetzt hier. Wie geil, Alter. Zwei Schläger. Der Typ ist platt. Ja, jetzt... Nur noch wir beide. Mr. Magier. Der große Magini kriegt jetzt von mir mal auf den Sack. Ach, da ist der... Okay, da ist gar kein Durchgang. Dann halt von hier. War da nichts mehr? Ne, ich... Da geh mir gleich hin. Ich mach kurz. Ah, okay. Meinst du, ich würde es hin? Mega. Mann! Sicher nicht? Einmal noch... Freizeit. Fuck. Okay. Ja, aber ambrust du da. Müsste auch gehen. Ja, richtig. Ja. Den wählen und den. Äh. Ah. Man muss doch da auch hochkommen, ey. Wenn du da hochkommst, kannst du dir wahrscheinlich im Nahkampf einfach platt machen. Okay, soll ich im Nahkampf, soll ich hin, ne? Würde ich lieber hochgehen. Da waren ja auch Stufen da hinten, wo der Fahrstuhl war, oder? Ja. Ich würde echt einfach hochgehen und den platt machen. Ich weiß jetzt nicht, ob da links genau, ob die da hochführen, aber sind zumindest Stufen. Ah, hier sind wir, haben uns abgelenkt, okay, ich verstehe. Ja. Wir wollen aber eigentlich lieber hier hoch. Oh, was ist das denn? Da ist noch einer von denen. Alter, ist das lustig, was wir für Wumms haben, so. Die sind ja einfach stärker als die. Ja. Das ist ja so lustig. Wir müssen... Wir machen die einfach mit zwei Schenken platt. Ja, man kriegt natürlich dann eben aber auch schnell mal einen gewischt. Siehst du, ich wusste, wir sind hier nicht allein. Ja, aber wir können halt mal gar nichts, ne? Da gehst du ja wie durch Bruder durch. Ey, er castet die, glaub ich. Die haben so einen blauen Schimmer. Die sind von ihm gecastet. Okay, shit. Jetzt hab ich aber leider nicht die... Jetzt hab ich die Armbrust ausgewechselt. Du musst auch Feuer belaufen. Ach so. Ah! Nein! Doch nicht für euch! Das war ja nicht. Das ist einhändig jetzt, ne? Nur zur Info. Vielleicht will ich sie nicht absetzen. Ich schlag da durch, aber auch schneller. Die halten ja eh nichts aus. Okay. Da hängt er wieder in uns drin. Nein! Der kann ja aus. Alter, dass wir viel Power haben. Endlich! Äh! Wie, kriegen wir keinen Item? Den Zauberer am Fuß! Was? Kein Item oder so? Das ist ja läng. Ah! Eine große Seele. Da steht was für ein Panzer. Okay. Hier steht der Typ. Links kamen wir her. Soll ich mal rechts gehen? Hinter uns war nichts mehr? Doch, da gehen wir gleich noch hin. Ah, okay. Ne. Da gehen wir nicht hin. Obwohl. Hat er mich? Noch nicht. Okay, dann soll ich doch jetzt hier lieber einen hochgehen erst mal? Ja, wir haben ja mal den Beckenplan, wo es hinführt oder so. Ey, da oben ist die Glocke! 100 Pro! Okay. Das muss doch der Glockenturm sein. Okay. Wenn es da so hoch geht. Ja, ey, 100 Pro ist da die fucking Glocke. Das wäre schon cool. Oh nein! Nein! Schweif? Das sieht schon glockig aus da drin. Also, da oben. Ne. Nein! Oder... Was ist jetzt? Oh Gott. Das sind Gargoyles. Muss ich die... Ich muss die besiegen. Ja, shit. Wieso sind wir denn so komisch besoffen gerade? Weil ich noch mich nicht bewegt habe. Shit. Soll ich jetzt lieber das Schild nehmen? Ich weiß ja nicht, wie schnell... Ich kenne die Typen nicht. Ich weiß nicht, wie schnell die sind. Also... Ne, die sind vor allem stark. Du hast die schon mal gemacht? Nicht gelegt. Nicht gelegt, nein. Aber du hast das schon mal in deinem ersten... Ich weiß, dass die... Ja. Gleich kommen, ja. Kannst du die jetzt schon hauen? Wenn die... Ah, okay. Jetzt kommt noch mal eine Zwischensektor. Aber rüberlaufen können wir nicht wahrscheinlich, ne? Das ist nur einer? Nee. Kommen noch mehr, glaube ich. Die erinnern mich an die Typen aus Demon's Souls. Boah, Alter, schweig! Und fegt die Henne an. Ah, Fat Roll war keine gute Idee. Fat Roll war eine schlechte Wahl. Ich komm ja gar nicht weg. Aber ey, du hast ihn schon da schon was. Shit! Oh, der hat seinen Schwanzattacken gefangen. Der Feuerball ist mächtig, aber jetzt haben wir keinen. Und okay, da kommt noch ein Zweiter jetzt. Aber der Zweiter hat auch wenig Energie. Ist ja komisch. Ist ja auch... Also, oh, der hat Flammen. Ja, okay, also auf jeden Fall nicht Fat-Roll. Schild wäre auch nicht schlecht. Also man kann, ich sag mal so, Fat-Roll ist vielleicht okay, wenn man dafür das Schild benutzt. Und eine schnelle Fat-Roll, also eine Quick-Roll, hilft wiederum, wenn man beidhändig kämpft. Dann kannst du halt schnell ausweichen, zack. Schnell ausweichen, harter Schlag. Aber ich würde jetzt nicht eine schlechte Rüstung und ein Schild nehmen. Oder probier's mal. Ich meine, wir haben's ja letztendlich... Nee, ich mach mal folgendes. Ich probier das mal, ähm, mobil zu sein. Äh, wie kann ich die denn jetzt wieder wegnehmen? Ich will mobil sein gegen die Typen. Äh, was hab ich denn ausgerüstet? Ähm, so ein Ding ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Ich hab aber nur zehn Bolzen. Ja, ein Bolzen wäre vielleicht auch nicht schlecht. Okay, äh, wieso bin ich immer noch so fett? Ähm, Beine... 1,6. Ähm, und... Aber die Flammenbälle haben auch gut Schaden gemacht. Ja. Wie sieht's jetzt aus? Ist das eine normale? Ja, oder? Normale, ne? Ja, sehr schnell. Schnell agil. Das bist du. Falsche Tür. Ho. Ja. Wär das mal sein. Aber versuch hinzukommen und die Energie, die Seelen einzusammeln. Weil ich glaube, du schaffst es jetzt. Und wär schade, wenn wir die Seelen wegwerfen müssten. Wie war denn? Du kannst ja an allem vorbeirennen. Ich bin nicht wirklich warm gespielt. Ist der Zauberer jetzt wieder da? Oh, was bist du? Ah, nein! Oh, okay. Oh, Schatz. Flakon, Flakon! Noch ein! Ich muss eh jetzt zurück. Äh. Ich geh mal eben zurück. Ich glaub, jetzt hab ich zwei Flakons verbraucht. Das ist vorm Endboss wahrscheinlich dumm. Ja. Also ich geh auf einmal schnell zurück. Und ich werd auch den Schild ausrüsten. Und ich wollt das nur beim Endboss so spielen. Ach, wir machen ein bisschen Werbung. Ich lauf zurück zum Flakon. Oh, dann sind wir gleich wieder hier. Ich hol mir die hier zurück. Ja. Und dann sind wir gleich zurück. Und dann nehm ich das Schild wieder gegen die Typen, die da vor dem Endboss sind. Genau. Äh, bis gleich! Ihr kommt genau richtig zu einem absurden Gemetzel. Schaltet mal schnell rein. Guckt euch das an, was der Nils all diese Lappen bewährten Anfänger-Charaktere, wie er die abschlachtet, ne? Die alle eigentlich nur... Was wollen die eigentlich von ihm? Leben. Leben wollen sie nur. Sie wollen geliebt werden. Leben. Aber das ist nicht so einfach mit einem Nils Bohmhoff. Ist ihnen nicht vergönnt. Nils Bohmhoff hat keine Liebe zu vergeben. Liebe. Liebe, ja. Liebe ist keine Liebe. Du könntest hoch zum Gargoyle, du könntest aber auch erstmal hier rechts gucken, ob da noch was Spannendes ist. Letztes Mal sind wir hier nämlich nicht lang gegangen. Aber der Plan ist ganz klar, den Boss holen. Bestenfalls ohne Plakons verbraucht zu haben. Aber die sind ja auch irgendwie... Irgendwie haben wir auch vor denen nicht mehr so viel Respekt, ne? Die sind so ein bisschen schwach mittlerweile für unseren erstarkten Willbald. Das können sie ab und zu mal einen wegstecken. Okay, aber... Ha! Am Ende siegt der Bohmhoff. Das gefällt mir. Das ist ein guter Slogan. So. Was haben wir denn hier noch? Eine Holztür. Scheint mir einschlagbar zu sein. Richtig gerade. Und hier gehe ich auch noch hin. Oh ja. Durchrollbar. Ey, es... Okay, hier war jetzt einmal was drin. Und sogar das ist okay. Okay, es war einmal was drin. Menschlichkeit! Okay, nehme ich. Okay, Menschlichkeit ist aber gut. Gut. Braucht man tatsächlich gerne. Das hier? Das geht wahrscheinlich nicht auf, ne? Ähm. Was? Okay. Na ja. Mal gucken. Was da oben ist? Ach, da ist jemand im Kerker. Cool. Ist er böse? Shit, ist er böse? Ich bin jetzt da Demon's Souls. Ehrlich gesagt, hab ich keine... Du traust keinen mehr. Man möchte niemanden befreien. Man möchte eigentlich mit niemandem was zu tun haben. Komm, hilf ihm. Hilf ihm. Jetzt will sie, mach bevor der Chat schreibt, was wir machen sollen. Ah, wir haben ihn befreit. Jetzt kommt im Chat... Nein! Jetzt ist das komplette Spiel anders. Mach es. Hilf ihm. Rede mit ihm. Jetzt mach doch auch was. Ja, ich kann ja nichts mehr machen. Das war's schon. Toll. Aufgemahnt. Jetzt ist er wahrscheinlich irgendwie wieder im fucking Nexus, den es hier nicht gibt. Und tötet alle. Irgendwas macht er doch wieder, was scheiße ist. Rede mit ihm. Tatsächlich, ganz viele, die jetzt hier... Ganz viele schreiben töten. Ganz viele schreiben... Nein! Wir werden es nie erfahren. Allerdings später. Ist diese Belohnung... A. Alle Schreiben töten. B. Ein Schwert im Nacken. C. Diese Nüsschen. Ja, Nils, was denn? Jetzt guckst du hier in den Chat, oder was? Ja, natürlich guck ich in den Chat. Sei zu spät jetzt. Warum willst du ihn jetzt töten? Ich mein, wir haben ihn befreit, so. Steht zu deinem... Regie? Regie? Hallo? Können wir ein Vote machen, ob wir den töten sollen? A. Lass mal ein Vote machen. Hier, nicht töten, geile Quest später. Auf jeden Fall töten. Später töten. Er ist ein nicer Dude. Nicht töten, bitte. Ja, man, echt, keine Ahnung. Das ist auch... Also, ihr spoilert uns nicht, weil bei euch nahezu alle Möglichkeiten integriert sind in euren Antworten. Oh, Mann. Ich hab keine Ahnung. Ja, aber es gibt eine geile Quest. Das find ich doch eigentlich... Grundsätzlich bin ich nicht der Typ, der ihn jetzt töten würde. Aber Demon's Souls hat mich echt, was das angeht... Bei Demon's Souls waren wir nett. Weißt du noch den Typ, den wir aus dem Kerker gelassen haben? Hat alle getötet! Aber hier wird's wahrscheinlich anders laufen. Der wird irgendwann wiederkommen, uns eine Quest auftragen und dann gibt's dann eine geile Waffe. So wird's laufen. Und dann töten wir ihn. Am Ende töten wir ihn. Voten denn jetzt wirklich alle im Chat gerade? Ich seh nämlich keinen, der votet. Töten, nicht töten. Das ist hier die Frage. Wie bitte? Regie? Was meint ihr? Ich würde das tun für den Wort gerade. Okay, komm. Wir warten jetzt nicht 10 Minuten. Wir helfen der Regie jetzt nicht, ihren Job zu machen. Okay, wisst ihr was? Dann töte ich ihn halt nicht. Wir töten ihn nicht, weil wir kein Wort zustande kriegen. Ich weiß es nicht. Also mein Gespür sagt, ich sollte ihn töten. Weil er auch so... Es gibt keine Belohnung. Allerdings später. Wenn jemand sowas sagt, ne? Dann hat er schon eigentlich direkt bei mir verschissen. Rechts waren wir schon. Ja. Scheiße, Mann! Ja, ist doch schön. Wir waren uns unsicher. Der Chat war sich unsicher. Also bleiben wir auch unentschlossen. Shit. Hier rechts war das, ne? Überblick verloren. Ah ja, doch, da wollen wir hin. Du hast recht. Ja. Über uns kellert auch ein Geist. Und ein kleinen Pimmelmann. Sag gerade so, was? Der ist hier gestorben. Aber wir sterben hier nicht. So. Haben wir nicht mit ihm geredet? Doch, wir haben mit ihm geredet. Wir haben wirklich... Leute, wir haben mit ihm geredet. Aber haben wir eine Option noch verpasst? Eine Redeaktion? Er hat doch gesagt so, ey, bla, hier, aber nicht jetzt. Redet mit ihm. Ey, ich glaube... Mann, Nils, du bist aber auch so unsicher. Ja. Steh doch mal dazu jetzt. Du hast eine Entscheidung getroffen. Deal with it. Die Leute sagen, ich soll mit dem... Ja, die Leute wollen, dass was passiert. Was? Der ist ja jetzt schon da. What the fuck? Wieso hab ich denn jetzt schon... Alter, ist das lächerlich. Aber du machst alles richtig. Genau. Hinter. Flakon. Oh, die Seelen. Nimm die mal mit schnell. Sehr gut gemacht, Nils. Hier ist aber ein guter Ort. Alter, dafür nicht. Okay. Fuck. Weg. Ja. Carsten dauert zu lange. Energie noch, ja. Okay, jetzt einfach nochmal von vorne. Alles von vorne. Alter, wie ich einfach nicht ins Carsten reinkomme. Warte, warte, warte. So, jetzt Flakon. Oh Gott, ist das knapp. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich krieg halt nicht einen. Du brauchst leider schon wieder einen Verkauf. Kannst du mal probieren, ob du mit dem Schild die Dinger abwehren kannst? Ich wollte zweihändig kämpfen, fällt mir da ein. Ah, ist der schnell. Ja. Der wird gut. Ach Mann. Ja. Gut. Oh, what? Du Ratten-Gesicht, ey. Ja, Flakon, genau. Das ist ein bisschen unfair gewesen, finde ich. Mann, du bist super. Ja, ja, weg. Perfekt. Und nochmal hauen. What? Okay, jetzt kommt der zweite. Flakon nutzen, sobald's geht. Sofort. Und jetzt weg. Oh, shit. Okay, vielleicht hab ich dich jetzt grad ein bisschen in die Scheiße geritten mit dem Flakon. Aber zu meiner Entschuldigung. Alles gut, es war ja nicht deine Schuld. Zu meiner Entschuldigung, du hättest eh nicht überlebt, weil du nichts hattest und zwei von denen, aber... Ich muss jetzt erstmal reinkommen. Du hast dich gut gehalten. So, aber zweihändig, ähm, zweihändig, in den Nahkampf gehen, das mach ich jetzt, wenn ich nochmal dran sein soll, mach ich das. So, ich hol mir jetzt meine Butterbreze, das ist Zeit. Also du meinst, Schild nutzen und dann Dreieck drücken und hauen zweihändig? Ja, äh, nee, ich hab das Schild weggelegt, ich hab ihn, ich hab ihn immer weggerollt und hab ihn dann gegeben. Ja, ja, aber was ich meine ist, mit dem Schild an sich, äh, Deckung holen ist ja, ist ja nicht, nicht falsch. Ähm, aber zum Schlagen hast du dann auf doppelhändig, äh, gewechselt? Immer? Ja. Okay. Also so, ich probier's hier mal aus. Okay, hat jetzt nicht so gut geklappt. Alter. Okay, das war jetzt, war jetzt, ja, darf ich nochmal? Ja. Weil, äh, irgendwie, die haben mich jetzt, irgendwie hat mich der andere jetzt von hinten gerade irgendwie überrascht, da hab ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Scheiße. Weil ich zu schnell gerannt bin. Ärgerlich. Mahlzeit nicht jetzt. Die Butterbrezel, da ist sie. Ja, die Seelen sind jetzt natürlich weg, aber ich denke, bei einem Endgegner ist es verschmerzbar. Geiler Typ. Okay, theoretisch hätten wir einen Vote. Sollen wir den Endboss besiegen? Ja, nein. Votet jetzt. Votet jetzt. Werden wir. Das könnt ihr. Wir können ja, ob wir heute noch schaffen, den Gargoyle zu erledigen. Das wäre doch mal ein Vote, wo mich die Antwort interessieren würde. Ey, das kann doch nicht sein, dass dieselbe Scheiße demselben Idioten zum zweiten Mal passiert. Oh, jetzt lass ich die da. Gar keinen Bock auf die. Hm. Hunderte. Um den kommen wir nicht vorbei. Und so viele. Die machen das wie, weißt du, wie Bienen töten? So? Weißt du, wie Bienen Hornissen töten? Bienen bilden ein Knäuel um eine Hornisse und bewegen ihre Leiber und erhöhen die Temperatur und sie selber halten ein, zwei Grad mehr aus als die Hornisse. Und das machen die Kleinen auch. Die umfassen dich. Kacke. Okay, das war jetzt wirklich, wirklich zwei sehr schlechte Versuche von mir. Irgendwie bin ich aber auch gerade, komm nicht rein. Jetzt werde ich denselben Fehler nicht nochmal machen. Jetzt werde ich diesmal unten erstmal warten. Jetzt muss ich aber erstmal vor die Treppe. Hier warte ich jetzt. Hm. Also wenn ich die Löwe. Okay. Okay. Also, weil wir gerade Diskussionen im Chat haben wegen dem Vote. Es geht darum, ob wir ihn heute schaffen, in dieser Folge schaffen. Natürlich müssen wir ihn langfristig irgendwann schaffen, aber die Frage ist, schaffen wir ihn heute? Ne, ich muss mal rauskriegen, ob das mit dem Schild funktioniert. Da warte ich schon ein Sitzen in dem Moment gerade. Mein Problem ist, manchmal sehe ich nichts. Wegen der Anvisiererei sehe ich eben nicht, wo ich langlaufe und habe immer Angst, dass ich vom Dach falle. Ich habe doch keinen Schild. Wie funktioniert das mit dem Blocken? Kannst du die gut blocken? Shit! Hm. Hm. Das sieht sehr gut aus. Ja klar, mann überall nur Flammen. Der Kampf an sich hat funktioniert, man kann das blocken. Man kann die Dächer gut benutzen, um unterhalb der Schlaggrenze zu bleiben, aber man muss dann auch immer wieder ran und vor allen Dingen, man muss den ersten schnell erledigen, damit man den zweiten dann für sich allein hat. Dann machen wir es jetzt mal. Oh Gott. Oh Gott. Erneut ein Linden-Schurz Ich wollte ihn anspringen Oh shit, der hat gut entkommen Vorsicht, komm jetzt von hinten an Der hat sein letztes Stücklein geschlagen Alter, diese dumme Säule da, ey Meine Güte Wenn die Säule nervt Den hätte ich machen müssen Shit Hm Vogelpack, Walzrode Oh Gott im Himmel Ich dachte, ich kann da durchlaufen Ja, hatte ich auch schon gedacht Kann ich nicht Ich würde hier alle einzeln abschlachten Man wird dann immer so unvorsichtig Das war jetzt unnötig Das war unnötig Ein zerbrochenes Schwert Das war unnötig Jetzt habe ich nur noch sieben Flakons Das war Quatsch, ehrlich gesagt Da muss man mit weniger Schwund durchkommen Egal Gucken wir da die nochmal an, die Typen Gucken wir da nochmal an, die Gargoyleskis Ja, ich überlege, ob ich zwei hier nicht mache Hm? Feuer? Ja, du wirst, ja Warte, ist natürlich nur Ich probiere es Aber, ja Ich finde, das Schild ist schon Nicht unwichtig Versuch nah an ihm dran zu bleiben Nicht zu weit weg Sonst triggerst du die anderen Moves Ah, das war, warte Ah, fuck Ja Oh, gut Jawohl, auf den Schwanz Egal Ja, Mann Ja, okay Das war dumm Ja Ja, du hast ihn abgetrennt Endlich Und ne Waffe bekommen Ey, das hat mich gerade ganz stark irritiert Wieso? Liesst du doch erstmal die Lore durch, Nils Wollt du dich durch die Seite weg? Ich sehe halt nichts Verdammte Scheiße Nimm das Ding da weg Das geht schon mal nicht Oh, ist das Assi Nimm es, nimm es einfach Egal, was ist Ich sehe jetzt nicht mehr Okay, du kannst, ja, ja Egal Ah Ey Warum geht die Kacke noch nicht weg? Warum ist die Dreckachse da am Bild? Ich habe gecheckt, dass ich sie habe Ja, das ist wirklich scheiße Meine Stresse, ich habe X gedrückt Ah Nils Warum drückst du die Sachen nicht immer so schnell weg? Ich habe X gedrückt Ihr braucht es nicht schreiben Weil ich das gedrückt habe Ich habe dich nicht X drücken sehen Der Chat hat da schon erst an was heißem dran Ich habe gecheckt, dass ich die Axt hatte Das hat mich echt gerade mega irritiert Es war, ich wäre aus Guck dir doch jetzt zumindest mal die Drecksaxt an Okay, mache ich gleich Meinst du, wir sollen die nehmen für den Gargoyle? Ich weiß es nicht Sie sollen sich doch mal angucken, was ich da Mir gerade da vom Schwanz geholt habe Ist von hinten Backsteppen dann ein R2? Ne, R1 Aber du musst das schicken, also du hast Ja Okay Willst du dich die Axt mal angucken eigentlich? Bist du überhaupt nicht neugierig? Ne Was nur für dich 14-14 Oh, bald können wir sie tatsächlich nehmen Wie licht ist das mal die Beschreibung? Der geschärfte Schwanz eines Gargoyles Der die Glocke der Erweckung in der Kirche der Untoten und Anor Londor bewacht Sie kann als Bronze-Kampfachs verwendet werden Und ist im Kampf unglaublich flexibel Was ihrer Formgebung als Schwanz geschuldet ist Okay Jetzt kann ich sie noch nicht nehmen Brauchen noch drei auf Beweglichkeit Aber wir haben ja Es steht hier die Beweglichkeit Ne, stehen wir nicht, aber doch irgendwo hier Beweglichkeit 11 Da müssen wir doch noch ein bisschen was machen Okay Okay Das hat mich richtig irritiert gerade mit diesem Schwanz Das sehen wir jetzt eigentlich beim nächsten Mal auch ab Oder kann man den nochmal abhacken? Das ist ne super Frage Und kriegt dann noch ne Irgendwie noch ein Item Ich nehme an Man kann ihn abhacken Er wird wieder da sein Aber man kriegt kein Item mehr Das wäre jetzt meine Vorstellung davon Große Unzufriedenheit Oh mein Gott Ich ziehe immer auf, ey Wie die da rumraven Ja endlich Da haben die mir doch immer noch einen abgezogen jetzt Scheiße Na gut So Dann hau die jetzt mal weg Die Kollegen Der blockt richtig gut, ey Der nimmt ja kaum was ab Ja Also dann muss ich das immer noch haben Und ich blocken müsste schon Shit Alter, wie viele ab Mann Ey Jetzt muss ich aber echt mal rennen Siehste Hab ich aber immerhin noch geholt Die Seelen Nach dem letzten Schlag Das war dumm Das war dumm mit den Seelen Die hätt ich mir sparen sollen Aber Mann Der ist eigentlich voll einfach Muss pinkeln Aber der ist voll einfach Ah Ah, bist du soft Nun gut Dann sind wir wir beide jetzt hier mal alleine Und ihr und ich, ne Gibt auch Schlimmeres, oder? Ist doch so, wenn auf der Party die ganzen Leute gehen Und wir beide Mir und ich Wir Zögern den Abgang hinaus Damit man noch ein bisschen Zeit für sich hat Und Was ist das doch jetzt hier gerade Mit uns beiden Und das Scheine Mann So Komm, ich bin's Komm zu mir, mein Schatz Ein einsamer Rittersmann Komm, 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 komm Komm, komm Wir wollen hier kämpfen Hier, wo es schön Schön warm ist Komm, komm Komm, komm Komm, komm 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 Ah, jetzt Hallo Hallo again Sehr gutes Gefühl Was finden wir jetzt gleich Ich sag einfach Hallo again Was war das denn für ein Move von ihm Den hab ich noch nie gesehen Das macht der, wenn er so das Schwert hochhält Muss ich aber weg jetzt Schleunigst Hast du das gesehen, was er gerade gemacht hat? Das ist jetzt schon mal untergekommen Ist ja lustig gewesen Oh hier Der macht hier so ein Der will mich parieren Und dann Leute, ich hab mir die Hände gewaschen Was ist denn hier los? Weil der Mikro an war Die Leute haben nicht gehört, wie du deine Hände gespült hast Ich hab mir immer Ich erstmal hab ich das Mikro ausgemacht Es war eindeutig auf Mute Weil ich hab's gerade wieder angemacht Und ich hab mir die Hände gewaschen Wasch mir immer die Hände Ich bin nicht so eine widerliche Drecksau Die dann irgendwie Mit den angepimmelten Händen Irgendwie das Pad Dann mit der Nils Dann später Erst die Pimmel-Pad-Hände Und dann kratzt er sich an der Nase Und dann kriegt er Pimmel-Herpes an der Nase Nicht ein weiteres Mal Sowas passiert mir nur einmal Nee, wie der Pimmel-Herpes So Wasch dir die Hände Das ist aus dem Quatsch Schütteln reicht Hier das Das ist auch waschen Ah, super Das sind zwei wilde Kameraden Schlag Okay Ach, mach ich's zweihändig oder mach ich's einhändig? Zweiihändig macht mehr Spaß Weil man hat das Gefühl Man ist verwegener Nee, mach auf jeden Fall einhändig Weil das Schild sehr, sehr hilfreich ist Ach, zu spät Voll die epische Star Wars-Mucke hier Mach es eh Äh, Ede Mach es Nils Zu früh Dumm Oh Ach, zu früh Jawohl Sehr gut Achtung Wir machen Ja Ein zweier Jetzt kannst du kurz Oh, da kommt der nächste Ja, sehr gut Fantastisch Nochmal Jetzt hast du ihn fast Lass dich jetzt nicht aus der Ruhe bringen Geil Ging ins Leere der Schwanz Muss natürlich auch mal schlagen Irgendwann Ja, das hab ich ja auch gemacht Ohhhh Ah, da konnte ich nicht mehr rollen Du hast ihn einen fast Nochmal ein Flakoff vielleicht Alter Wie auch ständig noch was Neues kommt Oh Gott, oh Gott Du schaffst es Nein Lebst du noch Oh, ist das Kacke Ey, du warst so nah dran Ein, zwei Schläge an den richtigen Stellen Nun Ah Da waren zwei Zwar zwei Oder dreimal die Situation Dass ich schlagen wollte Nachdem ich rausgeglichen bin Und er den Schlag nicht gemacht hat Ich glaub ich hatte nicht Gug Stamina vielleicht Ich bin nicht sicher In dem Moment, ja Du musst mal gleich Wenn ich kämpfe Auf eine Sache achten Und zwar Ab wann der zweite Gargoyle kommt Ist es eine Zeitfrage Oder ist es eine Energiefrage Des ersten Gargoyles Müssen wir mal gucken Ich hätte tatsächlich Vielleicht auch Mit zwei Händen spielen sollen Ich hab das Blog nicht so oft benutzt Wir müssen ein bisschen Werbung machen Aber den Teil kennt ihr ja schon Simon spielt mal eben wieder Zu den Gargoylen Und Dann legen wir gleich die Viecher Oder was Okay Und wir haben übrigens gelesen Ja, ich weiß Wir können uns Hilfe holen Wir können jemanden Das wollen wir aber nicht Aber das wollen wir nicht Doch nicht Also wir machen das nicht Weil wir das nicht mitbekommen haben Wir machen das nicht Weil wir das nicht wollen Du musst gleich mal Was essen Jetzt bist du sehr tot Was? Niemand ist gestorben Hör auf So ein Quatsch erzählen Wir können übrigens auch Das Spielbild in den Hintergrund legen Nein, das können wir überhaupt nicht Das wäre so Ihr müsst nicht das statische Bild nehmen Da muss die Regie jetzt extra Ihr Kabel umstecken Nee, überhaupt nicht Wir müssen das jetzt nicht zeigen Ich laufe gerade Ihr seht ja am Controller Ich laufe weiter in Richtung Endgegner Gleich nach der Werbung Ja Seht ihr ihn Gut Dann bis gleich Ihr Regie Ihr seid solche Der Gargoyle Der Gargoyle War so groß Und dann hab ich gegen ihn gekämpft Und dann kam ein zweiter Gargoyle Und der war auch so groß Und der konnte Feuer speien Was hab ich dir gesagt Und dann war da eine Axt Was hab ich dir gesagt Wenn dich der Gargoyle angreift Musst du dein Schild benutzen Hast du dein Schild auch richtig benutzt Nils Kennst du Dann wärst du jetzt nicht tot Ja Kannst gleich mal gucken Wie man das macht Wie nennt man das Unverletzbarste Säugetier Stein Der Schildes Der Schildes So egal Das war jetzt nicht lustig Herzlich willkommen zurück Bei Dark Souls Simon Kretschmann hat sich in der Zwischenzeit Hier bis zum Endpost durchgeschnitzelt Herzliches Glückwunsch dazu Und jetzt hier geht's los Okay Der haut in die Luft Der haut in die Luft Und jetzt haben wirolo gl technologies zum lang machen mein Schildes Hier trägt ihr Der auch gut Wie man Ich glaube Ich bin Ok Und Ich bin ich bin Oh, jetzt kommt er Denk ein bisschen an deinen Verkunft Diese beiden wütenden Herren Sehr gut Sehr schön, den ersten machst du gleich Gut Rennen Nein, ist er tot? Nein Ich mache Rappen, der hat sich noch auf Den hätte ich doch wirklich erledigen können Gerade, wirklich Du hattest den ersten halt fast Und wenn du den gehabt hättest, dann wäre es one on one gewesen Und er soll mal zum Einzelkampf kommen, dieser Drecksgargäu Ja, one on one No problem, bitch Aber one versus two Not so cool Ja, ich meine, die haben halt überhaupt gar keine Ehre Mein Problem ist auch Dass ich beim Energieschnabulieren nie einen richtigen Moment finde Irgendwie, ich verliere fast immer auch direkt nach der Energiezufuhr verliere ich wieder was Aber du hast gemerkt, wie das Schild funktioniert hat Hat sehr gut funktioniert Einfach Schild immer kurz heben, wenn er schlägt Und vorher einfach nicht heben, damit man Ausdauer regeneriert Und dann kannst du jeden Schlag mehr oder weniger abdichten Klar Ja, wir verlieren ein bisschen Energie, weil das Schild ja nicht 100% physischen Schaden aufhält Aber ich finde der Ich finde der, die Rechnung geht gut auf True, true True, true Du, 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 du Da sind sie wieder hier im Thronsaal Wo alles begann Hast du das gesehen? Das war cool Oh, das hat er geblockt Das war doof Doof würde ich jetzt nennen Unklug Ja, aber ich wollte einen coolen Move mal machen Ich fand den schon ganz cool, ehrlich gesagt Jetzt kommen die 20 20 gierigen Fans Ja Die wollen alle zum Backyard Sail Nein, hier gibt's nichts für euch zu holen Alter Du darfst dich nicht unterschätzen, diese Kleinen Du kannst sehr schnell sterben, wenn du jetzt ein paar Fehler machst Jetzt zum Beispiel Ich sterbe nicht Sehr gut Das ist ein Spiel Hm, gierig Alter, meine Fresse Dass ich da jetzt auch original noch ne Plakons fressen muss Ich hab's einmal geschafft Durch den Hier vorne im Tordurchgang Erledigen Und dann straight weiter Das geht Wie viele sind denn hier drin eigentlich? Das sind so an die 10 Ne, hier in diesen nur dann Hier sind zwei Aber einer versperrt den Weg Der andere kommt direkt von hinten Das heißt, du musst Glück haben Und Ne, Timing musst du haben Lalalalala, ein Flakon für mich Ein Flakon für dich Das sind zwei Flakons Da macht das Ja, da macht das Da hat echt schon ein langer gereicht Das ist ja krass Das ist ja krass Das ist ja krass Oh nein, oh nein, oh nein Oh nein, oh nein Oh, das ist ja auch noch gekommen Energie Jetzt brauchst du Energie Nein, der erreicht mich noch Oh, so ne Kacke Komm, im Ernst Der Feuerstrahl hat mich erreicht Ich hätte weiter weglaufen Du hättest Du startst schon an der Kante Ja Äh, ja, aber Das war jetzt einfach nur ein bisschen unglücklich Ich hätte weiter weglaufen müssen Und ich hab auch nicht gesehen Dass der zweite schon von der Seite kommt Der kam auch sehr schnell Weil du sehr schnell Dieses Mal Ähm, eben die Energie Also es liegt an der Energie Nun gut Wissen wir das jetzt Sobald du die Hälfte der Energie Ja Weg hast, kommt der zweite Der lange Der harte Schlag Auf den Schwanz Das war perfekt Der war richtig gut Von dir Wir, ich Ich hab das Gefühl Wir schaffen das Wir waren bei Ador Lando Oder wie der andere Dumme Typ da Bei Dimensalz hieß Am Ende Da hatten wir Wir waren einmal kurz davor Und dann haben wir halt Den Drive verloren Weil das einfach nur noch Ein Abturn war Und da haben wir natürlich dann Das gecheased Aber hier hab ich das Gefühl Wir kommen voran Und ich hab auch das Gefühl Dass wir bei diesem Endboss Irgendwie was lernen Ja Also weißt du Ich glaube die sollen uns auch Ein bisschen was beitragen So und wenn wir jetzt anfangen Direkt Bevor wir es wirklich mal probiert haben Eine Hilfe zu holen Ja dann wird der natürlich Schneller gelegt Aber Nach hinten raus Haben wir das Learning halt nicht Ja ich finde das auch Also ich hab nicht das Ich hab nicht das Bedürfnis Ich hab nicht das Gefühl Das ist schagniert Ich hab das Gefühl Wir werden besser Wir müssen Nahkampf auch lernen Wir haben das beim Dimensalz nicht gemacht Und spielen es hier blind zum ersten Mal Dark Souls Und wir gucken mal Und wenn wir irgendwann in den Punkt sind Wo wir so abgefuckt sind Und das Gefühl haben wir bewegen uns rückwärts Was das Skill angeht Dann holen wir uns auch Hilfe Aber erstmal probieren Ja noch hab ich da überhaupt keine Sorgen eigentlich Man bitte Du musst R2 nehmen Ja In diesen Gang Ja Also Hab ich leider wie immer zu spät gemerkt Ist doch nicht dein Ernst Das ist nicht dein Ernst Du stirbst jetzt Der wird nicht mehr diskutiert Verrecken musst du Aber darf ich dich immer was fragen In engen Gang Du machst immer R1 Und haust dir in die Steine Nein Mach ich nicht Ich hab noch hundertmal schon R2 gemacht Das Problem mit R2 ist Das dauert viel länger Und das führt oft dazu Dass er einen schnellen Move macht Und meinen R2-Move Ouch Bitschige Pimmelsau Bitschige Pimmelsau Aber das hat gut geklappt Ach Kurz eine Sekunde überlegt Soll ich mal Ne So sehr mag ich euch dann auch nicht Ich hab ein gutes Gefühl mit dir Du wirst es jetzt schaffen Eigentlich müsste ich mir mal die Moves erstmal angucken Oder was der so hat Ähm Ja Schwanzmann Wieso geht bei dir der Schwanz ab Bei mir nicht Weil ich auf den Schwanz haue Ja, aber Von hinten Und dann auch mit dem Doppel Ich hab mit Doppelhändig Ah, das ist es vielleicht Ja, ja Gehe ich jetzt näher ran Hast gesehen? Doppelhändig schnell gewechselt Und jetzt hat er wieder den Schild Ja gut Ja gut Eine nice-ige Aktion So, ich geh jetzt extra mal weiter nach hinten Denn ich möchte ein Flakon nutzen Solange ich noch alleine bin mit ihm Nice, das wird gut Nice Weg ist er Oh, jetzt hab ich eine blutende Wunde Ah, natürlich Oh, jetzt ist Karsten auch echt lange Aber wenn du jetzt beide triffst damit, ey Ne, leider nicht Aber die machen gut Wumms Der hat doch eindeutig den Fuß getroffen Nice Okay, jetzt muss ich wieder abhauen Das war nicht gut Flakorino Flakorino Oh, jetzt muss ich da so ein bisschen in die Ecke drängen Man, wie soll ich das denn alles Nice Gib ihm Nice Sehr gut Das ist schon mal sehr gut Dass du beide auch ein bisschen Ach Sehr gut Komm nicht weg gerade Energie Ich brauch aus Dauer Ey, du machst das richtig gut Du machst das richtig gut Wie, jetzt können auf einmal beide Feuer speien? Scheiße Den du viel ja Den du falsch benutzt Das sieht sehr, sehr gut aus Was du machst Na, aber ich komm nicht ran Ja, aber du bekommst Da musst du Progress Ah, siehste So, der eine ist so gut wie weg Oh, oh, keine Ich hab keine mehr Flakor Fehler 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 Dich krieg ich noch Nein, nicht mal mehr Den einen Konz erledigen Mit dem scheiß Millimeter Energie Aber das war richtig Eine richtig gute Richtig guter Run Me like it The Run Du musst es mal so sehen Das ist wie die Trainingsmontage Bei Rocky Du bist gerade an dem Punkt Wo du in die Schweinehälften haust Du bist noch nicht an dem Punkt Ähm Wo du Den Kampf gewinnst Was schießt du? Aber da kommst du gleich hin Ist gleich soweit Zwei, dreimal in die Schweinehälfte Hauen Ja Ich muss mich so befriedigen Wenn man die einfach einmal so von hinten abschließt Entschuldigen Sie bitte Wissen Sie, wo es hier nach Oh, entschuldigen Sie bitte Ich hab nicht gewusst Dass sie so Ach, das war wieder Meine Gier war wieder Größer Als sie sollte Da geht er da Down goes the Typ So Du bist an dir vorbeigelaufen, ne? Ähm, ja Aber das ist auch nicht Du kannst Ja, aber du kannst nur mit dem Sprung Zum Beispiel Du musst wichtig Nur den ersten erwischen Der dir im Gang entgegenkommt Hier im Tordurchgang Jetzt kommt er Genau Und den musst du weghauen Und jetzt direkt rein Perfekt Alter, das ist der Run Ich rieche es Das ist der Run Hier, jetzt wird Der Flakon wird gespart Die Feuermagie Kannst du dir auch sparen Flakon, Flakon Ja 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 Wie sind wir denn in Ruhe Willst du echt komplett ohne Schwert Äh, ohne Schild Okay Energie Ja Ach, scheiße Okay Ey Super Willst du nicht eventuell jetzt das Schild nehmen noch? Bei zweitem Na gut Entschuldigung Energie Hallo Oh nein Ich hab das Schild Nee Ich hab einen Fehler gemacht Ich hab einen Fehler gemacht Ich wollte Was anderes machen Das war ein Fehler Ich weiß auch, was ich falsch gemacht habe Aber ja Und das ist das, was zählt Ist ja okay Genau Was hast du Was wolltest du versuchen? Ja, ich wollte weglaufen Und ich hatte die aber angewählt Und dann bleibt der Irgendwie ist er dann in dem Ist dann Ja Ich muss ihn erstmal abwählen Und dann weglaufen Mh Mh Miste Kacke Miste Kacke Miste Kacke Feuerwiderstand, glaub ich, ne? Kann das sein? Ja, Feuerwiderstand hat das ja Ja, fällt viel aus Physischen Schaden Nicht so Man muss dann wahrscheinlich nur das Demina halt noch haben Ja, jetzt wirst du gleich sehen R2 Wie jetzt? Ach, R2 Aber du meintest dich Ich soll mir R2 benutzen Das ist nämlich das, was dann immer passiert So gut Ja, jetzt hat's geklappt Jetzt hat er wieder diesen Diesen Schergen Move, den er bei mir von gemacht hat Wo er einem den Bauch sticht oder was er da macht Oh shit, nee War eigentlich was Ein dummer Move von uns, oder? Wieso? Naja, wenn du jetzt Und wir uns jetzt nicht hinterher Jetzt müssen wir Wenn du jetzt das schaffst, ist alles gut Ja, das war doch super Okay Da geht gleich der Schwanz ab, nice War das ein Schwanz, das ist überhaupt nicht Sehr schön, ey Das gibt's ihm richtig da Voll ja in der Defensive jetzt Ich traue, dass ich gar nichts mehr Shit Shit Ich will nur weg, ne? Okay, so Einer von euch muss jetzt mal ein bisschen näher kommen Das kann doch nicht unser Job sein Hier mal Ich will ja schon zurück Nein Er ist tot Ich hab extra gerollt In der Hoffnung Ich erwisch noch so einen dieser Frames Wo man unverwundbar ist Aber nein Scheiße, scheiße Das hätte eigentlich Das hätte eigentlich klappen müssen Once again Here we are Once again Wir müssen nochmal gucken Ob wir nicht irgendwas Grundlegend falsch machen Ja, ey, wie gesagt Ich Wenn wir so weitermachen Irgendwann wird er fallen Ja Und du hast ja davor auch schon richtig geilen Run gehabt Es ist ein bisschen auch jetzt Glück Dass man den einen erwischt Und vielleicht dann eben gegen den anderen alleine antreten muss Ich glaub dann Entscheidet sich der Endkampf sehr schnell Wenn man das einmal schafft Wir waren ja schon so nah dran auch Aber es ist so ein bisschen egal Die ergänzen sich Der eine macht Macht Flammen Der andere Haut in dem Moment zu Oder betäubt einen Nur ein bisschen durch seinen harten Schlag Schwierig Naja Ja Aber ey Wenn sie jetzt super easy Wäre man das als Als Irgendwie als Dark Souls Noob So direkt am Anfang schaffen würde Denn wer hätte Dark Souls nie diesen Ruf bekommen Den es hat Ja Und die ganzen kleinen Besserwisser im Chat Naja eigentlich halten sie sich zurück Das ist ja lustig Weil man Ich mein Ich weiß nicht ob ihr den Chat lest Während ihr reinschreibt Aber es ist wirklich wie jemand der Komplett bipolar ist So Warum benutzt er denn die Flamme Die Flamme ist doch scheiße gegen Drachen Eine Sekunde später Warum benutzen sie keine Pyromanie Wenn ihr spielen würdet Würde der Typ einfach nur im Kreis laufen die ganze Zeit Kreis laufen und irgendwas spammen Es ist halt einfach Wie du es machst ist es falsch Und ihr im Chat seid 100 Leute Die alle unterschiedliche Meinungen brüllen Man kann es euch nicht allen recht machen It's impossible Es geht ja auch nicht nur ums Recht machen Es geht einfach auch um eine gewisse Alter wieso Warum denn jetzt ey Der im Sprung um die Ecke ist der geflogen Echt Was war das denn jetzt für eine Aktion von diesem Hackepeter Naja Meine Güte So Okay Nils Das ist schon mal sehr gut gewesen bisher Jetzt zieht er es rein Ich würde dir raten die kleinen Schläge zu nehmen Weil die sind echt portionierbarer Da kann man auch schnell noch wieder auf Verteidigung umschalten Jetzt bin ich ruhig Jetzt bin ich ruhig Ja, oh Mann! Hört doch mal auf jetzt! Du hast noch! Go, Wilbald! Renne! Gut! Alter! Nochmal! Nochmal! Ach, da wollte ich... Naja, okay. Ich muss die abzählen. Jetzt hast du die Chance, von hinten. Ach, scheiße. Mach gleich zwei. Nee, nur einen. Ja! Das war gut! Mann, ey. Oh, jetzt kommt einer. Na, jetzt kannst du schlagen wieder. Abhauen, Energie! Ja! 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 Ne! Dieser Rhythmus von denen, der macht mich wütend beim Zugucken. Ich kam nicht mehr richtig an einen von den beiden ran. Ja, und es ist nicht deine Schuld. Ey, du rennst von einem Ende zum anderen, kriegst ständig den Flammenschweif ab. Und sobald die auch eine gewisse Energie verloren haben, gehen sie nicht mehr so gerne in den Nahkampf. Oder wir haben sie nicht triggern können. Ich weiß es nicht, aber ... Irgendwie, wenn man einen verwundet hat, muss man schnell den Sack zumachen. Weißt du was, jetzt hätten die Feuerbälle helfen können. Ja, ich hab auch überlegt. Ich hab ja einmal sogar gewechselt. Und dann hab ich gedacht, ey, die Kasselzeit ist so lange, dass in der Zwischenzeit einer irgendwie das unterbrechen wird. Du rennst immer an allen vorbei, ne? Ich versuche ... Ja, ich versuche irgendwie ... Könnte ich nicht jetzt auch ... Beim nächsten Mal versuche ich, ob ich nicht auch hochlaufen kann. Ey, jemand hat im Chat gab es in Stanz geschrieben. Kann das sein, dass der Typ nur ... Also der zweite Gargoyle nur Feuer speit, wenn sein Schwanz ab ist als Entschädigung? Weil dann würde ich ja lieber den Schwanz anlassen, ehrlich gesagt. Aber ... Ich finde es einfacher, dem Schwanz auszuweichen, als dem Feuer, weil das halt so eine ... Wenn zwei Leute Feuer speiten, hält sich das halt schon echt krass auf Distanz. Achso, ne, stimmt doch nicht. Unfassbar. Unfassbar. Gegen alle Gesetze der Natur und der Schwerkraft und allem im Sprung macht er noch ne Kehrtwende, ne, 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 90-degree-turn. Und erwischt mich noch, während ich an ihm vorbeirenne. Tja. Okay, so. Now it goes. Tchub, tchub, tchub. Alleine hat er keine Chance, das weiß er auch. Alter, der hat aber schnell gehauen jetzt. Okay. Bevor der Zweite kommt, jetzt noch mal voller Energie. Der ist ja schon. Der Zweite durch. Ey, aber hab ich ja gar nichts mehr gemacht. Der ist jetzt ... Jetzt ist er nach Zeit gekommen, oder wie? Ey, wie soll ich denn hier überhaupt einen Überblick behalten? Weg, komm weg. Ja, ich komm ja wieder mal nicht raus. Ey, dieses Hochrappeln. Nee, aber das ist auch einfach scheiße. Sorry, du kriegst einen Schlag ab, liegst am Boden, wirst dann abgefackelt. Uuuuh, ist aber schwer, dieses Demon's Souls, Dark Souls. Wie du da immer am Boden erwischt wirst. Dann roll dich halt zur Seite, du Spast. Ach. Jetzt geh ich kurz kacken oder pissen oder irgendwas. Mh, schickst du mir ein Selfie? Ja, Simon ist kurz kacken. Ich hoffe, er lässt das Mikro an. Ich hör da so gerne zu. So. Die machen wir einfach mal mit, ne? Aber keine Eile. Die Gleit-Eli dann immer so wegtritt. So, von seinem, aus seinem Schwert rauszieht. So richtig verächtlich. Tritt er die dann immer noch weg. Aber Problem ist nochmal ein bisschen hier. Mit der Tempo-Variante. Ah, sauber. Guck mal hier. Nicht ein Zipfel Leben verloren. Ja, fast. Ah. Nicht ein Leben verloren. Nicht ein Gramm. Ist das nicht geil? Nice. So, jetzt hol dem Gargoyle mal die Glocken ab. Stich. Stich. Ja, perfekt. Hier in der Ecke hast du ihn gut. Achtung. Ah, falsch geholt. Ah, nee, ey. Hass. Purer Hass. Nee, das ist auch dumm von mir gewesen. Ja, Achtung. Zweiter kommt. Nein, nicht runterfallen. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich bin tot. Das war klar, ey. Ja, ich bin dumm gelaufen. Ey, das ist der Anfang direkt, ne? Der ist ja eigentlich das Einfachste, der Anfang. Da hab ich's voll verkackt. Mich einmal falsch geheilt. Da wird man dann übermütig. Weil man denkt so, okay, in der ersten Phase, bevor der Typ kommt, das ist kein Problem. Hier haust du ein paar Mal, rollst ein paar Mal. Und dann wird man überheblich. Das ist immer so ein bisschen... Überwütig. Überwütig. Das war jetzt nicht so gut. Leute, ich hab mir die Hände gewaschen. Hört auf damit. Mein Penis ist so sauber, da kann man von essen. Da weißt du jetzt nicht, was du dazu sagst. Willst du überhaupt in Ruhe hin? Ich glaube nicht, ne? Hör auf. Hör auf jetzt! Kann ich nicht an dem Typen echt so vorbei? Ich will vorbei. Sensationell. Wollen wir ein bisschen Werbung machen noch? Und kurz vor dem Gargoyle einmal innehalten. Und Kräfte sammeln. Und dann hauen wir die Gargoyleskis. Ja, macht schnell die Werbung Ihr müsst immer das Spielbild in den Hintergrund packen Wir wollen nicht dieses Hintergrundbild Immer, auch wenn wir im Vollbild sind Immer das Spiel Immer das Spiel da reinlegen Deswegen sitzen wir doch hier Ich hau der Regie jetzt aufs Maul Warum hast du denn jetzt verloren? Gut, das gleiche, was ich gerade gesagt habe gilt immer noch ein bisschen Werbung Bis gleich Wir werden den Gargoyles den Gar ausmachen und damit Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dark Souls Wir finden ihn nämlich gar nicht Goil Gar nicht Goil Ja, hast du schön gesagt Ja, du auch Du hast mich gerade eben direkt wieder motiviert Du hast meinen Mutflakon wieder aufgefüllt Da hören wir auch schon wieder Die Todesglocken Sie läuten diesmal Für die Seele unserer Gegner Die wir ihnen aus dem Leib schneiden werden Ja, ähm Wir waren ein paar mal nah dran Ich hab das Gefühl, es gibt ein gewisses Learning Hier und da tat es auch mal wieder weniger gut Aber im Grundsätzlichen hier Ja gut, weil man ja auch immer wieder ein bisschen probiert Und dann merkt man, okay, die Taktik Bleiben wir lieber bei der alten und so Ja, ich finde halt auch so Leichtsinn ist immer so Bruder Mein Bruder immer Ja, aber sobald beide da sind Ist es auch echt ein bisschen Glück Ja, jetzt auch gerade in der ersten Phase eben zum Beispiel Das ist vielleicht völlig unnötig Und er ist so weit weg Wie man sowas blocken will Nein, nicht runterplumpsen Shit, jetzt kommt der andere Ach, shit im Himmel Diesmal, aber ich bin noch nicht reingekommen Ich hab ihn nicht wirklich Ich müsste den ersten Muss ich schon mal hier bis Da muss noch die Hälfte weg sein Und dann erst darf der andere kommen, ey Jetzt gerade kriegen wir es schon nicht mehr so hin Ja, weil das ist das, was ich meine Was wir auch beim letzten Endboss hatten Das, es gibt diese Kurve Da lernst du Und dann gibt es diese Kurve Wo sie sich leicht zünden Frustration Und Ermüdung So, und dann geht's bergab Und das hat Das ist Da müssen wir jetzt auffassen Dass wir die Kurve kriegen Sonst würden wir irgendwann natürlich auch uns Hilfe holen Also es ist ja legitim Ja, aber wir brauchen hier keine Hilfe Nein, nein, ich will es ja auch nicht Definitiv nicht Ich will nur auch sagen, dass das natürlich ein legitimes Feature ist Das dieses Spiel bietet Dass diese NPCs, die hier überall rumstehen Dass die einem auch helfen können Ich meine jetzt gar nicht jemanden beschwören So, ich meine die NPCs, die hier sind Aber das wollen wir natürlich nach Möglichkeit nicht machen Die Leute im Chat sagen seit geraumer Zeit Wir sollen das Goldharz mal für die Waffen probieren Das würde wohl die Wirkung verstärken Ist eine gute Idee Aber, Frage Brauchen wir denn nicht das Goldharz für eine Waffe Die wir eigentlich jetzt gar nicht wollen Ne, beziehungsweise das hält doch nur bis zum nächsten Tod dann an, oder? Also wir können es einmal nur probieren Und, ähm Und, ähm Hartz macht den Kampf lachhaft leicht Hm, das klingt interessant Echt? Lachhaft leicht Guten Tag Ist temporär nur Hat man nur einen Einminütigen Buff Ja, gut Kann man natürlich machen Wenn wir wirklich nicht mehr weiter wissen Aber bisher Bisher ist es eher eine Trainingssache Und eine Übungssache Renn doch an dem Vorbike Ja, ich war da ein bisschen noch da Der hat's gut gemacht Der hat's gut gemacht Ey, das geht nicht, was er gerade Das macht mich irgendwie am wütendsten Von allen Sachen Also Da hätte ich gerne noch mal eine Zeitlupe von Wie er wirklich im Sprung Sein komplettes Hast du ja eben auch gesagt Sein komplettes Gewicht umwuchtet Das macht überhaupt gar keinen Sinn Ey, dass du Wie du blockst Ist eigentlich mega geil Aber mir macht es, glaube ich, mehr Spaß Zweihändig zu spielen Na, du kannst ja vorher schnell switchen Was du machst ist eigentlich Quatsch Weil du jetzt nicht zweihändig sein musst Siehst du? Ja, da hab ich aber auch Nimm einfach dein Schild in die Hand Und wechsel dann kurz vorher Das war natürlich mit der Ankündigung jetzt natürlich sehr lame Nein, ja Mir macht's viel mehr Spaß, wenn ich nie treffe Nein Nein, ey Wir haben gesehen, wie du spielst Was ich meine ist, wenn du halt blockst Dann zieht er viel Stamina ab Dadurch, dass du den blockst Ja, ja Und wenn du irgendwie In seine Attacke reinrollst Und das richtige Timing hast Und in den Nahkampf Also nah an ihn rankommst Er will hauen Und du rollst dann Ihm hingegen Und dann stehst du direkt vor ihm Oder hinter ihm Und kannst ihm direkt einen geben Und hast dann halt beide Hände An der Waffe Und deswegen glaube ich, dass Es grundsätzlich besser ist Wenn man die Rolle nimmt Seinem Schlag auszuweichen Als das Blocken Weil du kommst mit dem Blocken Nicht näher an ihn ran Und verbrauchst gleichzeitig viel Stamina Weißt du, was ich meine? Naja, aber dafür trifft er mich halt nicht Jaja, das ist Also das Rollen ist cool Wenn man weiß Wann genau dieser Frame ist Mit dem man Die anderen Mit dem man quasi unverwundbar ist Für einen kurzen Moment Sagen wir es mal so Wenn man genau weiß Wann man den machen muss Ja Aber ja, beides sind legitime Taktiken Also ist jetzt auch nicht so Also Ich habe jetzt auch bisher Keinen Erfolg mit meiner gehabt Ich fühle mich nur damit wohler Da wird er wieder sein So ein Rapier-Move Hä? Hackehans Natürlich Einer muss mich noch treffen Ne? Sonst wäre es ja auch zu geil für mich Ja gut Das war natürlich jetzt echt Eine verschwendete Runde Mega dumm Egal Ich bin noch nicht an dem Punkt An dem ich zu frustriert bin Ich bin noch an dem Punkt Wo ich Bock habe Wo ich mir das Gefühl habe Das ist okay Ich bin noch Ist egal Ich bin noch an dem Punkt Wo ich Ich bin noch hier Ich bin noch Alles gut Siehst du Aus irgendeinem Grund Warum habe ich den zweihändig gehabt Ich schwöre Das war nicht mein Plan Oh Das war nice Oh, da ist der zweite schon. Ich beschwere mich nicht, aber sorry, das ist doch einfach scheiße. Wie kann es denn, ich meine, wie wie kann man denn Gegner designen, der einen mit dem ersten Schlag betäubt und dann während man betäubt ist, mit dem zweiten Schlag finisht? Das kann man machen, aber es ist halt einfach nicht weder fair, noch ist es sonderlich smart, das Gegner-Design oder irgendwas. Oh, jetzt wird er wieder was gegen Dark Souls gesagt. Verbrennt ihn. Aber also tut mir leid, so genial fand ich das jetzt auch nicht. Ist halt schwer, ja. Aber es ist jetzt nicht so, als ob es immer fair wäre. Naja. Immer fair wäre. So. Ah, ihr sollt die Leute im Chat, ey, Maul halten einfach mal, ne? Einfach mal Maul halten manchmal. Jetzt mach ich hier wieder Quatsch. Ja, nicht direkt neu anfangen. Ja, kannst du von mir aus gerne machen. Ha! Der alte Trick. Wunderschön. Ich guck mir das so gerne an. Ja. Ich guck mir das hier eigentlich zerhauen. Lalalala, entschuldigen Sie bitte. Ich bin auf der Suche nach einem Huch. Ich bin ja so dämlich, Simon Kretschmer. Konzentration, bitte. Das Kier ist jetzt auch, dass der mich jetzt hier... Oh, oh. Dumm. Ja gut, aber das zieht ja nicht, ne? Das hast du ja auch schon hundertmal gemacht. Einige hundertmal. Okay, das war halt einfach dumm. Ich mach jetzt einfach... Was denn? Das ist richtig geil jetzt. Konzentration! Wir müssen das jetzt schaffen. Ja, wir schaffen das jetzt. Und Prost. So, das wird jetzt geil gerult. Wir rulen da jetzt durch. So, ich mach's jetzt ganz in Frieden. So. Jetzt rum! Wieso hat der nicht getroffen? Ich check's wirklich nicht, warum der gerade nicht getroffen hat. Oh, es heil dich doch. Heil dich doch. Trau dich doch. Trau dich doch. Trau dich doch. Schön. So. Ich verspotte die. Ich hab echt gar kein Recht, die zu verspotten. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, ich muss das jetzt auch mal für meinen Seelen heil machen. Ja. konzentriere dich mal gut gut konzentration konzentration vollkommen und jetzt hier weg kein bock ist wieder hier das gleiche jetzt gerade bin ich schon mit rumgekleckert fließt man da weit hier ja wohl kommen sie alle hinein du kannst auch noch hier ist ihr schwert jeder nur einen tot das sind gerade schritten gewesen ist schon wir haben an die 300 seelen zurückerlangt er wäre man zu gehen gargoyle und mir jetzt ist es Zeit für Baby ja ja man erst mal weitermachen ja mach ihn einfach jetzt mach ihn alle mach ihn jetzt alle ja man ja so Energie scheiße das war so gut von dir du hattest ihn so sehr aber jetzt kann man definitiv abhaken dass wir immer ein stückchen weiter kommen denn das haben wir ja ey weißt du was ist mir fuck egal solange wir progress machen solange wir das gefühl haben wir wir kommen der mechaniker auf die spur und wir kommen dem gegner auf die spur ist das alles cool mit mir das wirkt nur dann öde wenn man das gefühl hat man ist an dem punkt an dem toten punkt wo man nicht mehr weiter weiß irgendwie solange man lernt ist alles cool mit mir da kann mich das spiel auch nicht frustrieren ey sag mal hier geht gerade irgendwie so viel schief ganz komisch war das gerade irgendwie kein ein anfang gefunden ok ok das sehe ich da genau in diese freie hand kommen Sag mal, was ist denn los, dass die gerade so aggressiv sind? Irgendwas. Irgendwas hat sich geändert. Fühlt sich irgendwie so an. Okay, so. Das ist scheiße, ey. Kann ich eigentlich direkt wieder... Egal. Kann ich eigentlich direkt anfangen, neu. Ich bin sogar weggesprungen. Ich bin sogar gesprungen, weil ich wusste, der kommt, weil ich dachte, ja, antizipier ich das mal. Einmal hab ich's geschafft, da wegzukommen. Wir haben das schon ein paar Mal gemacht und wir haben's auch schon geschafft. Ich bin mir nicht sicher, ob wir vielleicht dann irgendwie rechts oder links oder so... Du kannst ja auch rollen, ne? Also, wenn du rollst, aber dann musst du halt aufpassen, dass du... Na, im Rest nicht. Hast du beidhändig geschlagen? Nur beidhändig. Fuck. Ganz ruhig. Nice. Oh, was ein geiler Heap. Komm, mach. Ja, hau nicht wieder ab. Okay. Und schon ist er wieder weg, ne? Was ist das denn? Ich bin der Zweite. Ich komm ihn nicht. Ich krieg ihn einfach nicht irgendwie. Ich komm auch nicht rein gerade. Das meinte ich, wenn du ihm entgegenrollst, wenn er haut und du rollst ihm entgegen, dann bist du nah an ihm dran. Und dann musst du nur noch ausweichen in der Theorie. Super. Gleich hast du ihn. Noch ein oder zwei Schläge für den einen. Du lebst noch hier. Hau ab. Yes. Hau auf. Das schaffst du. Yes. Oh, wie geil das. Wie auch immer du das gemacht hast. Ich weiß es nicht. Super. Ist egal, du lebst. Alles ist gut. Alles ist im Rahmen. Okay, das bringt auch nichts. Mit oder ohne Flammen, ich weiß es nicht mehr. Du müsstest jetzt reinkommen hier zu mir. Den, jetzt, jetzt, den da ran. Yes. Nein, daneben gehauen. Warum? Weil er den falschen wahrscheinlich anvisiert hatte. Ich kann es mir gerade nicht erklären. Aber es hat irgendein. Der macht ohne anvisieren. Ja, ich habe einfach nicht rechtzeitig abgestellt. Ich wollte eigentlich auch auf zwei Hände umstellen. Ne, jetzt kann ich nicht ran wegen dem Feuer. Yes. Nein. Zweit weg. Feuer. Flakon. Flakon. Schuld. Scheiße. Rennen. Flakon. Flakon. Komm jetzt. Roll ihn. Schmoll ihn. Geil. Hast du aber gesehen, ne? Ich bin um ihn rum eigentlich. Eigentlich war das sehr gut. Nein. Du lebst. Du lebst. Du lebst. Du hast noch Flakon. Alles gut. Nein. Aber es ist schade. Du warst das eine Mal, als du dich getroffen warst. Da warst du auch schon an dem richtigen Typen dran, ey. Und wenn dann ... Der hat dich den schon anvisiert. Das war der richtige Moment. Ich war neben dem Feuer. Und dann schlägt der ganz woanders irgendwo in die Luft. Ja, egal, egal, egal. Ey. Ne. Ey. Ich lache nur, weil es ... Aber es ist so demütigend, wenn du irgendwie nach dem Endgegen zurückkommst und dann an diesen Lappen da irgendwie ... wenn du einen Schlag kassierst. Ach. Nein, das war halt auch gerade mega dumm einfach, weil das ... Ja. Gut. Ich wollte den Bogenschützen anvisieren, logischerweise. Ich wollte den, ich wollte ja nur den zuerst platt machen. Und dann drück ich im ... Ich lauf hier lang. Geh so hin und drücke. Das anvisieren, damit ich direkt hier quasi so ein ... Da hinlaufen kann und hier so ein Dödler machen kann mit ihm. Und dann visiert er aber den linken an und ... Läuft er automatisch durch diese Magnetfunktion hier rein. Naja. Egal. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ist es okay, wenn ich frag? Oh, jetzt bin ich genau in sein Parry rein, aber ich hab sein Parry noch. Hast du das schon mal gesehen? Hast du das schon mal gesehen? Hast du das schon mal gesehen, als er es bei mir gemacht hat? Wo er mich so geparriert hat, weil er macht er so und sie mir irgendwie den Gedärme aufgeschlitzt. Da verlierst du fast den ganzen Balken. Ja, ich glaube, mich hat er auch einmal erwischt. Wenn man zu nah dran ist, auch ... Es fehlt jedes Mal, fehlt wirklich nur noch ein kleiner Fetzen. Wir sind schon ... Zu zwei Drittel sind wir durch. Im Gesamtspiel. Hm. Komm, mit Ernsthaft? Wird er noch nicht so. Was ist das? It's a Flacon. Flacon. Hast du eigentlich auch Hunger irgendwann mal? Ich bin schon echt hungrig, trotz meiner Butterbrezel. Ja, ich auch. Jetzt. Schöner zweihändiger Schlag. Jetzt hat es natürlich nicht funktioniert mit dem Reinrollen, aber ich verstehe, was du meinst. Ah, der tat weh, das war gut. Jetzt Energie. Du brauchst Energie. Du bist sehr, sehr gut, aber du brauchst Energie. Ah, der Zweite ist schon da. Scheiße. Egal. Mach den jetzt erst mal. Genau. Ja, Alter. Oh. Von allen Seiten. Los. Ja, ja. Jetzt von hinten. Jetzt hin. Schlag. Perfekt. Ich bin weggeweilt. Gut. Schild oder rollen? Boah, der hat noch den Schwanz. Okay, weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Lauf, 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 lauf. Gut. Nee, ich kann nicht mehr weg. Das war schon gut. Das war bis zu dem Moment echt gut. Nee, weißt du, was die Scheiße ist? Man muss da reingehen mit Zweihänder und den Typ Windelweich prügeln. Und in dem Moment, wo ich wieder weggehe, mich heile und so, dann kommt der zweite Typ. Man muss da echt rein, der darf gar nicht atmen, der Typ. Du gehst da rein, rollst ihm entgegen, haust ihm auf die Fresse, gehst ihm rum, rollst an ihm vorbei, wenn er seinen Hieb macht, rollst du, gib ihm und dann ist er in 15 Sekunden ist der Typ tot. Aber in dem Moment, wo man wieder zurückgeht und ihm Zeit gibt zu atmen, dann holt er seinen Kumpel direkt rein und ihn kaputt schleppen. Ich mag, ich mag. Ich hab einmal, hat er mich getroffen und dann hatte ich die, ah, nee, das ist, das ist aber, so muss man das machen. So, Punkt. Ich mag die Aussage, ich finde, du hast recht, ähm, ich finde auch jetzt, also, ich weiß nicht genau, was hier der normale, der normale Stand ist, wie schnell man hier durchkommt, aber ich mein, das ist jetzt der zweite, dritte Endgegner, je nachdem, ob man den Tutorial-Endgegner nimmt. Ich dachte, du sagst jetzt, weil das wird so versucht. Nee. Guck dir das an, ey, so eine Scheiße. Ja. Ach. Ein Flakon. Was ich eigentlich sagen wollte, dass wir eigentlich, glaub ich, recht schnell dabei sind. Immer noch. Kleine Scherbe. Ja, ich weiß. Das heißt, wir können gleich beim Schmied aufleveln. Ich weiß aber nicht mehr, wie viele Seelen wir brauchen, dafür. Wollte ihn von hinten, aber es geht gar nicht einfach. Ja, man kommt nicht so gut an ihn ran, ja. Das ist doch hervorragend. Oh, geil. Oh. 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 Und ich weiß, da bist du da den Punkt, wo ich irgendwie sauer bin. Ja, ich weiß. Wo ich einfach auch keinen Bock mehr hab. Wo ich mir denk immer eure Scheiße hier muss ich mir echt nicht jedes Mal geben. Ich weiß genau, was du meinst. man muss diesen Punkt ignorieren, sonst das ist halt eine Spirale wenn du so reingehst verkackt man, dann wird man noch saurer und dann ist man in der Abwärtsspirale ich glaube wir haben jetzt zumindest irgendwie was raus ich habe das Gefühl, ich habe eine Taktik gefunden, die funktioniert bei dem Typ und man muss sie nur mal richtig irgendwie zur Entfaltung bringen deswegen ist alles gut immerhin kommen wir schnell hin ja, meinetwegen könnte man auch einen Frontfire direkt beim Endboss haben ja genau, nice nice, genau so, siehst du wie das geht dass sie nicht zur Ruhe kommen da muss man dann halt rollen wenn die Ertacke kommt, rollen, genau und ihm direkt geben, nice rollen ich habe es versucht, irgendwie hat er den Button nicht gemacht sehr gut Feuer mit Feuer was soll ich denn jetzt hier machen? ich komme ja nicht weg von der Seite ran ja, 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 ja oh nein! oh, wie unfair! oh! oh! das wär's nicht gewesen, aber das wär voll gut gewesen voll in die Flanke reingeballert das war ja klar, das ist ein Scheiß das war ja klar man muss irgendwie, wenn die beide Feuer speien für den Moment sind die ja bewegungsunfähig da muss man irgendwie da muss man schnell ran da musst du ran und dann irgendwie halt von der Flanke oder so ich hab's ja versucht, du hast nie gesehen, wie es, wie es war ach ach so, du hast noch die Hand hier ach so, warte mal das war nicht smart sollen wir mal einmal gucken, was, äh, was das kostet beim Schmied aber ich weiß, dass man mit dem Scheißfeuer die Gute erledigen könnte an sich geht's was machst du denn jetzt? ach so, ich will nur mal kurz gucken, ob wir vielleicht das uns leisten können mit so einer Seelen, mit einem Seelencheck 200 Seelen nur, ja, das kann, das können wir doch mit einem Scheißfeuerung kriegen oh, wir haben nur so eine, nein, egal ich weiß, sie verschwenken natürlich ein bisschen besser, nein, egal gut, 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 gut okay, jetzt haben wir 800, ich lass mal gucken, äh, reparieren ähm, okay, mehr können wir nicht, ähm, lass mal gucken, was wir jetzt mit der Kohle bevor wir sie gleich verlieren haben wir jetzt zum Beispiel die Pfeile ich, man kann auch übrigens, man kann das sicher auch probieren nein statt des, ähm, hier, äh, ne, weißt du Bescheid? statt des Vlammen mal die Ambers oder so zu nehmen, ja ja, ich glaub nur, ich glaub, die hat einfach keine Power äh, ja, aber kauf doch einfach was ich sag jetzt mal Standard Bolzen besser als jetzt irgendwie, äh, besser als es jetzt zu verlieren und Stufe 4, mega spannend jetzt, dass sich das bemerkbar macht das ist schön so ist immer irgendwie ein bisschen befriedigend das war schön es hätte gerne anders gehabt geile auf ihn darauf gejumpt jetzt kommen wir hier Sein Kipp-Momaden, ihr. Eieiei. Wie die auch immer, einer von hinten noch. Und reingesprungen kommt, ey. Oh, meine Güte. Ach Gott, ey. Meine Güte. Das war auch so unnötig. Büpp, 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 büpp. So, Minion. Flaskin, Flaskinstein. Das ist halt immer Scheiße. Schild dafür. Oh, der hat mich erwischt. Oh nein, dumm, dumm, dumm. Wusste ich, verdammt. Wusste ich, verdammt. Wusste ich, verdammt. Geht's. Solange er seinen Bruder jetzt nicht holt. Geil. Ja, gut, er leidet. Sehr gut. Weiter so. Jetzt drauf. Jetzt kommt der andere, aber egal. Einfach weitermachen. Shit. Schlangen. No. Du hast ihn fast. Oh Mann. Jetzt brauchst du Energie. Weg. Bitte, hau ab. Hol dir Kurzenergie. Du schaffst ihn. Ich glaub, der rechte ist es. Jetzt kommt der dritte Schlag. Jetzt hinhauen. Jawohl. Jetzt hast du ihn. Jetzt machst du nur noch den. Energie. Nein, der kam nicht mehr weg. Hurengesicht. Mann. Ich wollte einmal weg. Du Scheißdrache, du. Ich wollt einmal von ihm weg, ey. Ich hätt einmal Distanz nur gebraucht. Dann hätt ich kurz mich durchgeheilt. Hätt ich ihm seinen Scheiß Feuerspeisscheiß gemacht. Wer um ihn rum, hält ihm in die Flanke, bis er tot ist. Und jetzt kam ich da nicht um ihn rum, ey. Oh. Egal. Nimm's mal. Komm on. Wir machen jetzt Werbung. Ich leise mich jetzt zurück und entfallen diese Gargoyles. Hm. Knaller durchgegargäuelt. Simon Kretschmer steht vor der Nebelwand. Er ist bereit für den nächsten Boss. Hier ist der Eye of the Kretschmer. In the third fight. So, wir freuen uns. Ihr verpasst hier nichts von einem von den nächsten. Die Doppelhand. Oh, das war so nicht geplant. Guck mal, wie das läuft, wie Butter. Nee. Yes, yes, yes. Schade. Ja, ne? Aber guck mal, wie viel du ihm abgedödelt hast. Ja, aber ohne Schild ist irgendwie halt nicht so geil. Du musst ja auch überhaupt nicht so spielen. Spiel einfach, wie du am besten klarkommst. Das ist ja auch Quatsch. Es gibt ja auch nicht nur einen Attack. Ich bin ja schon recht weit jetzt gekommen. Es ist halt irgendwie ohne Schild. Ich weiß nicht. Der Schildbild. Unter, unter. Oh, der hat was da gelassen. Ein Hüllensoldatenhelm. Bäh, Flatsch. So, du noch. Uh, ein Poch. Oh, du warst schneller als ich. Du warst schneller als er. Ha, ha, ha. Schön, schön. Komm, auf jetzt. Wir haben leider nicht mehr viel Zeit. Wir haben noch zehn Minuten. Wir dürfen ein bisschen überziehen. Wir dürfen ein bisschen überziehen. Das ist ganz gut. Ob wir das brauchen oder nicht, sagt euch gleich das Licht. Sehr schön. So mag ich das. So kommen sie mal gut. Schön nacheinander. Sterben sie alle. Aufeinander. Nehmen sie nicht so viel Platz weg. Das ist tatsächlich richtig. Hast du Leiche am Schuh? Hast du Leiche am Schuh? Ja. Du hast das Leiche gesagt als getan. Okay, wir schaffen es jetzt. 70 Prozent der Zuschauer sagen, die schaffen es. Diese beiden Haudegen, die haben das jetzt nur spannend gemacht, damit wir bis zum Ende hinkommen. In Wirklichkeit, legen sie ihnen Probleme. Das ist der erste, das hasse ich so sehr. Voll in den Po. Er hat nicht gehauen. Schmier nicht. Ich bin ja gar nicht zweihändig, doch. Aber war das dumm. Ich war verwirrt. Ich war sehr verwirrt gerade. Ich hatte eine kurze, einen Kurzmoment der Verwirrung, weil ich mich gerade gefragt habe, was habe ich eigentlich und dann, oh. Wie er auch mittlerweile einfach nur noch wegläuft. Wum, Dampf, Stampf. Okay, wieder mal habe ich alles getan, was zu tun ist. Ist doch jemand auf diesem Dach. Nein. Hallo Buddy, wie geht's? Flammenatmen. Geil. Ähm, nein. Ach, da war ich echt. Wir sind wirklich an einem Punkt, wo wir längst, wir hätten da längst jetzt drüber sein müssen. Wir sind besser als die beiden und eigentlich hätten wir es schaffen müssen. Jetzt sind wir aber wirklich zu lange schon dabei, sodass wir uns wirklich jetzt gerade wieder zurückbewegen. Skilltechnisch. Ich denke, wir sollten jetzt dem mal ein Ende setzen. Ich versuch mal was, ja? Ich denke, wir sollten jetzt einfach alle platt prübeln. Was hältst du denn davon? Ähm, kommt der? Jetzt kommt er nicht, doch. Jetzt komm hier raus. Genau das wollte ich nämlich. Oh, geil. Nein. Ah! Darf ich nochmal, oder? Ja, nein, mach es. Ich meine, ich wollte einfach Zeit sparen. Ich meine, der Witz funktioniert. Doch, Chad, wir sind besser als die beiden. Wenn du einfach nur... Natürlich sind wir das. Wir haben doch schon jeden Einzelnen von denen erledigt, nur nicht beide gleichzeitig. Aber was meinst du? Besser als die Gargoyles, oder besser als... Ja, natürlich, als welche beiden denn sonst? Eddie und Dennis oder Colin. Also, Eddie hat hier jemanden gesummoned. Das ist schon mal ein Fakt. Ja, also erstens, man kann das gar nicht vergleichen, weil die haben beide das Spiel schon durchgespielt. Ich vergleiche mich auch so. Ich vergleiche mich da nicht mit Leuten, die die Spiele vorher dreimal hier durchgespielt haben. Bevor sie dann hier sitzen, mitten im Walkthrough nebenbei, wollt ihr mich verarschen, Leute? Wir spielen hier blind und haben vor allem auch Bock drauf, die Sachen rauszufinden. So sieht das nämlich aus. Das ist dann halt so, dass du nicht alles weißt. Das ist halt, wenn du blind bist. Die Leute vergessen, dass sie selbst das genauso gespielt haben, ne? Die chatten das einfach nicht. Jeder von euch hat das genauso gespielt. Wir müssen uns auch nicht mehr über... Wie kann man das nicht raffen? Nee, das macht mich wütend. Wie kann man das nicht raffen? Es gibt immer ein, zwei Leute. Aber die Mehrheit ist doch super nice. Okay. Achso, der kommt ja nicht von alleine, verdammt. Das hast du aber immer sehr gut gemacht, finde ich, mit dem Runterlocken. Ach ja, ich hab ja wieder deinen Stance. Stance! 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 Tams! Boyd BV Saharland Was irgendwer halt das eben klappt. Demonstell. Dabei geht das jetzt so lange blockiert, das ist so ein bisschen... Natürlich, von vorne in den Rücken geschlagen. Ja, es ist doch alles egal mittlerweile. Ich überlege gerade, ja, also du gleich, ne, also du bist hier immer gleich getroffen am Anfang, das heißt jetzt behalte ich noch das Schild, danach würde ich dann echt mal, so wie du es gemacht hast, wechseln, so zweihändig Alter ist das lame, da sind sie wieder dein, da waren sie wieder deine Kumpels Okay, aber ist ja klar, dass wir jetzt irgendwie das, haben wir halt echt verkackt, ne, aber ich hätte nicht gedacht, dass die jetzt so weit hochkommen hier Geh doch einfach, fülle sie doch auf, was steht denn da, ob ich da noch irgendwas so viel übersehen habe Ach, ich hab nicht Was? Ich hab gerade Energie verloren und dachte nur, warum? Weil ich das Schild natürlich nicht hatte Es ist nicht deine Schild Es ist nicht deine Schild Es ist nicht deine Schild Okay, jetzt Konzentration Ja, geil Shit Machst du das jetzt? Ich hab ein gutes Gefühl Und nicht in die Ecke, das haben die uns auch gesagt, wir sollen sich nicht in die Ecke drängen lassen Ey, das machst du schon super durchs Boah, man hätte ihn nicht von der Angel lassen dürfen Ja Ja, es ist, was ich gerne hätte, ist, dass einer bläst und der andere Ja, aber das eine Feuersprung und der andere ist ein bisschen nah im Nahkampf bei mir Mann, ey Okay, jetzt hab ich irgendwie nichts gehabt von diesem Flapport Er hat zu wenig abgezogen bekommen Ich bin auch so lahm, ey Wie die, guck dir das an, ja, wie die Wie die Wölfe Und jetzt da ran, und jetzt da ran So, okay, vom Timing, jetzt hab ich sie anders, oder? Nee, jetzt sind sie wieder zeitgleich Nee, jetzt an den zweiten Ja, was soll ich denn da jetzt machen? Ja, wenn er, wenn er Feuer spuckt, an die Seite ran Bin ich zu weit weg, äh, spucken sie deswegen Feuer Muss ich vielleicht aber näher in den Nahkampf, ich glaub, das ist es Wenn ich jetzt hier hinrenne Und jetzt, 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 jetzt Gib ihm richtig Ja, und nochmal, gleich ist er weg Oh, schade Hier darf man jetzt nicht hektisch werden, glaub ich Das ist der Punkt Machst du super Escape roll Nice Escape roll, oh Aber Ich bin entkommen Ja, das stimmt Der selbstgewählte Tod Ist letztendlich der bessere So Kein Grund zu verzagen Okay Denn eines Tages werden wir sagen Weißt du noch Im letzten Jahr Ich hab mir den Gargoyle Echt nur noch zwölf Minuten Muss reichen Let's come here Da will der an meinen Füßen kommen Ey, wir können das so locker schaffen eigentlich Es ist nur dieses Feuer Wenn beide zusammen sind Das Feuer Brennt Aus beiden Mäulern Wohin dann? Was tun? Huch Was war das denn von mir? Weg mit dir, du Lump Ja, der Chat bestätigt, was ich ja eben auch schon gesagt habe Dass die Feuer spucken, wenn man zu weit weg ist Was man vielleicht auch gegen sie eigentlich verwenden kann, oder? Dass man sie triggert und dann schnell hinrennt Und dann Während sie blasen von hinten Ja, es klingt blöd, aber Es ist schon Hätte doch zuerst gehauen Tschüss Ich fand das einen ziemlich guten Move von mir gerade Wie das immer zum Risiko wird Was ist mit dir los? Ach, der Typ war das Wie schnell ist er denn gewesen? Wie schnell ist er denn gewesen? Wie schnell ist er gewesen? Sehr schnell Hast du das gesehen? Du darfst nochmal, keine Sorge Der Klumpige war wieder da Der ist mir komplett hinterher gesprintet Ach, falsch Äh, ja okay Das zählt natürlich nicht So Wie spät ist das eigentlich? Ich glaube Florentin ist live In 10 Minuten ist Florentin live In WoW nehme ich an Ja, Florentin kommt gleich Keine Sorge Liegt nicht an uns Wir halten jetzt gerade Florentin nicht ab Wir kriegen nur gesagt Wir können 10 Minuten überziehen Und das probieren wir dann Er hat Er kann Er trägt das einfach nicht mehr Er ist ja auch schon nicht mehr der Jüngste Der Mann hat 18 Podcasts Er macht jetzt gerade noch einen In 10 Minuten Podcast Macht er jetzt gerade noch Schnell Oh ne, Warcraft 3 spielt er Nicht WoW Habe ich mich verlesen Ja, ja Gegen Wenn ich das richtig verstehe Honor und Mäntel oder so Ich bin mir nicht ganz sicher Aber irgendwas in der Art Na gut Er will es so Manchmal ist er einfach Aber manchmal nicht Lass ihn doch einfach Kommt er wieder von hinten Na Ich komm, das mach dann hin So sieht das nicht aus Man muss noch seine Chance machen So Jetzt kommen wieder die ganzen dummen Viecher hier Wie viele Seelen wir hier schon wieder gelassen haben In den zwei Stunden, die wir uns aufreiben Wir hätten so easy einfach leveln können Bis die Gargoyles mit zwei Schlägen erledigt sind Vielleicht machen wir das auch vor der nächsten Runde Sollten wir hier nicht weiterkommen Wobei ich sagen muss Ich habe irgendwie das Bedürfnis Die jetzt auch so in diesem Outfit zu erledigen Aber es wäre wahrscheinlich Schon smarter Jetzt einfach zu sagen Kommt, fuck it Wir leveln ein bisschen auf Und fallen ein bisschen am Equipment Und so Ähm, ja Ich hole uns erstmal hier unsere Schwierig Da ertönt die Glocke So Jetzt ran an den Goyle Ran an den Goyle So, pass auf Ähm Genau Rollen Fuck Weiter so Der andere kommt Aber er hat Oh, du schaffst es Jetzt einmal noch Ja, du hast ihn Leute Jetzt seht ihr es Jetzt macht das Ich drücke X Alter, was? Scheiße Der ist ein bisschen anders Oh Mann, der kann nix Jetzt lass dich nicht stressen Oh Mann, du hast ihn Hast du ihn Nicht drunter Vorsicht Jetzt hast du ihn Nicht von vorne Nicht von vorne Nichts Warum? Ey, ich wollte ihn Bei aller Liebe aber Why the fuck Hast du das getan, Nils? Why? Drei Stunden, die wir jetzt noch extra spielen müssen Und dabei hattest du ihn doch Kacke, ey Wie viel Zeit haben wir noch? Oh, fünf Minuten haben wir Na gut, dann muss ich ihn jetzt halt besiegen Viel Spaß dabei Oh Mann, Nils Was war es denn? Einfach Aufregung oder was? Weil du hattest ja Das war ja nicht dein Plan In sein Feuer zu springen Nehme ich an Es gibt keine Entschuldigung Ja, aber was genau ist passiert? Nein Also ich hatte gedacht Ich bin nah genug dran Dass er nicht Feuer speit Und auf einmal speite er Feuer Und ich dachte ich Das erklärt das erste Mal Ja Und dann War ich verwirrt Und dann wollte ich mich heilen Und dann war er angewählt Und dann kam ich nicht weg Und hab's nicht gebacken bekommen Mich abzuwählen rechtzeitig Und dann war ich im Feuer drin Und ich hatte den zweihändig ausgerüstet Das heißt, ich konnte das Feuer Nicht mit dem Schild irgendwie Ähm Reduzieren den Schaden Und ich hab's einfach verkackt Es gibt keine Entschuldigung Ich hab Ich war so überrascht Auf einmal Dass es Funktioniert hat Dass ich das voll verkackt hab Ey, aber es war so gut, Mann Du hast den So geil gelegt Am Anfang den ersten Auch der zweite war an sich Schon kein Problem mehr Aber Ja, ich mein klar Das Feuer macht's Ähm Ich find das Feuer Ist auch wirklich Ein bisschen unberechenbar Und weiß halt nie so genau Wo's Ey, guck dir das an Hast du das gesehen gerade? Ich kann nix mehr sehen Ich schlag von hinten Er blockt Und schlägt zurück Und trifft Weiß nicht, wie das überhaupt geht Okay, er hat diesen schnellen zweiten Stich Ja Frustrierend ist, diese Glocken Jedes Mal, wenn irgendjemand online So Irgendjemand hat's wieder geschafft, Mann Wir sind halt immer noch da Ja, ist gut Ihr habt's verstanden, Glocke Okay, jetzt hab ich aber ein gutes Gefühl Ja, ey Ich würde echt gern Falls du's nicht schaffen solltest Würde ich's gern auch einmal noch versuchen Das war jetzt echt megadumm Ich hab echt gedacht Okay, jetzt Den mach ich jetzt Den durch Und ich war auch, glaub ich Einfach mental nicht auf der Höhe Das würde sich beim nächsten Mal Sicherlich jetzt ändern Ich würd's gern auch Mindestens noch einmal probieren Aber ich Vielleicht muss ich's ja nicht Ich werd mich jetzt nicht beeilen Aber natürlich Hätt mich auch nichts dagegen Du beeilst dich überhaupt nicht Du machst es jetzt Am besten Muss ich das nicht nochmal machen Weil du's machst Das wär mir das Liebste Ja Mir auch Mir auch Nils Das war ja mega Mir wär's eben auch das Liebste gewesen Wenn du's geschafft hättest Ich wär da nicht Traurig gewesen Ihr müsst Bescheid sagen Wegen Florentin Achso, letzte Runde Okay Weil wir warten im Prinzip Auf Ansage von euch Weil wir nicht genau wussten Was jetzt los ist Weil 10 Minuten überziehen Wär ja dann 10 nach 5 gewesen Okay, nächste Runde Deswegen Ja Ich hätt's so gern grad geschafft Das ist so dumm gewesen Egal, du machst das jetzt Unnötig dumm Geil Sehr sauer schon Ja, jetzt kriegst du ihn Was ich nicht mehr Das Problem ist jetzt Dass der andere schon da ist Ich bin in der Ecke Da sollt ich doch nicht mehr hin Wollen Würdest du das mal Ins Maul gesprungen wieder Jedes Mal Ich krieg es nie weiter als bis dahin Ich muss ihn doch mal erledigen Na gut Wir werden beim nächsten Mal In uns gehen Ich würd sehr gerne Nochmal Aber Nein, wir haben keine Zeit Ich sag nur, dass ich gerne Nochmal wollen würde Aber wir machen's nicht Ich kann doch sagen, dass ich Wollen würde Das ist doch in Ordnung Aber willst du jetzt 5 Minuten reden Nein Spiel den nochmal Weil Florentin wartet Und die Leute wollen das auch Glaub ich gucken Wir hätten jetzt gerne gesehen Wie du nochmal Am Ende Als einmal nochmal Richtig durchziehst Du moderierst ab Aber Florentin wartet Und ich will ihn nicht warten lassen Das ist auch mega unnötig Jetzt wird's schwierig Weil jetzt spielst du Und sagst Wir sollen abmoderieren Was genau ist dein Plan Ich hab mir gedacht Du moderierst jetzt ab Ja Und wenn ich jetzt das schaffe Durchzulaufen Ohne zu kämpfen Dann mach ich noch einen In der Moderat Abmoderation Mach mal etwas Das kann doch nur schief laufen Was längere abmoderation bitte Dark Souls Wir haben damit angefangen Vor gefühlt Sehr sehr vielen Stunden Und es fühlt sich jetzt schon an Als wären wir auf ewig In diesem Nexus Des Trauerns Und des immer wiederkehrenden Todes Gefangen Und der Druck Der auf uns lastet Den spürt jetzt gerade auch Nils Denn auf der einen Seite Sind wir längst durch Auf der anderen Seite Hat er gerade mächtig verkackt Nach sehr gutem Spiel Und möchte es jetzt natürlich Nochmal zeigen Aber gleichzeitig Hat er ja auch Ganz viele Gegner Am Hacken hängen Aber Er ignoriert es heute Er ignoriert Florentin Und die Tatsache Dass Florentin extra hier angereist ist Aus Er weiß das schon Der Florentin Der fliegt hier immer ein Nur für diese Sendung Von der ihr jetzt schon wieder Fünf Minuten fehlen Aber Nils Ist beim Gargoyle Und ich bin ruhig Einmal noch Liebe Regie Die allerletzte Chance Er macht das jetzt Er ist schon da Scheiße Nein dumm Dumm Okay das war's Gut Jetzt kommt auch noch so einer Nein du siehst ihn Man kann es auch alleine spielen Ach shit im Himmel Ähm naja wir hängen seit zwei Stunden An den Gargoyle Lass mich in Ruhe Ich kann so nicht mich konzentrieren Lass den Nils kurz mal Das ist die letzte Chance Ich kann mich nicht mehr konzentrieren Du machst das jetzt Hör jetzt auf Aufzugeben Wie dicht ist er mir auf die Fersen Merk dir gut Im Nachhinein ein paar Tipps geben Gerne Scheiße War nicht so Cool Dass ihr alle hier wart Besonders ihr Es hat uns einen riesen Spaß gemacht Jetzt gegen Ende wurde es knifflig Aber wir geben nicht auf Wir sind beim nächsten Mal wieder dabei Der Ede haut den jetzt kurz um Schaltet ein Wenn es das nächste Mal wieder heißt Knall durchgenommen Dark Souls Bis dann